So, und damit herzlich willkommen zum, noch nicht ganz, äh, noch zu noch nicht ganz der letzten Mission in Strunghold, denn wir sind noch auf dem Desktop, äh, gebt mir kurz ein bisschen Zeit, ich hab alles schon eingestellt, ich hoffe es klappt auf Anhieb, äh, lalalala, lassen wir gar nicht viel Zeit verschwenden, jawohl, ich seh den Chat, ich seh, ähm, meinen zweiten Bildschirm, also ich seh meine Überwachung, ich seh den Chat, wunderbar, hat funktioniert, super, weil, äh, ja, Strunghold macht beim, beim Minimieren und Maximieren ja immer ein paar Probleme. Gut, damit herzlich willkommen zu Mission 80 im aggressiven Kreuzzugmarsch, diesmal live, also alle Leute, die jetzt, ähm, live dabei sind, Hallöchen an euch und natürlich auch hallo an alle, die das nachträglich angucken, denn das wird ganz normal dann als Video am Ende auf YouTube verfügbar sein. Mal gucken, ob wir es in diesem Stream heute schaffen, werden mal sehen. Wenn nicht, dann wird es vielleicht noch einen zweiten Teil geben, entweder als Stream oder als Video. Okay, dann mal herzlich willkommen, sagt mir bitte, dass alles in Ordnung, also, ja, also sagt mir bitte, dass alles in Ordnung ist, aber wenn nicht, dann müsst ihr es mir auch sagen, also wenn mit dem Sound irgendwas nicht passt, wenn man nicht nicht richtig hört, wenn man das Spiel nicht richtig hört, gibt bitte Bescheid, aber wenn alles weit passt, ist ja alles wunderbar. Okay, also, wir haben Mission 80 wahre Größe noch vor uns und ausnahmsweise habe ich mir meinen Namen nicht verändert. Ich würde mal sagen, ihr könnt mir immer wieder mal Vorschläge reinschreiben, wie wir uns benennen wollen in der letzten Mission und immer, wenn ich nochmal neu starten muss, dann kann ich mich ja nochmal umbenennen oder so. Das ist mir als Idee gekommen, in den Kopf gekommen soweit. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, äh, bau mal keine Hopfenfarm. Ich meine, wenn, wenn ich die Wahl habe. Ich würde sagen, bevor wir irgendwas machen bei der letzten Mission, also grundsätzlich können wir nochmal durchgehen, was wir bei Mission 80 wahre Größe haben. Im Vergleich zu Mission 50, die war da eher ein ziemliches Kinkerlitzchen im Vergleich, vor allem, weil es noch auf der alten Map war. Mit der neuen Map, wir haben ja letztes Mal schon reingelookt, ist das durchaus heftig. 40.000 bei den KIs an Geld, wir haben nur 3.000, wir sind in die Ecke gedrängt, haben nicht viele Ressourcen. Ich würde sagen, ja. Nisa, Wolf, Emir, Richard, Kalif und Vazir als Gegner. 3.000 Startgold, wir gucken mal rein und bevor wir irgendwas machen, wir haben heute Zeit. Wir haben Zeit, wir können das ruhig angehen. Besser mit einem Plan ranzugehen, als es zu überstürzen und dann ewig oft aufs Maul zu fallen. Also ich versuche mir mal wirklich einen Spielplan für heute zurechtzulegen. Und erst mal Hallöchen an alle, die jetzt reingekommen sind. Jemand mit einer 28-monatigen Mitgliedschaft hat schon was geschrieben. Ich kann es leider nicht mehr sehen, aber auf jeden Fall danke an dir nochmal. Und König Flauschi, Dankeschön für die 5 Euro. Motivationsführer. Ne, ne, Motivationsführer, ja klar, denn da bin ich heute höchstwahrscheinlich. Motivationsfünfer und Dankeschön Julian Lenovo für den einen Euro. Utwin, der Größte. Ja, okay, wisst ihr was? Machen wir es mal. Machen wir uns mal schnell Utwin, der Größte. Da kam gerade wieder der Vorschlag, dann machen wir den mal. Der Größte. Da haben wir diesen Schlag erstmal. Dann gucken wir nochmal rein. Und jetzt gucken wir uns die Map an. Pause. Okay. Ähm, gehen wir mal auch kurz von der Spielgeschwindigkeit runter, weil ich glaube, das werden wir brauchen. Die dickste Kartoffel auf dem Bauernhof. Jawohl. Der Stecher. Merke ich mir mal vor. Wunderbar. Also, an sich, unsere Gegnerposition. Wir haben direkt unter uns den Kalifen. Da müssen wir aufpassen, aber es ist nicht so schlimm, weil der Kalife gewöhnlich keine Mangen baut und keine Tribocke oder sowas, was uns auf den Nerv gehen kann. Von daher ist das noch eher eine geringere Gefahr in der Hinsicht. Hier rechts ist der Wolf. Der könnte gefährlich werden, aber es kommt darauf an, wie groß der sich ausbaut. Das werden wir sehen. Was hier da rechts oben. Das wird auch ein bisschen problematisch, aber nicht ganz so schlimm, wie es mit dem Emil wäre, was die Mangenapokalypse angeht. Emil ist dafür da unten. Okay. Da ist niemand. Ich bin enttäuscht. Ähm, Richard ist hier unten und hier haben wir den Nizar. Das heißt, Meuchlin wird er von Süden oder von diesem Weg, der hier rüber geht. Ich habe auch gesehen, es haben viele Leute Tipps geschrieben und in den letzten Videos, dass ich beispielsweise hier vorne komplett zubau nach Möglichkeit und hier das Tor aus nach außen mache. Ich sehe gerade, hier gibt es einen Apfelbaum. Aber mit dem Apfelbaum werde ich nicht viel anfangen. Kann ich hier überhaupt eine Getreide... Ich glaube, ich kann hier nicht mal eine Getreidefarbe bauen, oder? Hier könnte ich eine bauen. Und hier könnte eine Apfelfarbe hinpassen. Hier eine Getreidefarbe, hier eine Apfelfarbe. Ähm, der Apfel hier kann noch mitverwendet werden, aber es bringt mir nicht sehr viel. Ähm, da haben wir ein bisschen Eisen. Gehen wir mal unsere Ressourcenlage durch. No Marktplatz. Also ganz ehrlich, No Marktplatz. Bei der ursprünglichen Vanilla Mission 80 wahrscheinlich noch irgendwie machbar. Auch wenn nicht viel Qual. Also Hanno hat es ja zum Beispiel gemacht und geschafft. Aber ich glaube, die hier ohne Marktplatz. Ich glaube, da sind wir wirklich im Bereich des Unschaffbaren, weil wir... Wir haben ein bisschen Holz. Klar, das könnte für Ambrüste reichen, aber die könntest du ja nicht mal verkaufen. Harnische könnte man sich unter Umständen machen. Ne, ich will es gar nicht erst versuchen. Also ich bin froh, wenn ich das normal schaffe. Also, gehen wir mal unsere Ressourcenlage durch. Wir haben ganz gut was in Bäumen. Und wenn ich clever bin... Deswegen werde ich es nicht machen, ne? Ähm, wenn wir clever sind, dann sollten wir im Idealfall auch schauen, dass diese Bäume bleiben. Hm. Ah, interessant. Denn sobald die mal weg sind, haben wir keine Möglichkeit mehr gescheitert an Holz ranzukommen. Deswegen ein bis zwei Holzfäller, die uns hier permanent versorgen. Statt es zu übertreiben, wäre eine Idee für den Start. Dann haben wir ein bisschen Eisen hier, wir haben ein bisschen Eisen da. Wir haben hier Steine. Gute Frage, ob ich die verteidigt bekomme, weil der Kalif wird da viel... Also den Steinbruch da oben könnte ich vielleicht bauen. Äh, noch mehr wird schwierig. Dann gehe ich ins Kalifgebiet rein. Challenge nur Holzfäller. Jawohl, genau. Da haben wir auch noch mal ein Steinbruch. Es könnte aber gut sein, dass der vom Wolf beschossen wird. Deswegen wäre das vielleicht keine so gute Idee. Eisen da drüben könnte funktionieren. Weit genug weg vom Wolf. Vazir könnte drauf schießen, muss aber nicht. Und jetzt ist die Frage, die ich mich auch stelle, ist hier eine Verbindung. Kommt man hier lang? Ich glaube schon, man kommt hier lang. Das hier ist also auch ein Zugangsweg zu mir. Ich sollte vorsichtig sein. Aber hier gibt es auch Eisen. Schwierig. Okay. Das heißt, ich muss mich am Anfang erstmal in drei Richtungen verteidigen. Die ganz offensichtliche Front hier, dann da links und da rechts entlang wahrscheinlich. Das heißt, hier was zur Verteidigung aufzubauen ist okay. Hier würde ich gerne nach vorne verlagert irgendwo was haben wollen. Und dann hier eventuell genau dort, wo diese Schneise ist, bei dem Wegweiser in der Nähe, da vielleicht einen großen Wall. Mal gucken, wie gut das hinhaut. Okay, so viel zum Planen. Da sind wir mal die Planungsphase durchgegangen. Ui, 240 Zuschauer. Nicht schlecht. Wir haben gerade erst angefangen. Und im Übrigen, bevor es losgeht, möchte ich mal ganz kurz erwähnen, das sollte ich von Kariglotus ausrichten. Jetzt mittlerweile in der Beschreibung, in der Videobeschreibung, der erste Link, den ihr findet, ist jetzt mittlerweile ein gesamtes Paket mit dem neuen aggressiven Kreuzzugmarsch. Das wurde jetzt extra für euch vorbereitet. Das kann jetzt jeder von euch genauso nachmachen. Und zwar ein gesamtes Paket mit dem UCP, mit den Maps, mit den Überarbeitungen. Da ist alles in einem Paket drin. Also wenn ihr das hier nachspielen wollt, könnt ihr dann einfach den ersten Link in der Videobeschreibung anklicken. Und der zweite Link in der Videobeschreibung führt zu einem Video von Kariglotus, glaube ich auch. Oder ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, ob es um Kariglotus war, aber es war ein Einführungsvideo zu den Sachen, die der neue aggressive Kreuzzugmarsch macht, zusammen mit einer Challenge. Und zwar Challenge für Mission 80, diese zu schaffen ohne Exploits und sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist auch mit einem kleinen Wettbewerb verbunden, der einen Monat jetzt lang geht. Ihr könnt, schaut euch mal das Video an, dort wird das genau beschrieben, wenn ihr hier durch seid mit meinem Stream oder von mir aus jetzt auch nebenbei. Und ja, ich finde das auf jeden Fall so ein Video, das auf eine Challenge hinweist für Mission 80, die noch einen Monat läuft. Okay, wunderbar. Dann hätten wir das soweit auch schon mal geklärt. Okay, dann würde ich sagen, kann der Spaß beginnen? Und wir starten einfach mal. Das mit dem 10er Tempo, ich hoffe, ich habe schon gut und schlüssig genug erklärt, dass wir das nicht anders machen können. Ich wurde ja aktiv, weil ich ja mich lange Zeit geweigert habe, mit der Spielgeschwindigkeit nach... Kann es sein, dass... Oh mein Gott, wie gemein! Ich muss mich entscheiden! Pause! Fortsetzen! Ah, könnte ich das überhaupt... Wird der Wolf mich lassen? So, könnte jetzt noch eine Farm hinpassen? Oh, natürlich nicht! Doch, 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 doch! Aber ich kann nicht gescheit abtransportieren. Oh mein Gott, ist das knapp! Aber ja, ähm... Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal. Okay. Ja, bezüglich Spielgeschwindigkeiten wurde von Kary Lothar oft genug gesagt, ich sollte nicht sparen daran, die Spielgeschwindigkeit runterzustellen, weil die Kampagnen sind darauf designt worden. Also es ist nicht mal so im Sinne von, ähm... Beim normalen Stronger Crusader konnte man die meisten Missionen ja mit 40er bis 60er Spieltempo schaffen, selbst die schwereren. Aber der neue aggressive Kreuzungmarsch ist komplett darauf designt worden, das auf niedrige Spielgeschwindigkeiten zu spielen. Also wenn du jetzt kein Koreaner bist, äh, so koreanischer ESL-Spieler, meine ich, der, keine Ahnung, 30.000 Klicks die Minute hat, äh, wirst du da Probleme haben. Und vor allem hat ja auch vieles mit Stressbewältigung und mit Anpassen von Plänen zu tun. Und oftmals sind die impulsiven Entscheidungen die falschen, die man hier trifft. Deswegen, äh, wäre ich vorsichtig da mit der Spielgeschwindigkeit zu weit. Rüber, rüber, runter, rauf, runter zu gehen. Ähm... Ja, wenn ich... Wenn ich hier eine Apfelfarm haben will... Gut, ne, eine Käsefarm bräuchte ich ja eigentlich eher, ne, für die Sachen. Okay, so lassen wir es mal so, wie ich es ursprünglich gemacht habe immer. Machen wir die Waffen, kann man trotzdem mal so ein bisschen suchen, dass da ein bisschen Platz zwischendrin ist. Ähm, machen mal die ersten Fletcher, sobald ich den Marktplatz gebaut habe. Ja, wir spielen mit Marktplatz, es tut mir leid. Bei diesem Spieltempo bewegen die sich komisch. Ja, damit muss man wohl leben, würde ich sagen. So, Armbrust schützen, bitte. Das ist das Nächste bei der Schwierigkeit, die hier ist. Wir kommen nicht drumher, immer Armbrust schützen zu machen. Das ist so das, was ich gemeint habe, wieso ich meine Probleme habe, wenn Sachen auch zu schwer designt sind. Aber es gibt dann nur, dann hast du nur, ähm, die absolut OP-Möglichkeiten, die dir das Spiel bietet, voranzukommen. Und kannst nicht mehr so herumspielen, wie ich es gemacht habe, von wegen, wir machen keine Armbrust schützen, sondern nur Bogenschützen oder so. Das kann man sich jetzt mittlerweile echt nicht mehr erlauben. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Produktion für den Start. Ich hätte gerne noch mehr Holz. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen mit dem ganzen Spaß. Ähm. Mülle. Bäcker, 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 Bäcker. Eine Brauerei hätte ich gerne. Oder zwei. Ausbildungslagere. Söldnerlager wäre vielleicht auch eine Idee. Das setzen wir mal da hin. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie wollen wir uns platzieren? Könnte ich hier ein Torhaus hinsetzen? Natürlich nicht. Guck dir das mal an. Wie gemein, das knapp nicht hinhaut. Ich kann hier nirgendwo ein Torhaus hinsetzen. Also der Plan war an sich... Ja, so würde es gehen. Könnte ich dann immer noch Steine abbauen, ist die Frage. So, ein bisschen weiter rüber. So. Oh mein Gott, nein. Das geht nicht. Ne, es geht nicht mehr hin. Okay, kein Torhaus hier. Ja, es tut mir leid. Vielleicht mache ich so, dass ich nur auf der rechten Seite rauskomme. Das wäre auch eine Idee. Nichtsdestotrotz würde ich hier gerne... Oh, die Entfernung zu Bock. Es geht genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, es geht hier zu. Aber mehr schlecht als recht, muss ich sagen. Aber damit muss ich mich erst mal... Okay, Planänderung. In der Hoffnung, dass mir da keine Ballisten alles zerschießen. Ich muss hier, glaube ich, einen Burggraben machen. Das geht auch nicht. Shit. Okay. Ich glaube, ich brauche das Stein da drüben nicht so sicher. So dringend. Ich bin froh, dass ich das Eisen da drüben bekomme. Dann mache ich mich doch anderweitig zu. Äh, mache mal hier von mir aus einen... Kann man das... Das kann man gar nicht zumachen, ne? Oh mein Gott. Hier könnte ich zumachen. Ne, das geht auch nicht. Hier ist immer irgendwo was offen. Ist das eklig. Äh... Okay, dann... Dann muss ich mit offenen Stellen arbeiten. Das geht ja kaum anders. Oder kann ich kombinieren? Ne, kann ich nicht. Schwierig. Nee, man kann hier... Man kann nicht zumachen. Oder vielleicht da hinten? Ne, dann ist hier wieder Pech im Weg. Ich könnte hier... Nee, man kann hier nicht zumachen. Das ist Wahnsinn. An keiner der Stellen. Das ist ein Problem. Dann muss ich erstmal damit leben, dass ich hier ein Torhaus hinmache und dort ein paar Schützen drauf stelle. Mehr geht dann eben erstmal nicht. Dann habe ich keine Möglichkeit, als die Gegner durchzulassen. Weil das größte Problem ist, dann muss ich meine Verteidigung offen gestalten. Da habe ich keine andere Wahl. Weil wenn ich jetzt hier zumache, hier zumache und hier geht eben nicht zu, dann kommen alle Gegner da lang. Das ist dann... Das ist eigentlich mehr Exploit als... Als, äh, nicht zuzumachen überall. Von daher müssen wir damit arbeiten. Äh, so. Mal ganz kurz, kurz die Kommentare hochholen. Na, hochholen, genau. Hochholen. Die Kommentare hochholen. Äh, geht das Torhaus und dann der Steinbruch. Ne, das... Fortsetzen. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich meine, ich kann es mal versuchen. Wir sind ja noch in der, ähm, Probierphase, ne? So ist das Torhaus. Oder... Oh, okay. Danke für den Tipp. Das ist doch eine gute Idee gewesen. Ah, okay. Gut, danke. Schön. Darauf wäre ich jetzt selbst nicht gekommen. Ja, gut. Dann bin ich eigentlich glücklich in der Hinsicht. So. Hier mache ich jetzt auch was mein Torhaus hin. Einfach nur, um die Möglichkeit zu haben, mich hier zu verteidigen in die Richtung. Jetzt ist auch die Frage, wie ich eigentlich vorhabe. Oh mein Gott. Jetzt sieht man es wenigstens nicht mehr so sehr, diesen Grafik glitsch. So, sobald wir ein bisschen was haben. Ich hoffe, die Bäume sind ja bald weg, dass ich dann auch die ersten... ...Harnische ranbringen kann. Erste Armbuste werden bald reinkommen. So, hier drüben müssen wir uns auch verteidigen. Wisst ihr was? Ich bin einfach mal so freien Speicher schon mal. Wir haben einen kleinen Standardaufbau gemacht. Äh, wann habe ich eine Ratte neben meinem Char... Wann habe ich eine Ratte neben meinem Char... Ähm, das mit der Ratte... Achso, ja, du bist Mitglied geworden. Es kann sein, dass du, ähm... ...ne geschenkte Mitgliedschaft bekommen hast. Vor kurzem wurden immer wieder mal Mitgliedschaften verschenkt. Von... ...sehr... ...großzügigen Spendern. Oh Gott, sag mir bloß nicht, da kommt eine Mange hin. Die schießt mir bis hier rüber. Oh mein Gott, ist das eklig. Oh mein Gott. Ich schieße da schon mal ein bisschen zurück. In... ...weiser Voraussicht. Okay. Wie dreist kann man sein, Kalif? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Apfelfarm ist gerade erst entstanden hier. Euer Gnaden? Ja, ich werde... Oh Gott, selbst... Selbst mein... Oh, der Ochsen... Das gibt es nicht. Selbst meine Ochsen können ja nicht gescheit arbeiten durch die Schützen. Das ist... ...Puibe. Konstruieren belagerungsbereitet. Also ist der... Ich hätte es nicht gedacht, dass... Ich hätte eher gedacht, der Wolf macht mir Probleme oder der Kalif. Dass der vasiert das Problem wird, hätte ich nicht gedacht. Ich bin sehr surprised. Wir haben nicht genügend Holz, mein Gott. Flugzeil ist berechnet. Schießen wir mal zurück. Okay. Für hier oben bräuchte ich auch was, aber warte ich, bis die ersten Steine reinkommen. Dafür bräuchte ich aber auch erstmal dann Ochsenjoche, die funktionieren. Eisen kann erstmal warten. Hier haben wir die Ochsenoche. Richtig. Weiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Der gute alte Joksenoche. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Halt, Moment, haben wir zuge... Ach, mit meinem Haus kann ich zu... Oh, einen Moment noch was. Wenn ich so zumache, ist zu? Ach, so ist zu. Interessant. Also ich kann doch zumachen hier oben, aber boah, es ist... Ich habe auch nur so auf diesen... ...mini... ...Absatz da... Das ist ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Das Volk liebt euch, mein Lord. Was, müssen wir noch die eine oder andere Strandbar öffnen dann? Ah, ich werde schon beschossen. Ja, geil. Ähm... Die beiden arbeiten mir bitte mal mit Ballisten, um mir Gefahren gleich früh wegzuschießen. Bitte, danke. Was wünscht ihr, Lagerungsgeräte bemannt? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Tribok, bereit, Sire. Ah, hier ist... Hier schießt eine Balliste, das ist ein... Hm. 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 Och, der wollte gerade Steine abgeben. Da schießt die Mange. Die Mange würde mich wohl nicht anschießen, aber die Balliste schon. Ah, shit. Ah, shit. Da geht's schon los. Ist gerade mal die erste Armbuslieferung reingekommen. Wie kann das sein, dass die so schnell schon angreifen? Bisschen uncool für meinen Geschmack gerade. Ich hab nur einen zurückbekommen. Ah, jetzt kommen auch schon die ersten Mäucheln, oder? Äh, ja, ich glaub, da kommen wir an dem Neustart nicht rum. Okay, merken wir uns, dieser Steinbruch hier ist Bates. Den brauchen wir nicht, den sollten wir gar nicht brauchen. Die Getreidefarm, so schön sie wäre, die wird mir wahrscheinlich auch nichts bringen. Aber vielleicht ganz knapp allerhöchstens. Ähm. Ja, das da drüben wird uns komplett denied. Das heißt, das können wir vergessen. Also, ich leg mich auf einen direkten Zweikampf mit dem Vasiaren, aber mit fast zehnmal so viel Gold... Ne, mehr als zehnmal so viel Gold, werde ich nicht weit kommen. Da links ist überraschend ruhig. Aber ich könnte trotzdem was vorbereiten. Das heißt, ich hol mir meinen Stein von da drüben. Aber da rechts, den Steinbruch, das ist Bates. Das ist, das ist wirklich so eine trial and error Nummer. Das müsst ihr dann da rausfinden in der Praxis und, ähm... Müsst du draus lernen. So ein bisschen rohgleichmäßig. Ob ich die Getreidefarm halten kann, wird sich zeigen. Das muss ich ausprobieren. Jetzt macht es mir auch die Eisenfarm hier kaputt, aber die könnte ich beispielsweise halten. Ich meine, ich könnte... Ich glaube, selbst wenn ich noch weiterspielen will, ich komme dazu nicht mehr viel. Ah, das war's schon. Okay, da brauche ich gar nicht erst zu laden. Dann muss ich mit diesem Wissen nochmal neu starten, weil die gesamte rechte Seite überhaupt zu bebauen war quasi ein Fehler. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Getreidefarm mit Molkerei tauschen, das wird nicht funktionieren. Hier passt leider keine Getreidefarm hin. Und hier passt keine Käserei hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ich meine, ich kann es euch mal kurz präsentieren. Machen wir mal... Äh, super. Jetzt ist hier das... Ja, okay, das kann ich euch beim Neustart zeigen. Äh, sollen wir nochmal einen Namen ändern? Oder... Komm, einmal machen wir noch so normal, wie es ist. Okay. Dann nochmal. Nochmal. Nochmalus der Spassus. Fangen wir diesmal gleich mit dem Konzsprecher an und machen schon mal gleich die ersten Steuern. Holen wir uns auch mal die ersten Bäume. Holen wir die Bäume hier. Du bleibst mal schön weg. Getreidefarm kann ich hoffentlich ein bisschen weiter... Weiter hinterher, so geht nicht. So kann ich... Kann er vielleicht hier und da ein bisschen arbeiten, ohne abgeschossen zu werden? Ähm... Dann ist es wichtig, dass es hier anfängt. So, wie war das nochmal? Erstmals Torsten... Ah, ich brauche es mal... Ich brauche es mal Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. In der Mission brauchst du wirklich keine Challenge. So... Gut. Einmal hier, bitte. Einmal da, bitte. Einmal das Stein zu Hause, bitte. Dann nochmal Stein zu Hause hier. Da kann ich sogar zwei machen. Wir müssen alles an Ressourcen nehmen, das wir kriegen können. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. So, die ersten Armbrüste bitte ran. Ich bin gerade überlegen, ob es sinnig wäre. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Mit... negativen Angstfaktor zu arbeiten, oder nicht? Dann könnten wir zumindest mehr aus den Armbrüsten schöpfen, aber ansonsten haben wir leider nicht so viel, wovon wir profitieren könnten. Positive Angstfaktor wäre aber auch nicht unbedingt... Schwierig. Fragen über Fragen. Eure Beliebtheit sinkt. So, da ist unsere Steinlieferung zumindest schon mal gesichert, halbwegs. Hoffe ich zumindest. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Gehen wir mal an, dass es gesichert ist. So, Beliebtheit sinkt noch, aber das darf sie ruhig. Wer bin ich, mich zu beschweren darüber? Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ja, dann glitsch dich halt weg, Mann. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ernsthaft jetzt. Der kommt nochmal neu, oder? Der kommt nochmal neu. So, da hat er sich so ver... Guten Morgen, eure Lordschaft. Wir werden überfallen. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich mach die ganzen Ochsen doch nochmal neu. Okay, jetzt haben wir den richtigen erwischt. Okay, Pech weg, bitte. Ihr habt nicht genügend Güter. Bis Holz kommt, vergeht noch ein bisschen Zeit. Deswegen hole ich mir nochmal einfach den Start. In dieser Richtung bleibe ich dabei, dass ich jetzt hier meine Verteidigungslinie aufbaue. Das kann so bleiben, wie es vorher war. Ist in Ordnung. Dann brauche ich nur schnell genug meine Verteidigung. Ah, glitsch weg. Nice. Zumindest nicht mehr sichtbar. Dann glitsch doch zu netto. Schütz deinen Steinbruch und farm mit Mauern. Also den da drüben, das wird schwierig, das richtig zu machen. Aber es wäre eine Idee. Na gut, jetzt kriege ich die nicht mehr platziert. Na, ich lasse es lieber erstmal. Aber hier, bei der Farm hier eine Mauer zu platzieren, wäre eine gute Idee. Um zu sagen, ich hoffe, dass die Mange da nicht hinschießt. Aber das wäre, glaube ich, ein ganz guter Pfeilschutz. Für die Getreidefarm, das hier funktionieren kann. Wenn das die Getreidefarm besser funktioniert, bin ich echt ein bisschen angetrieben, eventuell doch mit einem negativen Angstfaktor zu arbeiten. Aber schauen wir erstmal. Ja, wisst ihr was? Das ist so ein Grundsatz, den würde ich nochmal speichern. Speichern. Nehmen wir einfach den Glitsch und schieben ihn, woanders hin. Exakt so sieht es aus. Okay, Bäcker. Bäcker. Bleckenbäcker. Damit warte ich. Okay. Tasten wir uns mal vor. Hallöchen, Pilaf. Soweit, alles okay. Wir sind schon beim ersten Neustart. Gut, okay. Man kann auch nicht gleich ahnen, dass der Steinbrot da drüben bett ist. Äh. Wir holen uns schon mal die ersten Harnische. Und ich würde allgemein schon mal die ersten Bogenschützen einfach raushauen, dass wir schon mal ein kleines bisschen Puffer haben für die ersten leichten Truppen, die mich überfallen wollen. Wir haben ja gesehen, das kommt ziemlich schnell. In Bewegung. Äh, die meisten kommen auch von dir. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Unerreichbar. So, mal rüber. Armbrüste werden gemacht. Du machst noch Bögen. Das kann ich mal gar nicht angehen. Wie war das nochmal, aus welchem Bundesland kommst du? Ich habe von der Aussprache von Becker überlegt, dass es so anders klingt. Äh, also ich wohne jetzt seit... 15 Jahren etwa in Bayern. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Mein Herr? Aber wirklich, Dialekte angenommen habe ich nie so richtig. Aber es kann sein, dass ich ein bisschen bayerisch aufgesogen habe. Passiv kann gerne vorkommen. In meinen ganz alten Videos hört man doch so leicht den sächsischen Akzent raus, weil ich da halbwegs frisch, ähm, umgezogen war noch von Sachsen nach Bayern. Eure Befehle? Aber ich habe das bis jetzt mit Dialekte auch immer nur so ganz passiv aufgesogen. Ursprünglich komme ich aus Bad Württemberg. Bad Merkentheim, um genau zu sein. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Und ja, in meiner Kindheit wurde viel umgezogen. Mein Herr? So, zack, zack. Euer Gnaden? Ich höre bei dir gar kein Dialekt. Also ich sag ja, ich bin dann doch ein bisschen... Wie können wir helfen? Hochdeutscher veranlagt. Ich kann aber... Ich bin mittlerweile ziemlich gut, Dialekte zu verstehen. Also zumindest, wenn jemand bayerisch redet, kann ich das meiste... ...aufnehmen. Bereits eure Lordschaft. Ich muss ja auch immer, wenn Smarty mal mitspielt, muss ich immer den Han Solo spielen. Und muss immer wie bei Chewbacca immer übersetzen für die Leute, was gerade gesagt wurde. Ah ja, guckt euch immer wieder an, den dreisten Lümmel. Das hat mir gleich gezeigt, dass da was frei ist. Bad Mergentheim ist ja fast bei... Ja, kann man auch so sagen, ja. Speichern. Denkt an die Feuerwehr auf den Torhäusern. Das ist eine gute Idee, aber aktuell würden hier wahrscheinlich eh noch nicht die Torhäuser hoch. Das würden sie erst machen. Übrigens, ich möchte euch mal zeigen... Hier, wie ich es mir dachte. Man kann hier keine Getreidefarm bauen. Die sind extra knapp so abgemessen, dass da nur Käse rein und Apfelfarm hinpassen. Das ist alles schon intended. So. Gelegt heute könnte besser sein, aber bald können wir auch das erste Bier raushauen. Oh, das ist ja wie abgemessen. Oh mein Gott. Das wusste ich natürlich genau, dass das sich so ausgeht. Das muss ich mal speichern, dass sie zu gut auskriegen. Zumindest optisch. Nicht unbedingt vom Fortschritt. So, dann hätte ich gerne... Schon mal zwei Ballisten, mit denen ich böse Katapulte wegsnipern kann. Den Rest lasse ich dann wahrscheinlich mit Mangen bemannen. Oh, hi. Ach, die wurden ja davon rekrutiert. Okay, nee, die kommen vor, mehr Sachen kaputt zu machen, nicht wahr? Eine Nachricht vom Kalifen. Die Belagerung muss beginnen. Lasst niemanden am Leben zur Stelle. So, Bier. Das lobe ich mir. Wir benötigen Holz. Okay, vielleicht brauche ich dich doch die Feuerwehr für hier drauf. Aber ich möchte mir da halt doch verdammt viele Bogenschüsse aus. Ich würde sagen. Mess, lass dich mal wegmessern, bitte. Ach, du liebe Zeit. Das ist gerade mal ein Angriff. Ich habe mich zu viel Zeit damit, Wirtschaft aufzubauen. Schleuderpower. Oh Gott, da wird irgendwo anders rekrutiert. Leute, du musst mal kurz runter. Oh mein Gott. Habe ich das... Ich meine, okay, diesmal habe ich den Kampf hier nicht. Wie schnell die kamen. Das ist Wahnsinn. Es gibt keine Möglichkeit, hier fertig zuzumachen, ne? Dass die Möchelmörder hier nicht durchkommen. Aber gut, die an der Seite war nicht das Problem. Nicht direkt. Okay, ich würde es bei dem Stand, wo ich gespeichert habe, nochmal laden wollen. In der Hoffnung, dass das was bessert. Ansonsten müssen wir nochmal neu starten. Das war noch kurz, bevor ich die... Ah ja, bevor ich hier den ganzen Handel gemacht habe. Ist in Ordnung. Alter, alles teuer gerade. Schleuderschützen mit rüber. Oh Gott, da kommen sie schon. Ich glaube, ich bräuchte auch Schilde hier oben. Fussiert euch mal auf eine. Das ist ja mal richtig durch. Ich glaube, ich habe einen zu späten Punkt gespeichert. Da bin ich ein bisschen lost. Was muss ich... Wie viel schneller muss ich die eine... Ich brauche viel schneller, viel mehr Bogenschützen für das Early. Aber selbst das würde mich nicht wirklich retten. Äh, Hände da. Das Problem ist, das ist leider nicht die gleiche Karte. Viele Sachen würden hier nicht funktionieren. Die in der Original-App funktioniert haben. Hm. Kann ich diesen Stand wirklich noch retten? Ich meine, dass hier drüben... Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ansonsten muss ich eins früher laden. Ihr habt nicht genügend Güter. Was soll konstruiert werden? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Das Problem ist, die Meuchlmüter auf der linken Seite werden wir schon die ganze Wirtschaft wegrasieren. Ich kann da nicht viel machen. Selbst wenn ich mich jetzt voll auf die Front konzentriere und das schaffe, mir wird halt alles quasi zerstört. In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zur Neige geht. Bogenschützend bereit. Mein Bogen ist Eure. Der darf uns zählen. Moin. Eine Nachricht von Nasir. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Gefällt es euch, wie eure Burg über euch zusammenbricht. Müssen wir mal auf den Turm, der geschützt ist. Bitte, danke. Schild bereit. Eure Lotcher. Gott, die Menge an Feuerbelisten. Das sind drei Stück. Sie werden euch niederstrecken. Natürlich ist jetzt hier zu. Oh ja. Kommt man mit hier ran. Hier, ne, die kriege ich nicht abgewehrt. Aber links brauche ich vielleicht erstmal nur Schleute schützen. Das könnte eine ganz nützliche Lektion sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. Flammenwerfer links aufs Tor. Ja, das wäre halt eine Idee. Ich frage mich eh. Warum kann man hier nicht zu... Okay, man kann hier hinten zumachen, aber mit auch nur einem Stick. Hm. Ich meine, klar könnte ich hier... Ja gut, aber um die Flammenwerfer zu platzieren, dafür müsste ich weiter vorne laden. Ja, wir müssen weiter vorne laden. Das geht leider nicht anders. Das war hier, wo ich gerade das platziert habe. Ja gut, okay. Damit kann ich leben. Das habe ich noch ein bisschen Spielraum. Schauen wir mal, dass wir früher Geld ranbekommen. Ich mache mal noch mehr Bogenschützen. Und zwar einmal hier. Dann mache ich... Das hier. Ihr kommt rüber. An die Stelle. Dann machen wir hier die Käsefarm. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Belagerung möge beginnen. Lasst niemanden am Leben. Kommt jetzt schon der... Warum ist so wenig Zeit vergangen seitdem? Warum kommen die jetzt... Warum habe ich gar... Hä? Das ist doch... Das ist jetzt gerade mal 10 Sekunden vergangen seitdem. Kann das sein? Okay. Jetzt ist... Ich habe gar nicht die Zeit da. Ich habe nicht mal die Zeit. Unsere Schatzkammer lehrt. Ja, da kommen sie schon. Das war ja gar keine Zeit im Grunde. Ähm, okay. Nee, ich glaube, das müssen wir neu starten. Ich habe eine Nachricht von Vasir. Von eurer Zerstörung. Atemat schon lange. Nun ist die Zeit gekommen. Burggräben. Nee, habe ich auch schon probiert. Man kann hier mit nichts versperren. Man kann hier keine Burggräben hinmachen. Man kann hier keine Tor... Äh, kein... Burggräben funktionieren nicht. Ähm... Mauern funktionieren nicht. Man muss hier offen lassen. Das geht gar nicht anders. Leider. Bis auf diese eine Mini-Stelle da hinten. Aber das würde ich auch nicht wirklich Schutz nennen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder nicht. Aber es ist so, dass man da nichts zumachen kann. Ähm... Also gehen wir wahrscheinlich drauf. Ja. Nee, das müssen wir leider nochmal... Ich fand es so schön, wie ich meine Platzierung da gemacht habe. Aber es geht nicht anders. Wir müssen das neu starten. Okay. Wir brauchen viel schneller... Ne... Feuerwerfer auf der linken Seite. Das bringt aber auch nur was für die Paar, die dann sich da aufstellen. Hm. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. 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 Häuser, den Marktplatz. Ich weiß nicht, ob ich den verteidigen kann. Nee, ich würde nicht mal richtig eine Mauer hinziehen können. Nee, ich lasse es lieber. Das würde eh nicht funktionieren. Ich sehe das schon mal voraus, soweit. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Okay, ich komme und spreche hier hin. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ambusmacher hierher. Dann die Waffenkammer. Dabei bleibe ich noch. Grundsätzlich spricht ja nicht so viel... Hier brauche ich erstmal wirklich nur Schleuterschützen drauf. Das würde für den Start wohl reichen. Eisen nehme ich auf jeden Fall auch mit. Wird alles benötigt. Die Steine zu Hause nehmen wir ebenfalls mit. Und das ist dann wahrscheinlich mein Start, so die ganzen Ressourcensachen aufgebaut zu haben. Bei dem ich sagen kann, dass wir da mal speichern jetzt. Wenn es auch noch ein, zwei... ...Pfeilmacher dazukommen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ist das für den Start okay? Kirche ist eine schlechte Idee. Wir holen mal hier noch ein bisschen was rein. Das Volk liebt euch, mein Lord. Dann möchte ich mich gerne... Das fühlt sich halt immer so nach Fleißaufgaben an. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir benötigen Holz. Das immer wieder, den Stadtaufbau zu machen. Deswegen würde ich jetzt mal gerne so ein Stadtlayout... Da kann ich jetzt wohl... Da kann ich jetzt auch nicht so viel anders machen, außer dieses Holz nicht zu verschwenden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Verkaufen. Ihr habt nicht genügend Güter. Verkaufen. Ihr habt nicht genügend Güter. Ein bisschen hier verkaufen nochmal. Um mehr Stadtbuß zu haben. Dann mache ich auch schon mal die Schenken. Das soll nämlich auch schon mal funktionieren. Nicht genug Leuten. Das speichern wir mal als Standardaufbau jetzt. Wisst ihr, was ich nenne das jetzt? M80 Startaufbau. Das wird das zumindest nicht immer wieder machen müssen. Was in den Graben, der zur Farm führt... Kannst du Wassergraben ausheben? In den Graben, der zur Farm führt. Da jetzt, oder wie? Ah, verstehe. Das schützt die Farben aber leider auch nicht vor Pfeilbeschuss. Der Gegner kann ja da... Gut, Wassergraben zählt wohl nicht als Exploit, ne? Dann müssen wir mit Wassergräben arbeiten. Alles klar, dann machen wir das mal. Die anderen Stellen... Das ist aber... Ich habe meine großen Sorgen, damit jetzt Wassergräben zu machen, weil... Ja... Partiell könnten wir das machen. Aber das ist ja nicht der einzige Zugang. Und ich kann an den anderen Stellen ja nicht zumachen. Und solange ich das nicht machen kann... Ist das ja... Außer... Außer... Ja doch, vielleicht... Wartet mal, wartet mal, wartet mal. So. Da. Ich hätte halt gern... Na gut, okay. Vielleicht mache ich einfach so mit dem Tor auszu hier. Okay, weißt du was? Dann tue ich meinen Stadtaufbau mal laden. Genau, danke. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. So. Und kann ich hier vielleicht irgendwie zumachen? Okay, hier kann ich zumachen, ja? Gut. Okay. Dann geht das zumindest. Immerhin. Und dann könnte ich hier eigentlich hoffentlich auch zumachen. Oh Gott. Zumindest... Vielleicht mit dem Burggraben erstmal. Ich muss da so schnell nicht hinter. So, so, so. Äh... Ja, und dann eben ein bisschen Mauer. Was ein Krampf. Es werden Rekruten benötigt, Seier. So. Ich meine, hier hinten haben wir schon mal zu, dass die da zumindest schon mal nicht durch wollen. Das ist schon mal ein... Das ist schon mal hilfreich genug, dass ich damit vielleicht sogar mit diesem Wissen die letzte... Der letzte Missionsstand vielleicht sogar schaffen könnte? Fragezeichen. Ne, gute Frage. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Hier schicke ich mal Schleuderer rüber. Hier machen wir Graben. Ganz leichter Graben wird noch bleiben, wenn ich da noch eine Schutzmauer davor mache. Also ich mache eins noch hinten. Oh ne, das hätte weiter nach hinten, wäre es nicht gegangen. Okay, haben wir nochmal mit Sklaven ran. Gut. Jetzt müssen wir erstmal eine Stunde lang mit Wassergräben herumexperimentieren. Ja, ich glaube da in die Richtung geht es wirklich. Erst der Armbrust schützen, auch wenn die sehr langsam kommen für meinen Geschmack. Das könnte ich ein bisschen schneller. Und der siebtgrößte Herrscher. Das Volk liebt euch mal. Unsere Schatzkammer lehrt sich. So, mehr Geld bitte, danke. Namen. Hoffen wir mal, dass Stein reinkommt. Und die anderen Ressourcen kommen auch ein bisschen was dazu. Bevor ich jetzt Bogenschützen kaufe, muss ich das Geld nochmal Armbrust schützen. Mit denen habe ich halt viel, von denen habe ich einfach viel mehr. Aber ich hätte auch gerne Baumeistergilde. Mit ersten Schilden. Das geht nicht anders. So, dann noch mehr Schleudere für links bitte. Ihr, oh ne, wo kommt ihr denn jetzt schon her? Das war ja quasi gar keine Zeit, bis die da waren. Ja, geil. Die kommen noch schneller als letztes Mal. Warum? Ist die wegen der Farm gekommen? Äh, oh, jetzt gehen die wieder den gesamten. Och, komm schon. Ist das blöde? Ich- Ich müsste mich nach 30 Befehlen immer noch unbedingt runter zum Sammelpunkt begeben. Nervt mich auch immer. Ähm. Ja, schön. Ich kann das hier machen. Man rückt dem Lord zu Leibe. Herrland, eine Hacke. Schild wird neu positioniert. Es werden Rekunden benötigt sein. Zur Stelle. Eine trägliche Auferlust. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay. Eins, zwei, drei. Mach doch mit Mauern bei Eisen und Stellen. Da drüben, ich kann keine Mauern machen. Da drüben geht's nicht. Also, wenn du meinst, hier drüben, man kann hier nicht zumachen mit Mauern. Das funktioniert nicht. Das sind komplett unbebaubare Stellen hier. Leider schon probiert. Die Hoffnung hatte ich auch mal. Ich war auch mal so jung und unschuldig. Und war der Illusion erlegen, dass man da links irgendwas tun könnte. Ja, ein Livestream heute. Richtig. So, jetzt kommen da zwar Sklaven, aber das kriegen wir soweit abgewählt. Hallo, Kalif. Schön, dass du da was aufbaust. Das ist eine Nachricht von Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Jetzt kommt der erste Angriff. Ja, wir haben 17 Armbrustschützen. Waffen geschultert. Bereits eure Lordschaft. Eine Nachricht von Vazir. Von eurer Zerstörung ahnt man schon lange. Nun ist die Zeit gekommen. Morna. Euer Gnaden? Wie können wir helfen? Zur Stelle. Okay, ich hab selbst ein paar Schleudere, die oben schön schießen. Und los! Schild wird neu positioniert. Schild bereit. Eure Lordschaft. Jetzt mal ganz geschillt hier. Da rechts kämen noch Meuchelmütter durch. Da kämen da noch welche. Eventuell auch nicht. Okay, die sollten wir abgewehrt bekommen. Dennoch gibt es etwas, das ich sehr gut heißen möchte. Und das ist... Ballisten hier oben. Um mal was gegen die Katapulte zu haben. Eine Nachricht von Nasir. Ich bin keine Nachricht von Nasir. Vergiss das. Oh Gott, da drüben. So, zwei Ballisten zum Snipern. Ich kann später noch andere Türme platzieren. Hoffentlich. Platztechnisch könnte das besser aussehen. Okay. Ein paar Bäume bleiben hoffentlich noch eine Weile. Mal ran mit euch und mal weiter buddeln, bitte. Schaffen wir die 500 Zuschauer oder doch die 69 Likes? Gucken wir mal. Vielleicht ist ja beides drin. So, ja, jetzt kommen die vom Nizar tatsächlich hier lang. Weil links zu ist. Hier leider noch nicht, weil so weit kam ich noch nicht. Das nenne ich Fortschritt. Leider kommt die jetzt ein bisschen überraschend weit durch. Bitte, liebe Schleuderer, ihr bleibt jetzt mal hier. Und macht weiter euer Schleuderding, bitte. Hm. Okay, ich scheine das hier zu halten. Da kommt... Ne, die kommen trotzdem da links lang. Wie viele sind denn das? Apropos, wie viele sind denn das? Wie viele Katapulte schießen da eigentlich gerade? Balliste, wir geben unser Bestes. Eine Nachricht von Nasir. Stinkender Odem des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Das ist Mauer, er kamen die Mauern, Sire. Lasst mich raten. Da drüben natürlich, nicht wahr? Eine Nachricht vom Emir. Dieser Krieg ist ermüdend. Ihr seid ermüdend. Ich werde euch ein für alle Mal ein Ende bereiten. Oh Gott. Und los! Name! Eine Nachricht von Richard Löf. Ach, Richard kommt jetzt auch noch. Ich habe aktuell noch nicht wirklich viel Wirtschaftskraft, leider. Deine Mutter ist ermüdend, ja. Genau. Ah, tschüss Getreidefarm. War schön mit dir. Eine kurze Zeit, die es gewährt hat. Ich sag's euch, die ganze rechte Seite ist Bait. Oh, ähm, Drakuis, der Best. Dankeschön für deine Mitgliedschaft und willkommen als Herzog auf dem Kanal. Ei, ei, ei. So, mal weiter ran. Mal weiter Verstärkungen, bitte. Wir brauchen mehr im Hinterland, was mir jetzt noch schießt und unterstützt. Hier hält hoffentlich noch ein bisschen. Wir müssen die Katapulte abschießen. Wir haben sehr viel zu tun. Tut mir leid, wenn ich dann heute... Das ist natürlich nicht unbedingt so geeignet für den Livestream, dass ich jetzt nicht so viel auf den Chat gucken kann, weil... Einfach so viele Dinge... Selbst auf 10er Spieltempo passieren einfach so viele Dinge. 1, 2, 3, 4. Kriege ich jetzt mal einen Sammelpunkt hier hoch. Ist mir egal. Leute, kümmere dich mal bitte um die Gäste. Oh Gott, zerschießen die mir die Türme. Ich glaube, ich kann das mit den... Ich meine, wie schnell müsste ich anfangen, diesen Burggraben zu buddeln? Viel zu schnell ist die... Ne, 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 ne. Kommt auch viel zu viel. Müssten wir zu dem Zeitpunkt schon zu haben. Ich starte nochmal beim Stadtaufbau. Okay. Das ist ja soweit gut. Vielleicht müssen sie links anfangen, die Sklaven, dass ich eine Chance habe. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Hm. So, einmal hier und einmal da. Dann hätten wir hier zu. Ihr fangt mal da drüben an, weil das war so der große Punkt, wo es dann nicht geklappt hat am Ende. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Oh, Murna. Den Graben rechts kann ich dann immer noch machen. So, ich mach das Tor erstmal so. Dass ich genug Platz habe, den Turm zu errichten und den Turm auch mit Schutz auszustatten. Und zwar am besten mit Mauer-Plus-Zinne. Das würde mir mehr Zeit verschaffen. Dass das auch lang genug hält. Rest zu kann ich immer noch später machen. Das ist der Turm, der am meisten beschädigt wird. Von daher muss der auf jeden Fall geschützt werden. Da hab ich schon aufgebaut. Okay. Hier hab ich auch gemacht. So, dann buddelt mir mal schön und fleißig, auf das der Burggraben hier stehen möge. Zugbrücke kann ich jetzt hier machen. Nicht machen, aber damit gebe ich mich zufrieden. Aber die Tatsache ist die, wenn der Burggraben hier komplett steht, werden die Meuchelmörder den einzigen Weg langkommen, den sie kommen können. Und das ist der links. Das wird ein Problem. Das wird echt ein Problem. Ich könnte ja ein bisschen... Das einzige, was ich da machen könnte, ist Feuerwehr vor drüben zu platzieren. Ich muss mal die ersten Armbusschütze dran, dass die schon mal ein bisschen besetzen. Dann hätte ich auch gerne wieder einen Mann-Baumeister. Nötiges Holz vorhanden. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. So. Wir werden überfallen. Waffen geschultert. Schilde, bitte. Bitte. Bitte was? Was kommt denn jetzt schon? Hä? Die kam doch vorher nicht. Warum ist hier jeder Rand gerade anders? Es werden Waffen benötigt, Seier. Letztens kam mir die Meuchelmöder. Jetzt kommen plötzlich Sklaven in der Früh. Zur Stelle. Achtung! Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Oh, ne. Komm. Tut mir das jetzt nicht an. Sag mir bitte, dass ihr die abgeschlossen bekommt. Mit Vergnügen, Herr. Ansonsten stecht die bitte ab. Los. Schild bereit, eure Lordschaft. Dankeschön. Okay. Speichern wir. Genau, wie Tobi schreibt. Wir spielen die überarbeitete Version 80 mit aggressiver KI und neuer Map. Also, wenn ihr, wenn ihr auch Lust habt, eure Lebenszeit zu verkürzen aktiv, dann, erster Link in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch auch das Paket runterladen. Ist zwar nicht ärztlich empfohlen, aber, für alle Masochisten, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Äh. Wer bin ich, das Leuten vorzuschreiben, worauf sie stehen sollen? So, hauen wir mal mehr Amperschützen raus. Am Anfang da hin, Lordazzenk nutze ich schon aktiv, Drakon. Äh, Drak, Drakiros, so rum. Den Lordazzenk habe ich auch schon immer wieder mal eingesetzt, aber zu weit vor wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber ich kann mal ein bisschen weiter vorhauen. Oh, jetzt ist hier fast zu, ne. Das sieht schon mal gut aus. Da links muss ich aber trotzdem mal aufpassen. Da hole ich jetzt mal eine ganz gute Nummer an Schleuterschützen, die mir da links erst mal verteidigen. Zusammen mit einem... Am-Au-Dukum. Waffen geschultert! Wir werden überfallen! Kannst du mich mal beeilen mit einem komischen Bottich in der Hand? Dankeschön. Wir benötigen Gold. Kein Gold. Kein Gold ist schlecht. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Mh. So, dann... Ludwin, der Friseur, macht euch allen graue Haare auf den Kopf. Hey, ich meine ganz ehrlich, wenn man sich die Haare ausreißen braucht, muss man nicht mehr zum Friseur. Ich mache nur... Ich helfe nur, Friseurkosten zu reduzieren. Andererseits, ich glaube, der Bundesverband der leitenden Friseure ist bestimmt nicht sehr amused darüber. Die protestieren aktiv gegen diesen Kreuzzugmarsch. Wir werden überfallen! So... Ach Mensch, ja, schön, stimmt. Mein Weizentyp wird abgeschossen die ganze Zeit. Euer Gnaden? Was soll konstruiert werden? Belagerungsgeräte bemannt. Geräte? Eure Beliebtheit steigt. Ah, es kommen noch mal Stein rein, sehr gut. So. Bitte mal hier ein bisschen zumachen. Dass die Farm in Ruhe gelassen wird. Dass die hoffentlich nicht so schnell... Hier der Farmer abgeschossen wird, der dahinter steht. Maulai? Maulai? Entschuldigung, der Mann hat eine Frage gestellt. Achtung, gerade gesehen, links an der Mauer kann man durchlaufen. Okay, warte. Tatsache. Das ist ja mal... Oh mein Gott, wieso sind die... Warum sind die Möchelmeer der Letztens da überhaupt... Okay, da muss man auch noch zu machen. Ah, jetzt haben wir das mal gehört. Okay, das muss ich mal speichern. Das ist mal ein Fortschritt. Ich habe vor über zwei Jahren den kompletten Kreuzzugmarsch nur mit arabischen Einheiten angefangen. Vor ein paar Wochen habe ich ihn weitergemacht. Bisschen 80 war nicht lustig. Die neue Bisschen 80 nur mit arabischen Einheiten kannst du, glaube ich, vergessen. Ich glaube, das ist... Das ist diesen Wunsch kann man sichern. Aber ja, so... So, Vanilla? Das wäre ja auch eine interessante Challenge. Werde ich die im Laufschritt spüren? Ich werde die Hitze deines Atems in meinem Laufschritt spüren. Einen Moment kurz. Wir benötigen Steine. Dürfte ich ein Veto einlegen. Wir benötigen Steine. So, jetzt mal gespannt, ob der links... Weil links ist die einzige Stelle, wo ich nicht mehr... Selbst wenn ich es wollte, ich kriege da ja nirgendwo einen Burggraben. Ich hätte ja... Allerhöchstens... Ja, wenn die Bäume hier weg sind, könnte ich vielleicht unter Umständen da links noch was aufbauen. So, da ist auch zu, ja? Sehr gut. So, ich... Sehe einen Triebock. Okay, da kommen die Kameraden. Aber denen wünsche ich jetzt viel Spaß. Wenn der Feuerwerfer hier seine... Seine Nummer macht. Ja, sehr gut. Kommt jetzt alle da drüben lang? Genau, habt ihr die Maut? Habt ihr eine Maut? Der Feuerwerfer einfach dasteht, so als der Overseer hier. Ja, die kommen gefährlich hoch. Die kommen hoch. Naja, die kommen hoch. Das ist nicht gut. Die rasieren da jetzt einmal den gesamten Bereich durch. Und ich kann meine gesamte Wirtschaft da vergessen. Ja, jetzt kommen halt die ganzen Meuchelmörder da langweilig da drüben. Ich möchte es mal wissen. Könnte ich vielleicht, wenn ich es wirklich drauf anlege? So würde es gehen. Wir haben ein Torhaus verloren, meiner Art. Hm, hm, hm. Geht mal weg, Kind. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das ist nicht euer verdammter Ernst. Och, Mann! Meine Männer sind schneller als der Wind und leiser als die Schlange. Ihr tut also recht, wie zu fürchten. Ich darf hier nirgendwo buddeln. Kann das sein? Eine Nachricht vom Kalifen. Alter! Sie kreisen über eurer erbärmlichen Urge. Ja, so viel zu dem Plan. Nee, geht leider nicht. Aber, aber, so, vielleicht. Okay, ich habe eine andere Idee. Aber, das ändert doch nichts daran, dass, ja, selbst wenn ich, selbst wenn ich es andersrum in die Richtung ausgerichtet mache, die Seite wird ja trotzdem offen bleiben. Nee, ich muss damit leben, dass Links die ganzen Möchelmöder lang kommen. Was ich daraus mache, aus dieser Info... Schauen wir mal, würde ich sagen, ne? Ähm, ich brauche auf jeden Fall einen Feuerwerfermeer da drüben. Ich bräuchte noch irgendwas, was Support leistet. Wenn die Sonne am höchsten steht, werdet ihr die Hitze meines Atems spüren. Support leistet, meine ich, dass ich ein paar Anbruchsschützen bräuchte, die hier... Eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Wurde. Noch mithelfen auf dieser Seite. Kann man den Kies eigentlich wie Stormwind eins durchmauern, aufbauen und umbauen und umflügen? Hm, das ist eine gute Frage. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Bitte zur nächsten Frage, überzugehen. So. Jetzt habe ich halt nicht ganz so viele Anbruchsschützen hier, aber die da drüben können ja auch mithelfen, so ist es nicht. Ähm, kommt der... Der zweite Feuerwerfer kommt noch. Der ist vielleicht auch rechtzeitig. Zwei Feuerwerfer sind schon mal einer mehr als ein Feuerwerfer. Danke, danke. Ich habe gern geholfen. Ich könnte natürlich auch... Ich meine, das Tor ist eh nur dafür da. Ich kann trotzdem nicht am... verhindern. Da kommt ein bisschen, ein ganz kleines Millibisschen zu spät. Löff der von hier. Ich werde euch niederstrecken. Ich werde euch niederstrecken. Puh. Ne. Es ist Zeit, die Schmeißfliegen zu laden. Der Meinung bin ich auch. Könnte ich das so machen? Würde mir das ein bisschen Zeit verschaffen? Könnte man von hier außen gleich ein bisschen besser verteidigen mit Feuer? Ich habe keine Ahnung. Aber wir kriegen auf jeden Fall mehr Leute drauf. Das ist schon mal was. Eine Nachricht von Nazir. Langsam und unsichtbar wird der Tod über euch kommen. Zer nach oben, Gidalik. Wie du musst, klar. Eine Nachricht vom Kalifen. Mein Sieg ist nahe. In der Wüste wird Blut fließen. Noch ehe der Tag zur Neige geht. Ein bisschen mehr Pech kann ihr auch helfen. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Achtung! Ich werde euch niederstrecken. Was hier? Chiropraktiker. Sehr gut. Vorhin. Bereits, eure Landschaft. Bitte kieb. Na, nur dahin, Brun. Hm. Ne. Ah, kann es ja mal probiert haben. Man wird ja wohl träumen dürfen. Ich meine, statt ein Torhaus hier einen Turm hinzumachen. Ja gut, okay. Wie viel bringt mir der Turm? Die könnte einfach hochlaufen. Okay. Oh ne, jetzt laufen die da links rüber, weil ich auch... Nö, verdammt nochmal. Jetzt bringt mir mein Pech doch gar nichts. Jetzt kann ich hier nicht richtig anzünden. Meine Güte, ey. Ah, jetzt funktioniert es zumindest in der Hinsicht. Ach nee, jetzt kommen die alle von da. Och, komm. Okay, okay. Okay, dann lasse ich das mit dem Mauerstücken. Dann mache ich hier drü... Ich kann hier gar keine Mauerstücke machen. Ich kann hier ein Mauerstück machen. Äh. Äh. Ja, eine Nachricht von Nasir. Langsam und unsichtbar wird der Tod über euch kommen. Okay. Jetzt noch mal. Eine Nachricht vom Kalifen. Wow, das war eine Menge Pech. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle. Vorwärts. Ich sehe schon, die wir sonst woher richtiger Spaß haben. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Okay. Betreideform scheint zu arbeiten. Wir werden überfallen. Wir benötigen Steine. Achtung und los. So. Wirtschaft sollte mal im Idealfall noch weiterlaufen. Wir schauen noch mal, dass wir... Genau, laufen wir außen rum, bitte. Danke. Nein, bleibt mal offen. Da sollen noch die Schleudere hoch. Liebesgrüße von Dr. Schleude. Die laufen einfach... Ich kriege die Krise. Hau doch ab. Könntest du jetzt bitte mal... Danke. Oh ja, das wird gleich viel effektiver, das Feuer. Oh ja. Ja, das sieht schon mal besser aus. Hier drüben noch alles senkrecht. Schauen wir gleich mal. Ja. Ich brauche mehr Harnesche in der Eigenproduktion. Rein biologisch abbaubar, bitte. Die Karte sieht unterschiedlich. Ja, das ist eine andere Map. Die ist überarbeitet. Viel mehr Motivationsfaktor. Äh, da haben wir noch einen Triebbock. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier treffen kann. Das brennt jetzt eine ganze Weile. Da liegt es schon. Hört das Feuer auch irgendwann mal auf. Harnen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Nürzt eure Leisten. Schärft euren Stahl. Bald werdet ihr auf die Probe gestellt. Ihr seid der Sieger. Ach, jetzt ist hier offen. Herzlichen Dank, liebe Sklaven, zu was aufbuddeln. Oh Mann. Wir müssen das wieder zubuddeln dann später. Lordi, begegne ihnen wie ein Mann. Also nicht so weg. Ich brauche mal mehr Schützen hier. Jetzt kommt halt bald noch Richard. Ja. Und bei euch so? Wenn ich zu sehr auf links aufpasse, dann wird mir die Mitte überrannt. Das ist eine Mission, die kann man mit einem Dreier-Koop spielen. Da brauchst du jeden Spieler für eine Seite. Oh, die gehen wir zurück auf den Bergfried. Okay, da bist du mit am Seegesten. Ähm. Ich hatte eh nie vor, dich dauerhaft da unten hinzustellen. Kommen sie halt alle durch. Äh, da kam gar nicht dazu. Alles klar. Äh, ich glaube, ich brauche hier gar nicht zusätzliche Schleuderschützen. Das ist halt unglaublich schnell aufgegraben hier. Ich brauche einfach nur das größere Feuer. Mehr brauche ich gar nicht, um hier zu verteidigen. Wir müssen die Front besser verteidigen. Ihr habt nicht genügend Güter. Achtung! Eine Nachricht vom Kalifen. Die Belagerung möge beginnen. Lasst niemanden am Leben. Konstruieren Belagerungsgeräte. Achtung! Wir benötigen Pech. Schild bereit, eure Lordschaft. Okay. Okay. Nein. So, drüben. Jetzt erstmal da rüber gehen und gut ist es. Ihr geht mal hoch, um hier zu passen. Da kommt doch der Bo... Könntest du bitte das Pech anzünden? Warum zündest du nicht das Pech an? Oh, jetzt ist es zu spät, oder? Ah, okay. Nochmal. Gut. In Ordnung. Irgendwann funktioniert es schon. Aber ich habe keine Feuerbeläste gebraucht. Jetzt fängt es an, dass man unkonzentriert wird. Jetzt schon. Okay. 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 Ihr habt nicht eine Nachricht von Nasir. Mehr Tömmel mit Ballisten. Hört sich gut an. Aber mit welchen Ressourcen. Also ich bin... Ich habe an sich nicht wirklich viel zur Verfügung. Lagerung möge beginnen. Lasst niemanden am Leben. Okay. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir das hier gemacht. Und genau hier würde ich jetzt mal sagen, wir speichern nochmal. Dass ich das nicht immer wieder neu mache. Speichern. Oh, neu laden und eintrinken. Jawohl. Mach lieber Burggra... Wie mach lieber Burg... Also ich weiß nicht, was ich mit dem Tipp mach lieber Burggraben anfangen soll. Ich habe gemacht, wo es zu machen geht. Mehr Burggraben geht leider nicht. Selbst die Burggraben-Kapazität ist auf Maximum. Mehr Burggrabigkeit geht hier leider nicht. Haltet halt... Ah, ja endlich funktioniert es auch mal von selber. Herzlichen Dank. Einmal den hier weg. Einmal die hier weg. Sklaven, die Burggeln sind ein Problem. Vielleicht kriegen wir es... Denite irgendwie. Alsobald die hier aufmachen, haben wir ein riesiges Problem. Okay, es wird denite worden. Immerhin. Sieht schon mal besser aus. Meine Dattelfelder vertrocknen. Meine Kamele werden immer dürrer und ihr... Nun zumindest kann ich etwas gegen euch... Okay, weitere Türme auf jeden Fall. Ballisten. Ich würde dann auch Mangen platzieren. Also die beiden sind erstmal zum Snipern da. Ich würde dann aber nochmal erhöhen. Und auch Mangen platzieren. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen Kampf. Seid ihr sicher, ihr habt den Mut dazu? Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Hier ein bisschen reparieren. Ach, hi. Wom lauft ihr einfach durch? Oh, die wurden aber echt gut abgewehrt hier. Das sollten die Sklaven sogar hinbekommen. Warum kommt jetzt alle hier lang wieder? Okay, was muss ich mich eigentlich... Eine Nachricht vom Kalifen. Na, ihr strabaziert meine Geduld. Ich werde euch zermeinen. Und Marsch. Schildbereit. Einmal weg. Zwei mal weg. Oh, dass das hier angezündet wurde, war gut. Nach dem Stream können wir uns in der Psychiatrie einweisen. Hm. Ich würde das gerne beneinen, aber ich glaube, ich kann es nicht. Wie viele Katapulte denn noch? Außer... Nein, 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 nein. Jetzt habe ich alles abgezogen. Hm, ich hasse es. Ach, ne. Hm, hm. Sowas Kleines kann wirklich komplett alles zerstören. Die kriege ich jetzt nicht mehr gescheit drauf und jetzt werden die durchgebrochen. Das sehe ich schon. Okay. Meinen Schluck trinken. Okay. Nochmal. Da links wird jetzt abgewert. Das finde ich gut. Nein, 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 ja, 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 ja. Okay. Alles klar, da haben wir es. Kriege ich diesen Tribok überhaupt zerstört? Ist die Frage. Das Katapultium ist auf jeden Fall auch weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum... Wo wurden mir jetzt da bitte Armbussschützen weggesnipert? Das gibt es ja nicht. Die machen jetzt auf, oder? Warum hatte ich letztes Mal das... Oh Gott, das ist ganz knapp hingehauen. Okay, das haben wir hinbekommen. So. Ich freut mich, dass du immer noch Videos machst. Vor zehn Jahren hast du schon geschaut. Nicht schlecht. So, die laufen immer noch durchs Feuer. Ich bin begeistert. Ich freue mich. Das speichere ich mal wieder. Jetzt wird gleich Richard angreifen. Das wird auch nochmal lustig. Wir sind gerade mal bei einem ultrafrühen Meilenstein angekommen. Also, wir sind anderthalb Stunden schon dabei. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, da kommen jetzt langsam ein bisschen viele durch. Aber sobald ich hier ein paar Armbussschützen habe, können die so ein kleines bisschen Backup geben. Ein Backus, Abus. Oh mein Gott. Bald werdet ihr auf die Probe gestellt. Schild bereit, eure Lordship. Halleluja. Wie überleben wir das? Sollen wir das überhaupt überleben? Dürfen wir das überleben? Ist Überleben überhaupt intended? Oh, da wurde aufgemacht. Warte. Ist hier offen? Ne, die wollen da links. Okay, die wollen da links lang. Macht es trotzdem nicht unbedingt besser. Oh, die wollen da rechts aufmachen. Oh, shit. Ich glaube, das schaffen die auch. Wird auch ganz knapp nicht. Aber jetzt gehen sie da drüben lang. Ja, da drüben haben sie jetzt aufgemacht. Herzlichen Glückwunsch. Komm mal ein bisschen zurück mit deinem Lord. Ja, Hilfe. Mein Gott, immer die Kamera. Schlag die Trommelbärs das Horn. Und wenn du zum Anmarsch direkt das Horn herriffst. Äh. Aktuell bin ich gerade sehr viel von hinten am Anmarsch. Wie gesagt, bei mir ist gerade sehr viel. Oh Gott, dieses Bombardement. Soll ich überhaupt... Ist es überhaupt sinnvoll, hier vorne eine Verteidigung aufzubauen? Bei dem, was hier alles schießt? Das kriege ich doch niemals gegengedrückt. Ich müsste... Haben wir meinen Bergfrieden, die Verteidigung einzintrigieren? Das funktioniert doch auch nicht. Wenn ich das Ding hier irgendwie anzünden... Na, guckt euch das mal an. Das ist doch... Das geht doch nicht auf konventionelle Weise. Der Beschuss ist zu stark. Da bräuchte ich... Wie viele Ballisten bräuchte ich, um das abzuschießen, bevor es mir essentiellen Schaden verursacht? Weil wir würden... Eine Mange helfen vielleicht. Ich würde es mal probieren. Eine Balliste haben wir zum Snipern. Das Ding hält eh nicht so lange durch. Vielleicht hilft es ja auf irgendeine Weise. Ich habe ja leider nicht die Ressourcen dafür, noch einen weiteren Turm dazu machen, um zu schützen. Das wird schwierig. Ich gebe mir mal eine Mange. Die Mange schießt mir mal grob in die Richtung, wo die ganzen Katapulte herböllern. Auf welche Distanz beschießen die mich eigentlich die ganze Zeit? Die schießen viel weiter, als mir meine anderen Belagungsgeräte hier überschießen könnten. Komplett durch. Was keiner geht, nicht hat er mehr Platz für Türme. Kleiner? Kleiner? Was meinst du mit kleiner? Ich meine, es ist kleiner, aber zu machen, dann wird die Wirtschaft halt sehr stark eingeschränkt. Noch weiter nach hinten, löst das Probleme nicht. Dann kommen die Katapulte einfach ein bisschen weiter nach vorne. Also, noch mehr Platz für Türme. Ich meine, ich könnte ja nach hinten natürlich noch Türme ausbauen, aber... Ich meine, ich könnte noch mehr Türme bauen, so ist es nicht. Aber ich brauche erstmal die Ressourcen, das anständig zu halten. Und ich muss erstmal gucken, dass ich die Türme, die ich überhaupt gebaut habe, überhaupt so weit schützen kann. Schießt irgendwie komisch dafür, dass du in diese Richtung schießen solltest. Die Gerber sind gerade alle am Arbeiten. Das bedeutet, da müsste bald ordentlich was reinkommen. Und zu siegen, musst du rauskriegen, warum die Steine so weit fliegen. Ja gut, die haben einen leichten Hügelvorteil hier. Wenn ihr euch das mal anguckt. Die haben so eine richtig schöne... Ich glaube, ich würde die Metabolisten noch nicht mal treffen da hinten, so wirklich. Die haben eine unglaublich geschützte Position, um mich mit Steinen zu bombardieren. Ich meine, selbst wenn ich mit den Türmen ein bisschen weiter zurückgehe, dann würden sie sich statt hier dann hier hinstellen. Dann werden die immer noch so geschützt. Schützen wir nochmal. Wie schaut's denn aus mit meinen Harnischen? Kommt da bitte mal irgendwann was. Ich bin da gerade überlegen, ob es sich lohnt für Stein und Eisen. Aber eigentlich lohnt es sich schon, wie ich finde, da vorne zu verteidigen. Ich meine, dorthin zu verteidigen, wird es nicht unbedingt besser machen. Dann kommen die trotzdem alle hier lang. Hm. Jetzt müssen wir überlegen, ob ich Harnische kaufen sollte oder nicht. Jetzt kommen die ganzen Sklaven, die mir höchstwahrscheinlich nochmal aufbuddeln, dass dann die ganze Menge durchkommt. Ich weiß nicht, was ich bei einem Neustart anders machen sollte. Ich habe das jetzt schon ziemlich optimiert. Also diesen Start da, klar könnte ich noch Minimalverbesserungen machen, aber das, dieses Ergebnis, was ich hier sehe, ist nichts, was man mit Minimalverbesserungen anders machen könnte. Ich muss komplett den Ansatz ändern. Aber, was für einen ich nehmen sollte, der Exploit frei ist, wüsste ich jetzt spontan nicht. Und los! Die defensiven Tribocke des Wolfs können bis zur Burgkrabben schießen. Ja, dann ist eigentlich, dann habe ich mich da, zumindest schon mal, habe ich da ganz gut. Ja, ich meine, das ist ja das nächste mit weiter Türme weiter hinten. Der Burgkrabben geht halt nur bis hierher. Hm. Es werden Waffen benötigt sein. Wollen wir erstmal mal schützen. Waffen geschultert! Bereits zur Stelle! Achtung! Ah, da kommen sie schon durch. Schild bereit, eure Lordschaft! Schild bereit, eure Lordschaft! Ich meine, ich muss dauerhaft auf die richtigen Leute snipern mit der Balliste, das ist auch noch wichtig. Wir geben unser Bestes! Ich muss sagen, die Ressourcen, die haben immer noch sehr viel im Hinterhand, also, also, es ist nicht so, dass der Druck jetzt sehr schnell abebben würde. Muss mich damit abfinden, dass die mir jetzt mein Programm aufmachen, jetzt kommt hier alles noch dazu. Ich weiß nicht, ob die Mangel eine gute Idee war. Aber es waren auch nur 50 Gold um Investitionen, das ist jetzt nicht die Welt. von Teilen Steinbruch nutzen, Wachtturm knapp Richtung Basir mit Schilden und Crossbows. Denkt ihr? Wir benötigen Steine! Hm. Hm. Gute Frage, ob das mir vielleicht von Katapulten weggeschossen wird. Wir benötigen Steine! Ja, das könnte vielleicht funktionieren. Da müsste ich aber weiter vorne laden. Erstmal gucken, wie wir uns hier noch schlagen, aber das sieht nicht gut aus. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bereits zur Stelle, Ratschaft! Achtung! Jetzt, wir könnten mal mit rüber. Und los! Ein paar von den Stichrekrutierenden sind hier. Nee, da kommt einfach zu viel. Aber ja, den Steinbruch hier nutzen zu können, würde schon mal viel ändern, von der gesamten Finanzlage her. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich habe zwar hier meine 26 Armbruchsschützen, aber die bringen mir überhaupt nichts bei der Menge, die hier reinkommt. Da wird gerade so viel durchgespült. Das ist nicht mehr heilig. Waffen geschultert! Man rückt dem Lord zu Leib. Bereits eure Lordschaft zur Stelle! Das sollte doch nicht auf, dass da alles kommt. Also jetzt den letzten Spielstand, den ich da hatte, dann... Nee, das wäre zu spät. Ich müsste wirklich bei diesem Grundaufbau wieder starten, den ich extra gespeichert habe. Der ist genau für solche Späße da. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch drehen kann, von diesem Punkt aus. Obwohl ich das alles, was ich gebaut hatte, schon gerne halten würde, aber... Ich habe noch eine Kuh. Ich glaube... Ja, noch einen Feuerwerfer könnte mir ein bisschen den Arsch retten hier, aber... Werf mal bitte. Von hier, werf! Meine Güte, das hört halt auch nicht auf. Ja, jetzt ist der Turm eh gleich kaputt. Ist ja nicht so, dass dieser Ansturm da irgendwann mal aufhören würde. Versucht euch mal auf einem anderen Turm zu retten. Zu spät! GG! Gut, okay. Nee, das müssen wir nochmal neu starten, beziehungsweise wo ich diesen Grundaufbau gemacht habe. Und müssen... Laden. Folgender Plan. Kommt man dann überhaupt noch hin? Ja, so würde ich es machen können, dass ich dann immer noch hier lang... Boah, dann wäre aber der Abgabepunkt da drüben. Boah, okay, ähm... Ja, ich meine... Ähm... So, aber dann... Ich möchte mich doch den Steinbruch nicht, oder? Doch, bekehr... Ach, die Leute kommen nicht... So... Wir benötigen Holz. Gib mir mal Holz, ich möchte sehen, ob das klappt. Halt, halt, halt. Das kann dich bestimmt... Das kann dich doch bestimmt beeinflussen. Okay. So, und dann könnte ich hier die... Dann könnte hier die Getreidefarm nicht mehr hinpassen. Irgendein Opfer müssen wir wohl bringen. Aber gut, ganz ehrlich, die Getreidefarm hat mir eh nicht so viel gebracht. Dann kaufe ich das Getreide lieber. Da sind mir die Steine wichtiger, würde ich sagen. Okay. So. Ähm... Aber wenn die Getreidefarm eh nicht geht, dann könnte ich vielleicht sogar... Okay, machen wir nochmal. Startaufbau. Ist da weg. Er ist arbeitslos geworden. Beim Sterben. Nicht unbedingt der angenehmste Tod, würde ich sagen. Okay. Okay. Jetzt die Steine weg. Und dann kommt man da hin, Fragezeichen. und ich habe Stein. Juhu. Okay, soviel dazu. Ja. Dabei bleibe ich. Der Buggraben war ganz okay. Mit dem konnte ich was anfangen. Damit konnte man arbeiten. Wo kommt man da? Sollte ich vielleicht mal austesten, ob man da rankommt. Ich soll vielleicht auch wissen, dass es ganz gut wäre. Für mein nächstes Leben. Was? Die Getreidefarm geht auch. Die Getreidefarm geht auch. Aber da müsst ihr dann wirklich... Dann kack auf die Getreidefarm jetzt erstmal. Die Steine sind mir wichtiger. Ich möchte mal wissen, ob ihr da rüberkommt und wenn ja, ob ihr noch weiter rüberkommt. Ist ganz genau abgemehrt. Das ist dieser Augenblick, wo ich gesagt habe, da kommt dieser Kaiser Mario Vergleich. ganz genau auf den Millimeter abgemessen, wie man den Spieler zur Weißglitte treiben kann. So, dann haben wir hier noch die Vorräte. Bier kommt ja soweit rein. Vielleicht muss ich da auf den zweiten Turm verzichten, dass das irgendwie hinhaut, aber das ist oftmals auch ziemlich uneinsüchtig. So, ich möchte mal wissen, ob ihr von hier aus hoch könntet. Könnt ihr von hier aus hoch? Könnt ihr gar nicht. Das heißt, ich brauche mir gar keine Gedanken, über das hier drüben zu machen. Das bedeutet dann auch wieder, wenn ich das hier jetzt gehalten bekomme, dass ich da drüben... mhm... es werden Rekruten benötigt, sei... nachtümok. mahoarihanok. naam. na no da hebo. heia! Das bedeutet, dass ich... stimmt, da war was. da das Eisen eventuell nützen kann, wenn ich genug Druck verursache. Was bedeutet... Das ist jetzt schon mal eine gute Investition, in die Armbrustschützen jetzt zu setzen. In Armbrust wie Trast. Um da dann... tatsächlich die Eisenminen betreiben zu können. Es sieht nach viel aus, aber es sind nur zwei Eisenminen, aber... zwei Eisenminen mehr. Schon mal wichtig. Und von da an werde ich vielleicht auch nicht von der Mange beschossen. Schauen wir mal. Hallöchenklari. So, ich könnte jetzt ja glaube ich sogar noch eine... Ja gut, hier, diese Pechform hatte ich letztens auch nicht. Jetzt haben wir die dann ebenfalls. Okay, 90 Leute sind gesichert. Wir werden überfallen. Ihr seid Schleuderschützen. Ihr solltet den anderen Weg gehen. Diesmal lassen wir nicht... Die liegen mir nicht so leicht den Burg graben, wie es aussieht. Ich muss jetzt mit Asymmetrie leben. Es tut mir leid. Oh, komisch, dass jetzt plötzlich die Burggrabenarbeiten so gestört werden. Aber es funktioniert sehr gut. Oh, die machen auch sehr guten Schaden hier. Das ist gut. Jetzt könnten wir hier auch ziemlich die Luft aus den Segeln nehmen. Und jetzt funktioniert auch, dass der Arbeiter da was abholen kann. Das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich... Das könnte ein finaler Unterschied sein. Das sind jetzt keine Nuancen. Das ist dann eine Steinproduktion und zwei Eisenproduktionen mehr, die arbeiten können. Ja, vielleicht würde ich irgendwie die Getreideform auch hinbekommen, aber boah, Nee, das ist jetzt mal eher als zweitrangig zu betrachten. Verkaufe ich mir lieber ein bisschen Getreide hier und da. Und arbeite vielleicht mit halben Rationen auf diese Art und Weise. Dass ich zumindest leichte Steuern bekomme, ohne jetzt ständig Brot nachkaufen zu müssen. Ja, Karin, das habe ich schon erwähnt, von wegen, dass es jetzt das mitsamt der Challenge und allem möglichen als... Sind jetzt echt alle Schleute schützen den Weg zurückgegangen wegen dem Sammelpunkt. Oh, Mann. Genau. Ihr könnt ja mal mit diesem Scheiß aufhören immer. Diese ständige Nachgesammel ist das Nervigste überhaupt. Jetzt bleibt doch einfach mal dort, wo ich euch hingeschickt habe. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Wir benötigen Holz. Eine Nachricht vom Kalifen. Mein Sieg ist nahe. In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zu Neige geht. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. So, jetzt kommt gleich der erste Kalifangriff. Achtung! Und los! Die Balliste kann schießen. Hm, weiß nicht, ob mir das gefällt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Oh, nee. Jetzt ist mein Feuerwerfer abgeknallt worden. Warum schießt die Balliste denn jetzt darüber? Ich sag's euch, die Zeitlinien sind am Arsch. Die Timelines sind einfach nur komplett korruptet. Alles, was jemals Gutes passiert ist in den vorigen Rants, wird mir jetzt auch noch genommen, wo ich jetzt meine Strategie verbessere. Oh, nee, das kommt zu früh und ich hab keine Armbruchschützen da. Wir müssen nochmal beim Stadtaufbau starten. Vielleicht krieg ich die, vielleicht krieg ich diesmal die, ähm, die Getreidefarm richtig platziert. Schauen wir mal. Wie mach ich das am besten, dass ich die Getreidefarm hinbekomme und den Steinbuch und die Türme? Das ist das weiteste. Echt so? Ich muss erstmal rumexperimentieren. Dafür nutze ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Dann tu... Ah ja, okay. So. Aber dann wäre hier die Abgabepunkte und das wäre ziemlich für ein Anus. Da ich den Abgabepunkt hier nicht haben will, gehe ich hier an, mach so. Mach den hier her. Hab den Abgabepunkt dort. Kann... Oh mein Gott. Kann den Turm hier hin... Alter, spiel ich das Drone oder spiel ich Tetris, ey. Wahnsinn. Und jetzt können wir hier die Treppe hoch machen. Alles klar. War doch kinderleicht, nicht wahr? Ich frag nicht, wo das Problem ist. Wunderschön. Alles klar. Funktioniert. Ich frag nicht, wo das Problem war. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, dann hätte ich gerne hier und da. So. Dann mal rüber. Agrario, da kannst du dich bei einem der Zuschauer bedanken. Der hat es nämlich für mich rausgefunden. Ich hätte erst mal auch nicht gedacht, dass man beides bauen kann. Ich hab eigentlich schon mit dem Hoffnung aufgegeben. Da hieß es, es ist grundsätzlich machbar. Das hab ich jetzt auch gerade live rausgefunden dadurch. Ähm... So. So. Der Burggraben. Aber ich kann's ja verstehen, dass es auf diese Weise die Mission einfach zu leicht ist. Von daher... Ja, ich versteh dich richtig. So, machen wir hier noch ein bisschen so. Dann kommt hier drauf. Ein paar von euch kommen hier rüber. Dann... Hätte ich gerne meine zwei Feuerwerfer und Schleuderschützen. Einer reicht ja nicht. Wir haben gemerkt, wir brauchen zwei, wenn wir nicht ständig Pechkreben ziehen wollen. Ich sag's euch, das kommt mir jetzt gerade wirklich vor wie so ein Roguelike. Also ein bisschen so täglich tut sich das Murmeltier. Stil. Dass du jedes Mal... Oder von mir aus für Leute, die Anime kennen, so Ries... Ganz ehrlich, das hier ist die Stronged-Version von Riesero. Äh, wirklich. Du leidest die ganze Zeit und stirbst dich quasi voran. Langsam, Stück für Stück. So. Um alle Nuancen herauszufinden. So, bitte mal rüber. Ich lasse euch jetzt auch mal da drüben sammeln, dass ihr bloß nicht wieder den Weg zurückgeht. Sonst müssen hier Leute in den Burggraben geschubst werden für heute. Betrachtet als die Friedrichsteuer. Und los! Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das kann ich wenigstens wieder symmetrisch bauen. Das ist doch was Gutes. Ich werde trotzdem mit beim Listen arbeiten, um effektiv rauszunnipern zu können. Ansonsten hatte ich immer wieder Probleme. Äh, ne, ich hab die, ich hab die neueste Version. Wollte grad sagen, ich hab die frisch, kurz bevor ich drauf bin, hab ich dann ein Update nochmal drauf gemacht, Karri. Also, das ist, das ist nicht das Problem. Genau, der Apfelbaum war, glaub ich, neu, ne? Bei mir hat's neun Stunden gedauert ohne Neustart. Alter! Okay, vielleicht brauchen wir noch einen zweiten Stream irgendwann. Vielleicht dann, vielleicht dann nächsten Freitag höchstens. Ich weiß nicht, ob ich noch ein weiteres Wochenende quasi ausfallen lassen kann. Ja, ja, nice. Hm. Nochmal zwei rüber, bitte. Okay. Dann haben wir Getreide, jetzt soweit safe. Wir haben dann bald unsere Kuhfarm. Wir könnten die Armbrustproduktion etwas erhöhen. Wir könnten mal speichern. Speichern. Was wird früher stattfinden? Und wenn Sieg oder der Release von Half-Life 3? Aber das ist eine schwere Frage. Beides sehr unwahrscheinlich, dass es noch in diesem Jahr stattfindet oder vielleicht in diesem Jahrzehnt. Wobei, die Chancen für Half-Life 3 sind zumindest mit dem VR-Ableger Alex ein bisschen gestiegen. Mal gucken. Ich glaube, in der Zeit, da war es komplett utopisch noch. Sag mal, warum verliere ich so viele Armbrustschützen da drüben? Ich brauche da ein Schild. Oh, scheiße. Ich mache gerade zu viele Verluste. Oh mein Gott, die ganzen berittenen Armbrustschützen. Die berittenen Bogenschützen sind natürlich mehr als uncool. Ich weiß nicht. Positive Angstfaktor wert. Oh mein Gott, ich habe das Eisen da drüben noch gar nicht genutzt. Das ist natürlich auch doof. Zur Stelle. Im Laufschritt. Weiche mal ein bisschen aus. Eine Nachricht vom Kalifen. Liebe Lagerung möge beginnen. Lasst niemanden am Leben. Wo ist die Wanksfaktor weit gut, um die berittenen Bogenschützen zu one-shotten, aber... Ich habe jetzt schon so viele Armbrustschützen Verlust gemacht. Und los. Warum sind meine Feuerwerfer beide da unten? Scheuer, Waffen geschultert. Bereit, eure Nordschaft. Mauer, Hand, ne Hand. So, die meisten sind hier stark angehittet von den Armbrustschützen. Hier müssen eigentlich nur einen Schleinstäuder gebrauchen. Genau. Zur Stelle. Und Marsch. Eine Neinschleuder. Oh, ich habe auch noch gar keinen Burggraben aus. Oh mein Gott, irgendwie war das jetzt nicht unbedingt der beste Run hier. seit der Stadtaufstellung. Da muss ich noch viele Sachen ändern. Och man, da muss ich das ganze Tetris-Zeug nochmal machen. Obwohl, halt, ich hatte glaube ich vorher nochmal ein bisschen... Ja, jetzt habe ich den Burggraben kriege ich den Burggraben halt nicht mehr. Hm. Okay, welches war der neueste Stand? Habe ich hier schon Tetris gespielt? Ne, habe ich nicht. Habe ich hier schon Tetris gespielt? Ja, okay, sieht es besser aus, aber ich glaube, ich bin zu spät, um den Burggraben zu machen, oder? Es werden Rekruten benötigt, sei er. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Mauer, die Hanuk. Ah, was dürft ihr? Ihr Werkzeug ist bereit. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Ein erträglicher Verlust. Waffen geschultert. Schild bereit, eure Lordschaft. Bereits eure Lordschaft. Zur Stelle. So, hier kommt mein Moment hoch. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Gebt uns eine Aufgabe. Konstruierend Belagerungsgeräte. Moulin. Hier kommt mir hoch. Hier drüben mache ich mal noch das Eisen. Das habe ich zu lange leider verschlafen. Das sind eine Menge wertvolle Ressourcen. Vielleicht kriege ich da doch noch gebuddelt. So, um Geld zu sparen, werde ich die Baumeister jetzt, ähm, als Mehrweg verwenden. Das sind jetzt Mehrweg-Baumeister. Die stellen jetzt die Schilder ab und gehen wieder nach Hause. So, Eisen. Also, ja, das Eisen und das Eisen habe ich. Hier sind nur die rechts noch. Ja, die haben noch gefehlt. Geräte. Zur Stelle. Vorwärts. Und los. Geräte. Das ich soll. Das ich soll. Achtung und los. So, ihr liebe Schleuderschützen, kommt mal mit ran und schleudert ein bisschen auf den Pferden rum. Das Kopfkinoe belasse ich euch. Herzlich bedankt euch später. Buh-Wäre. Hey, hier haben wir schon mal zugebuddelt. Das ist auch der problematische Teil. Vielleicht kriege ich es ja doch noch zu. Maulai oder nicht Maulai? Das ist hier die Frage. Ich muss gestehen, der Fortschritt gefällt mir jetzt gerade auf gewisse Weise. Das speichern wir noch mal. Da unten könnte ich vielleicht noch eine Eisenmühle und die würde ich lange halten, leider. Da haben wir jetzt Beschuss und ich habe auch am besten. Ich habe noch keine. Hm. Schild bereit, eure Lordschaft. Euer Gnaden? Belagerungsgeräte bemannt. Waffen geschultert, eure Lordschaft. Verlassen, Belagerungsgeräte. Ich bin auf Sch- Ich muss Sparmassen arbeiten lassen. Tut mir leid. Wir machen uns auf. Eine Nachricht von Nasir. Meine Männer sind schneller als der Wind und leiser als die Schlange. So, Nisar wird gleich kommen. Und angreifen wir da auch. Was soll heißen? Wir haben ein leichtes Problemchen. Eine Nachricht von Nasir hört, wie die Wüste ruft. Sie sinkt von eurer Zerstörung. Aua. Jetzt schießt... Oh, nein. Das war genau das, was ich befürchtet habe. Genau deswegen wollte ich mich nicht nach vorne... Oh, shit. Nee. Schlechte Idee. Sehr, sehr schlechte Idee. Worauf schießt er? Schießt er auf den Turm? Das war meine große Befürchtung, dass die Mangel mitschießt. Das würde mir den ganzen Plan kaputt machen. Oder liegt's... Nee, schießt hier drauf. Oh, nee. Das... Nee, das... Dann können wir den Plan vergessen. Wie gesagt, das war das Einzige, wo ich noch meine Hoffnung gesetzt hätte, dass wir es damit schaffen. Jetzt, wo das aus der Sprache ist, weil wenn die Mangel drauf schießt, solange die Mangel da schießt, können wir da nichts machen. Das ist ja komplett... So ist es. Ist es, wenn die Eisenbienen weg sind, schießt er da noch? Er schießt immer noch. Nee. Das können wir vergessen. Was soll ich denn machen? Das hier geht anscheinend nicht. Ich hatte wirklich die Hoffnung gehabt, dass das hinhaut, dass die Mangel mich nicht beschießt. Aber sie tut's. Dann können wir den gesamten rechten Flügel vergessen, weil wenn ich den nicht schützen kann, ist das alles für einen Arsch. Ich brauche so verdammt viele Ressourcen dafür verbraucht, das hier erstmal wieder so aufzubauen. Stelle Feuerbälle. Feuerbälle ist... Dagegen anzukämpfen brauche ich nicht. Der Vazir hat 20.000 Geldreserven noch. Also da verpuffe ich einfach nur alles. Ne, da müssen wir auf den Tetris-Spaß verzichten. Zum Glück ist das nicht Teil meines Stadtaufbaus. Dann lasse ich das so, wie es ursprünglich war. Aber was ich dann ansonsten noch verändere, ist eine sehr gute Frage. Gehen wir mal zu meinem Stadtaufbau zurück. Belassen wir es so, wie es hier ist. Schützen mal wieder die Getreidefarm mit einem Wall, so wie ich es zuvor gemacht habe. Ja, jetzt kann ich bloß optimieren, wie ich es zuvor gearbeitet habe. Das hier werde ich nicht verteidigen können. Hier holen wir uns mal noch das... Das hatten wir beim ersten Versuch nicht, dass wir noch zumindest hier das... das Pech hier geholt haben. Eventuell, unter Umständen, könnte ich diese Eisenmine da unten nutzen. Außer die Arbeiter gehen den Weg da drüben lang. Wir könnten mehr Armbrüste reinholen. Wenn ich gleich mal früh hergehe und viele meiner Stadtsteine eintausche. Das hier drüben wird ja hoffentlich halbwegs arbeiten können. Hmm... Ach, stimmt. Bevor ich es vergesse. Das Wichtigste überhaupt, der Buggraben hier gerade. So... So viel dicker Zug geht leider nicht. So... Maulai. Es werden Rekruten benötigt, Saja. Es werden Rekruten benötigt, Saja. Es werden Rekruten benötigt, Saja. So... Nochmal hier. Nochmal hier. Dann können wir hier schon mal die Stadtverteidigung drauf machen. Und warte ich auf die restlichen Steine. Okay. Sachen kommen rein. Ich habe dann zumindest ein bisschen Brot. Ich bin halt die ganze Zeit überlegen, ob ich mit dem negativen Angstfaktor arbeiten will, weil... Ein paar Steine, ein bisschen mehr Eisen wird es mir bringen. Vor allem die Armbrüste würden davon profitieren. Die britenden Bogenschützen kann ich eh nicht one-shotten. Von daher ist es kein so großer Unterschied. Speichern. Wäre eine Idee, zu sagen, wir arbeiten mit negativen Angstfaktors. Es wird sich gerade mit dem Brot ein bisschen mehr rentieren. Wenn das jetzt noch mal nicht klappt, dann würde ich es versuchen. Positiver wird es... wird mich wirtschaftlich zu stark einschränken. Wir werden überfallen. Ich könnte auch versuchen, Eisen zu veredeln, wenn ich jetzt sage, ich mache noch Rüstungsschmieden oder so. Selbst wenn ich noch nicht... Zumindest ist es besser, als Eisen zuzuzverkaufen. Aber wie lange wird es brauchen, bis ich die 100 Gold wieder drin habe, ist auch wieder die Frage. Hm... Schwierig. Erstmal schauen, dass wir hier drüben die Leute hinsetzen. Ich glaube nicht, dass die... Also doch, der Graben hat schon sehr geholfen. Als ich den Graben hatte... Ich habe schon gesehen, wie es aussah, als der Graben dann weg war. Das war leichte Hölle. Leichte Extrapaution Hölle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Ihr seid der Siebtgraben. Größte Halbushar. Eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor, Ritter. Seht euch vor. Äh... Oh, hi. Ah, stimmt. Ich habe ja da vorne meine... Äh... Da war ja was. Das habe ich ja hingebaut. Geht doch einfach hoch. Warum müsst ihr denn durchs Feuer laufen? Äh... Ich verstehe das Weg. Einfach im Rentat. Meine Güte, ey. Das ist halt das große Problem. Wenn etwas so unglaublich schwierig ist, dass du dir keinen Fehler erlauben kannst, dann sind die Bugs, die Stronghold eh schon hat, noch mal frustiger. Das macht das Spielergebnis nicht wirklich angenehmer. So, jetzt wird hier noch gesägt. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Haben wir die Steine drin, die wir brauchen? Nicht ganz. Zur Stelle. Achtung. Es werden Waffen benötigt, Sire. Achtung. Wir benötigen Holz. So. Bringt noch Holz zum Lager. Sehr gut. Der ist jetzt gleich fertig. Dann können wir dich austauschen. Ich bedanke dich später. Und los. Der ist ein Gegner. Der kommt jetzt natürlich hier lang, wo er noch frei ist. Die zwei Reichen weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Ich darf meinen Stadtaufbau nicht überschreiben. Achtung. Sire. Unerreichbar, Sire. Okay, das kann jetzt aktuell zum Glück noch abgewählt werden. Bevor die mir gefährlich werden. Dennoch brauche ich... ...jetzt bald mal die Türme. Eine Nachricht vom Kalifen ist da mal so ins Wort gefallen eben. Tut mir leid. Die Nachricht vom Kalifen hat gerade Vorrang. So läuft es hier. So, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Waffenproduktion als letztes Mal. Okay, da wollte ich mir eben Pech bringen. Okay, und ist Heldenhaft dabei gestorben. Ich habe noch keinerlei Türme aufgebaut. Ist das nicht herzallerliebst. Ich habe auch noch keinerlei Schutzschilde. Hat er mir... Der hat mir einfach schon meine Feuerwerfer abgeschaut. Och, komm. Wann ist das denn passiert schon wieder? Ich glaube, das ist ein großes Nope. Aber schauen wir erst mal. Scheint, dass meine zwei Feuerwerfer abgeschaut sind. Ich habe sogar extra zwei geschickt, ey. Äh, ne. Der letzte Speicherstand, den ich gemacht habe, da ist das große Problem doch, glaube ich, dass ich da schon das ganze Stein... Ja, das ganze Stein ist schon weg. Ich muss nochmal vom Startaufbau starten. Das geht nicht anders. Okay. Das erste, was ich jetzt überhaupt mache, ist den Burggraben. Wenn ich mir... Oh Gott, das ist alles noch nah rankommen. Okay, dann warten wir noch ein ganz kleines bisschen, bis überhaupt Leute kommen. Äh, bum, 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 bum. Danke für die zwei Euro. Mach bitte eine Teure zu dieser Mission. Ich glaube, ganz ohne Scheiß, sobald ich mit dieser Mission durch bin, fasse ich das eine sehr lange Zeit nicht mehr an. Also normal ist Stronghold schon noch, aber ich glaube, dann lasse ich erstmal meine Finger von Mods aus dem Community-Content. Dann brauche ich erstmal Urlaub. So zehn Jahre mindestens. So um den Dreh. Okay. Maulai. Da ein Tutorial... Ich meine ganz ehrlich, da ein Tutorial zu machen, da muss ich ja zehn Stunden bis 20 Stunden Rohmaterial aufnehmen und dann noch schneiden, um da eine Compilation zu machen, was... Da muss ja wahrscheinlich auch noch Glück mitspielen. Das ist das Nächste. Bei jedem Laden den Shot trinken. Ja, Nidu, den Furchtrak habe ich schon gelesen. Ähm... Ich glaube, das ist nicht mehr gesund. Das geht schon in lebensgefährliche Gefilde über. Bisschen verloren gegangen, der Saga zur Erholung. Ich kriege so ein kleines bisschen die Vibes von, äh, Lucaster. Lucaster war ja auch einfach nur auf hoffnungslos Bock schwer getrennt, ohne... äh... auf die Psyche des Spielers drücksicht zu nehmen. Und deswegen habe ich da auch gleich... Ich weiß nicht noch, Lucaster habe ich, glaube ich, sehr lang keinen Community-Content mehr gespielt, weil ich mir einfach dachte, nope, ich glaube, das reicht erstmal. So... Dann nochmal... Stimmt, die zusätzlichen... In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Die Steine werde ich diesmal nicht verkaufen. Ich glaube, das ist ein Fehler gewesen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, Nummer 3 und Nummer 7. Auch wenn ich Angst habe, dass die mir wieder weggeschottet werden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mrs. Kaiser Stronger, dann welcome to Jackass. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So, 200, 400. Könnt ihr mal bitte aufhören, immer wieder zurück. Die wollen die ganze Zeit wieder zurück zum Ausbildungslager rennen. Das ist einfach so grauenvoll. Mhm. So. Dann noch voll. Ich mache so. Das ist die Frage. Ballisten oder... Ja, Ballisten waren schon gut. Die haben schon ganz gut snipern können. Alles, was gefährlich war. Das war nicht verkehrt, muss ich sagen. Ah, stimmt. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Oh Gott. Dafür brauche ich aber erstmal die Steine, dass ich da oben noch zumache. Ähm. Das werden Rekruten benötigt, Sire. Da bauen wir nochmal hier ran. Dann bauen wir nochmal die Häuser. Und dann nenne ich das jetzt mal Stadtaufbau erweitert. Dass ich vielleicht diesen Schritt nicht immer wieder machen muss. Oh, das war jetzt mit Kommastatt mit Punkt. Na, egal. Man weiß, was gemeint ist. Hier würde ich nicht mal eine... Kathedrale... Hier ist so wenig Platz. Ich kann hier nicht mal eine Kathedrale bauen, ne? Äh, ja gut. Ich sollte vielleicht nicht zu hohe Erwartungen stellen. Wir werden überfallen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Hm. So, ne, Kari, der Graben ist nicht das Problem. Den Graben habe ich ja schon... Bei dem Try vorher, bevor du gekommen bist, hatte ich den Graben schon gebaut. Das Problem war der gesamte Rest. Achtung! Äh, dementsprechend bringt der Graben mir nicht viel, wenn ich keine Wirtschaft habe. Hm. So. Ich hole mal noch ein paar Armbotschützen so ran. Waffen benötigt, Sire. Habe ich hier vorne? Ne, das habe ich nicht gemacht. Ich würde echt mal überlegen, dass ich vielleicht trotzdem mal diese Eisenmine besetze. In der Hoffnung, dass das... ...hinhaut. Dann bräuchte ich auf jeden Fall noch Baumeister. Euer Gnaden. Was wünscht ihr? Unser Werkzeug ist bereit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr seid ihr siebte Hälfte. So, sechs Schilde. Die meisten lasse ich mal wieder entsetzen dann da oben. Und werde dafür dann die Ballisten bemannen. Jetzt bin ich genau bei Null. Äh, ich habe da noch gar keine... Doch, ich habe Steuersatz. Das Volk liebt eurem Mann. Ich kann noch höher gehen. Waffen geschultert. Bereit zur Stellung. So. Jetzt kommen die Armbrüste rein. Das ist doch auch schon mal was. Nur haben wir kein Geld, um uns Armbrüste schützen zu leisten. Achtung! Aber die Schilder haben wir schon mal. Das ist gut. Das ist es mir wert. Wer das erweitert. Komm, ich mache ihn erweitert mit. Ach, mit Punkt geht gar nicht. Ich mache ihn erweitert ohne Punkt. So. Habe ich jetzt drei verschiedene Stadtaufbauten. Man nannte es auch einen Startstaat. Achtung! Und los! Namen! Sire! Schild bereit! Eure Lordschaft! Waffen geschultert zur Stellung. Verlassen Belagerungsgeräte! Zwei. Verlassen Belagerungsgeräte! Nein, 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 nein. Und Marsch! Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Verlassen Belagerungsgeräte! Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Verlassen Belagerungsgeräte! Verlassen Belagerungsgeräte! Ich wünsche, es gäbe einen separaten Backen von wegen Entsetzen von Belagerungsgeräten oder so. Das wäre um einiges einfacher. Verlassen Belagerungsgeräte! Bereits eure Lordschaft! Zur Stellung! Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Ich kann sie irgendwie gerade nicht mehr ausführen. Okay, dann geht mal rüber. Schild bereit! Eure Lordschaft! Schild bereit! Eure Lordschaft! So, zack, zack. Schild bereit! Verlassen Belagerungsgeräte! Schild bereit! Verlassen Belagerungsgeräte! Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Konstruieren! Los, Sire! Es wird Waffen benötigt sein. So. Pech. Und das hier. Dann ist hier soweit durch. Dann können wir jetzt endlich mal die Mumu Farm machen. Wir benötigen Holz. Da kommt jetzt zwar gleich eine Lieferung rein. Aber ich glaube, ich werde dann sowieso noch für die ganzen Produktionsstätten was bauen wollen. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das ist schon wieder so platziert. Hm. Ich muss erstmal Steine verkaufen für Geld. Die Sklaven wären übrigens schon längst fertig, wenn die nicht die ganze Zeit so rumtanzen würden um den Burggraben. Okay. Speichern wir nochmal. Nein, das ist Laden. Speichern. Hm. Ach, die kommen da jetzt... Hm. Egal. Okay, die kommen da rechts noch rüber. Aber... Das ist ein lösbares Problem. In der Hinsicht, dass ich da ein paar Schlotterschützen gegenstellen kann. Die in der Richtung aufpassen. Aber das muss ich dann gleich fixen. Eine Nachricht von Nasir. Gefällt es euch, wie eure Burg über euch zusammenbricht? Es werden Waffen benötigt sein. Yes. Oh mein Gott, ich habe hier das Toraus auch noch gar nicht gebaut. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Belagerung möge beginnen. Lasst niemanden am Leben. Eine Nachricht von Vasir. Möge die Sonne euer Blut austrocknen und der Wind eure Augen erblinden lassen. Dankeschön. Ne, die Getreidefarm wollte ich eh nie haben. Bitte gehen. Halen. Die Eisendieferung auch nicht. Die kommen jetzt hier einfach durch. Haaaaaaah. Ich meine, okay, das Feuer macht schon ein bisschen Schaden. So ist es nicht. Wie wäre es mit einer Pause, Udwin? Hm, ein bisschen geht noch. Aber ich trinke mal so einfach ein bisschen was. Alles klar. Tank wieder voll. Boah, nö. Okay, das da drüben ist echt ein bisschen uncool. Es werden Waffen benötigt, Sire. Unser Schatz kann mal leeren sich. Und los. Zer nach oben, Vidalik. Na, Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Zer nach oben, Vidalik. Es werden Waffen benötigt, Sire. Sire, vorwärts. Waffen geschuldet. Mal hoch, aber ich glaube nicht, dass wir das abwehren können. Aber ich versuche es mal. Die Spur hört halt gerade nicht auf. Ich könnte auch nicht mal zumachen, wenn ich es wollte. Die Glakröte kommen blau aufs Gegner durch. Hm. Feuerwehrfrau hätte mich jetzt vielleicht retten können noch. Ah. Geil. Ähm. Nope. Dieses erweiterte hier. Das hier. Oh nein, hier habe ich die Schild. Nein, hier habe ich die Schilde noch nicht gemacht. Oh Gott, bitte, bitte sag mir, dass es noch anders geht. Okay, ähm. Kreisch. Ah, shit. Ich muss doch... Ich muss doch irgendwo zumachen. Da kommen nochmal Steine rein. Ich meine, ich muss ja nicht... Junge, jetzt tokeln halt mal weg. Oh, Mann. Meine Männer sind schneller als der Wind. Müssen die da jetzt echt alle... Ihr tut also recht, sie zu fürchten. Jetzt tokelt doch mal weg. Ich weiß genau, dass da ein Tor aus hinpasst. Boah, soll ich so... Guck mal, was so ist, ey. Eine Nachricht von Nasir. Gefällt es euch? Wie eure Burg über euch zusammenbricht. Ja gut, daran kann ich nicht... Pfff. Oh nö, dann muss ich halt die ganzen Schilde nochmal neu platzieren. Das war so ein Krampf, die da drauf zu setzen. Ach, komm, dann mach ich es eben nochmal mit den Schilden, was soll ich. Okay, ist okay. Ja, habe ich wenigstens noch so weit geladen, dass... So gespeichert, dass das so geht. Hm. Kein neg... Negativer Angstfaktor wird wirklich noch eine Überlegung wert. Ich bin echt die ganze Zeit überlegen. Das ist genau die... Jetzt habe ich Steine verkauft. Ne, das kann ich mir nicht leisten. Laden. Ähm... Hm. Auch mal ein bisschen auf die Sklaven aufpassen, dass die gescheit buddeln. Tue mal, haben wir noch zwei dazu. Das war vor allem die rechte Seite, die gefehlt hat. Die kann ein bisschen Unterstützung gebrauchen nochmal. Und wir sagen, was ist Rehano. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Amal und Aksar. Achtung! Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Und los! Schild bereit! Eure Lordschaft! Verlassen Belagerungsgeräte! Seier! Verlassen Belagerungsgeräte! Oha! Schild bereit! Eure Lordschaft! Verlassen Belagerungsgeräte! Das hat ja mal fast sofort funktioniert. Bereits! Eure Lordschaft! Surprise, surprise! Kreuz. Kreuzzug 5. Eins von euch kann sich noch bewegen, nicht wahr? Du. Aber an sich ist dieser Bereich da vorne ganz gut geschützt. Was gehst denn du jetzt dahinter? Schild bereit! Eure Lordschaft! Schild bereit! Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister! Verlassen Belagerungsgeräte! Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister! Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister! Schild bereit! Schild bereit! Eure Lordschaft! Ein unmögliches Ziel! Schild bereit! Eure Lordschaft! Ja gut. Wie hoch ist die Chance, dass Utwin heute noch eine Verteidigung zusammenbekommt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mittlerweile auch aufgegeben, dass ich das in einem Stream schaffe. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Jo, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Utwin heute noch den Startaufbau lädt? Hm. Also dass ich nochmal zurückgehe zu dem ganzen Anfang. Nichts immer weiter, den Startaufbau. Ja, die könnte durchaus da sein, die Chance. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister! Für diese Chance, vielleicht mal komplett neue Starte, aber... ...neu nicht ungern. Ich habe keine Lust, ständig diese Fleißhausarbeiten ständig zu wiederholen. ...konstruieren Belandungsgeräte! Eure Lordschaft! Sire! So, jetzt haben wir das hier. Keine Besoffenen, aber jetzt sind die Kinder dort! Haut doch ab! Ah, ich kann da irgendwie... Das habe ich auch schon mal besser platzieren können, oder? Das geht sowieso gar nicht anders. Hä, ich habe das doch schon mal viel besser platziert bekommen. Na, egal. Sollte reichen, dass ich hier zumache. Da reicht sogar ein kleiner, weil... Ist mir egal. Ich bin jetzt von den Schilden, kann ich doch hier... Ach, was soll das? Ich gebe mich dann zufrieden. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Euer Gnaden? Es werden Waffen benötigt, Sire. Hm, kurz davor. Schade, Schokolade, aber... Muss jetzt eben so. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Und los! Mit der Kiep! Mit dem Muskel! Halen! Und Marsch! Gut. So, wir wurden jetzt mal ganz kurz von der Sklarung aufgehalten. Das ist auch gar nicht mehr so schlecht. Sehr gut. Ihr habt keine Zuflucht. So, ja. Waffen geschuldet zur Stelle. Achtung! Mal ausweichen, bitte. Und mal da hinten weiter buddeln. Das schaffen wir vielleicht sogar noch. Das wäre schön. Die kommen da immer noch durch, oder? Jetzt aber, oder? Der Bergfried ist komplett. Yay! Holla, die Waldfee. Ich nenne das mal Mission 80 Bergfried komplett. So. Alles klar. Hätten wir doch geschafft. War doch kinderleicht, nicht wahr? Nein! Okay. Ich lade nochmal den Mäuchel, weil der wollte ich nicht ausbilden. Im Laden. Gleich mal den ersten Fail. Gleich wird er doch hinterher geworfen. Ich muss ja eine Quote erfüllen. Ich bin echt am überlegen, ob ich negative Angstfaktor machen will. Wäre halt schon wirklich eine Überlegung wert. Ich habe nichts, was ich verkaufen könnte. Wie im echten Leben. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Belagerung möge beginnen. Lässt du die Anden am Leben. Oh, ich müsste jetzt halt mal auch wirklich anfangen, Harnische zu produzieren, aber ich habe kein Geld. Ich mache mal ein bisschen was hier. Ja, der kommt jetzt hier lang und macht mir meinen schönen Steinbruch kaputt. Das ist nicht, dass er jetzt alles auf den Steinbruch setzen und gar nicht hochklettern will. Ah, okay. Das wird nichts, oder? Muss ich hier wieder in den Pechgraben setzen, wie letztes Mal irgendwie? Schauen wir mal. Ultraknapp, aber es wird anscheinend. Wenn noch brauche ich ein bisschen Backup hier hinten. Ein bisschen zurück hoch. Ihr versteht? Der ist doch gerade erst so frisch entstanden. Die machen jetzt einfach auf, oder? Da war echt der Versuch, den ich da vorgestattet habe, besser. Es gab ja mal den einen Versuch, wo ich weitergekommen bin bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn euer Berater unterbreitet euch der Vorschlag, einen Wall vor euren Wassergraben zu platzieren und das Katapultfeuer auf sich zu ziehen. Wenn ich einen niedrigen Wall davor mache, könnten sogar noch meine Bogenschützen drauf schießen. Aber erst mal... Das hier werde ich wahrscheinlich wieder zumachen können. Solange keine Gegner der Nähe sind die ganze Zeit. Ich habe einfach nicht die Ressourcen gerade. Für gar nichts. Ich brauche zu wenig Arboschützen hier oben drauf. Ich brauche die Steine wieder. Wir benötigen Holz. Aber die Idee mit dem Wall gefällt mir. Ich habe die zweite Balliste auch noch gar nicht bemannt. Jetzt habe ich die weg. Okay. Ähm. Wir. Was? Was? Wall und keine Welle. Was? 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 Das klingt nach einer Idee. Wenn ich jetzt einfach einen Geringwall platziere vor, dann können die Sklaven auch nicht buddeln. Das ist gar keine so schlechte Idee, muss ich sagen. Nur brauche ich dafür... Oh, da kommen Steine wieder. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Eure Beliebtheit steigt. Das geht ja nicht nur ums Katapultfeuer. Es geht darum, dass die Sklaven das nicht mehr aufbuddeln. Die Idee gefällt mir wirklich. Wahrscheinlich können sie da rechts noch aufmachen, aber da werden sie vielleicht noch eher abgeschossen. Oh, oh, oh. Was auch immer der siebtgrößte Nachricht vom Vazir sein soll. Ihr könnt auch hier bleiben, um die abzuschießen, wenn ihr da hinkommen wollen. Genau, der stelle ich jetzt mal her und schießt alle ab, die ihr aufbuddeln wollen. Das hat funktioniert, sehr gut. Da haben wir noch einen Armschützen, der schießt. Ich wollte eigentlich mehr haben, aber gut, das tut es auch erst mal. Wir machen ja alles kaputt, was mir Ressourcen bringt hier drüben. Jetzt geht der Katapultbeschuss los. Jetzt beginnt der nächste Spaß. Warum darf ich denn jetzt nicht platzieren? Was ist wegen den Beucheln? Oh, der ist schnell rübergeklimmt. Ha, selbst abgeschossen. Jetzt mal ohne Scheiß. Warum ging das nicht? Warum ging das nicht? Wir benötigen Holz. Hm. Schauen wir mal. Speichern. Die Sammler geiern. Sie burgen über euren Kreis. Das ist einfach, wenn zu viel Alkohol verteilt wurde, einfach bei den KIs. Kurz so lange hätte ich hier dann auch gerne noch Armbrust schützen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen Kampf. Seid ihr sicher, ihr habt den... Jetzt kommt Richard. Das ist nochmal eine neue Challenge. Sire. Eine Nachricht von Nasir. Stinkender Odem des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. Jetzt ist dieser Schutz aber gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Gefällt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die Harnischproduktion hinhaut. Und hält. Ich habe zu wenig Armbrust schützen. Das muss noch erhöht werden. Sagt der Anblick auf der Armbruste. Das ist alles Zukunftsinvestition. Ich hole jetzt mal noch ein paar Harnische Sorgen. Ach nö, jetzt mach doch nicht mein M. Die Farbe kann ich auch noch gebrauchen. Tut mir leid. Oh mein Gott, schießen da zwei? Wo kommen die denn? Oh nö, das war aber letztes Mal... Mal ohne Scheiß. Letztes Mal war das nicht so, dass er das gemacht hat. Oh, warum denn jetzt schon wieder? Das ist vom E-Mir. Kommen die da drüben lang? Oh mein Gott, ey. Kriege ich die wenigstens beschossen von hier. Jetzt schießen die ganzen Typen hier auch noch. Schützen auf dem Berg, vielleicht könnte man doch... Stimmt, die haben sich alle hier versammelt. Auch die zwei Bogenschützen. Die könnten ja auch was bringen. Waffen geschultert. Hm. Nichts bräuchte ich auch mal, weil ich ein paar Arbers schütze. Bereit, eure Lordschaft. Kriegen wir bald mal wieder Steine endlich? Dauert aber noch ein bisschen. Die Menge an Katapulten ist halt einfach so kaputt. Okay, da ist eins zerstört worden. Machen wir hier drüben das nächste gleich. Du schießt auf... Sobald das hier kaputt ist, auf die da drüben. Habe ich die Eisenlinie eigentlich schon wieder aufgebaut? Habe ich, okay. Hier habe ich aber... ...meine Pech nicht mehr. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Wir geben unser Bestes. Kommt da jetzt gerade... ...kam da Trudelbauer durch? Hm. Hat sich zumindest so angehört zwischenzeitlich. Es wird ein Waffen bemüht. Aber es ist denn jetzt aktuell noch ein bisschen Geldkörner bei mir immer wieder. Okay, vielleicht habe ich ja ein bisschen Ruhe, sobald das abgewehrt ist. Hatte ich letztes Mal nicht, aber vielleicht läuft es diesmal ja anders. Hier in der Hood. Würde ich auf jeden Fall mal speichern. Mehr Welle vor den Graben und alles wird gut. Nee, mehr... Wenn ich noch mehr Welle mache, dann fangen meine Schützen ein bisschen an. Das ist nicht mehr so gut. Nicht mehr so gut, die Truppen da abschießen zu können, die davor herumlungern. Diese Lümmel. Kann sein, dass das Katapult hier wieder nicht getroffen werden kann. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Mal ganz ohne Scheiß, brauche ich das Torhaus überhaupt? Das gemeine ist, ich kann jetzt den Platz nicht nutzen. Ich könnte aber gleich am Anfang lieber drei Tümmeln machen. Oder zwei Tümmeln mit einer Treppe. Weil das Torhaus... Ich werde da eh nicht rausgehen. Oh, jetzt schauen wir mal, ob es noch stehenbleiben kann. Oh, oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, schlecht. Schlecht, schlecht. Oh. Torhaus, weg, weg, weg. Na, ich bin echt im Überlegen, den kompletten Neustart zu machen. Torhaus wegzulassen, dritten Turm dafür hin, sobald sich die Steine erübrigen dafür. Dann könnte ich vielleicht zwei Ballisten und noch eine Mange machen. Dann könnte die Mange noch ein bisschen rüberschießen. Und ich mache eine Balliste zum Snipern und zwei Mangen. Zwei Mangen könnten da bestimmt genug bewirken, dass da ziemlich viel abgewehrt wird, schon im Voraus. Vor allem hier in dem Bereich müssen die hinschießen. Dann mache ich die Balliste in die Mitte und die Mangen außen. Hm. Ich habe die ganzen Aboschützen jetzt noch hier oben. Die können auf jeden Fall helfen. Da drüben kommt zu viel durch. Die machen mir wieder meine Wirtschaft kaputt. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Diese Katapultspur ist halt so pervers. Ich glaube, dafür bräuchten wir echt Mangen. Eine Balliste zum Snipern. Ach so, jetzt habe ich die eh bewegt. Okay, wisst ihr was? Ach so, okay. Ich habe das hier. Ja, die Katapulte sind das Schlimme. Aber ich glaube, mit genug Mangen in diese Richtung würde ich eigentlich alles zertrümmern, was die ganze Zeit von dieser Richtung kommt. Weil da kommt ja eine unendliche Spur. Und so eine Sniper-Balliste zu haben, um einzelne Tribocco oder so und sonst Sachen kaputt zu machen, okay. Aber ansonsten brauche ich einfach viele Mangen, die in diese Richtung grob feuern und alles zerschießen, was mir da gefährlich wird. Okay, ich würde es mal so machen. Ich würde mal ganz kurz eine Toilettenpause einlegen und mir nochmal was zu trinken nachschinken und dann geht es genau an dieser Stelle weiter. Ich versuche mal, damit ich nicht mein Mikro-Muten muss, ich versuche mal mein Headset ganz vorsichtig hinzulegen. Wenn es ein bisschen rumpelt, dann entschuldige ich mich, aber ich versuche es mal ein bisschen vorsichtig zu gestalten, dass ich gleich weitermachen kann, soweit ich wieder da bin. Gut, dann bis gleich ein paar Minuten Pause, es geht gleich weiter. Dann gibt es nochmal einen kompletten Neustart. Dann gucke ich mal, ob ich nochmal was verändern kann. Dann gibt es nochmal einen kompletten Neustart. Dann gibt es nochmal einen kompletten Neustart. Dann gibt es einen kompletten Neustart. Dann gibt es keine refrigerator, aber ich verschwinde ich noch. Dann gibt es mal einen kompletten Neustart. Dann gibt es einfach nochmal gute Übermacht. Also decorated schon eine jumbo-macht. Und dann unseen comprarstauto mit mir zu lassen. Das war's. Das war's. So, wieder da. Ich hoffe, ich habe es mit dem Mikrofon halbwegs angenehm hinbekommen. Die Toilettenpause ist vorbei. Noch mal was zu trinken geholt. Ich kann mir das auch mal eben schön einschenken. Und dann würde ich sagen, starten wir den ganzen Spaß nochmal. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen den Chat nachholen. Ja, genau, wie Krare schreibt. Ich würde jedem empfehlen, den Marsch selbst runterzuladen und selbst mal zu probieren. Ich bin auch der Meinung, also jeden, der meint, er hat noch zu viel Lebenszeit übrig oder noch zu viele farbige Haare auf dem Kopf. Oder allgemein noch zu wenig abgekaute Nägel. Oder solche Sachen wie noch unabgeschliffene Zähne oder sowas. So viele Schönheitsmerkmale, die einem auf die Nerven gehen, ne? Kann ich euch empfehlen. Holt euch auf jeden Fall den Marsch. Der kann da richtig weiterhelfen bei euren Problemen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ja, wie schon erwähnt, machen wir einfach mal einen kompletten Neustart und schauen wir mal, ob das Ganze vielleicht ein bisschen anders geht, weil wir von Grund auf ein bisschen umdisponieren. Früher Sklaven, meint ihr, ja? Ich meine, ein paar Sachen möchte ich trotzdem schon mal haben, wie zum Beispiel Holzer. Holzer. Hier werde ich mal die Holzfäder verdoppeln, dass das schneller frei wird. Die Getreide fahren dort ruhig auch so schnell wie es geht arbeiten. Gleiches mit... Hier habe ich doch, glaube ich, getrickst, ne? Speichern. Ja, ich weiß, wie ich es gemacht habe. Ich weiß wieder, wie ich es gemacht habe. Schon wieder so lange her, da ich nur darüber nachdenken musste. Ich habe zuerst das Vorausgesetzt und dann... Und dann... den Rest. Wenn das nicht funktioniert, würde ich es noch mit negativen Angstfaktoren ausprobieren. Wie gesagt, das ist etwas, wo mir auch noch durch den Kopf geht, was das Ganze retten könnte. Aufkommen zu Bargen. So, jetzt kann ich mal die erste Sklaven schon machen. Die ersten 1, 2, 3... 100.000 hoffentlich. So, dann mal hier bitte dicht machen. Sobald der Burggraben steht... Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Wollte ich noch mal gesagt haben. Da gibt es auch mal eine geile Spur hier den Weg entlang. Meine Gefühle sind jetzt einfach mal visualisiert. Ach stimmt, Korn speichern und so. Wir haben jetzt effektiv gesehen nur 5 Sekunden verschwendet, weil wir ja die ganze Zeit auf Bullet Time spielen. Weil die Sache ist, die mit dem negativen Angstfaktor, kriege ich halt schneller meinen Stein rein und auch Eisen. Und dadurch kann ich schneller die Türme bauen. Die Mangen werden eh nicht davon beeinflusst und ich möchte ja vor allem, dass ich schnell viele Mangen habe. Ich glaube schon, dass ich das durchaus bewähren kann. Apropos schneller Stein rein, das sollte ich auch dafür sorgen, dass der reinkommt. So, so. So, so. So, so. Wir werden über was? Überhaupt nichts. Ah. Oh, dann mache ich das mal so. Wir benötigen Holz. Okay, ja gut, am Stadtholz kommen wir eh nicht dran vorbei. Mann, ich habe keine Häuser gebaut. Ah, verdammt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Aber wir haben nicht so viel Zeit verschwendet. Von daher, es könnte schlimmer sein. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. 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 Ich hoffe, es ist dort platzieren, mein Lord. Meine Güte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Drama Queen, sag ich nur. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr könnt das nicht dokumentieren, Alor. Wow, noch ein weiterer Sklaven. Mal weg damit. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Hm. Besser geht jetzt wenigstens schnell weg. Das ist ein Fortschritt. Fortschritt, der begeistert. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Ich schicke mal die Landsenträger mit zum Ballon. Wirklich in den Gaben. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, Malort. Ihr seid wahrlich der unbarmherzigste Tyrann im Königreich. Das ist ein Geldbeutel auch noch ein bisschen Puffer. Ich möchte der unbarmherzigste Mann im ganzen Land sein. Das war schon immer mein Traum. Seit meiner Kindheit. So, einmal Mowlai zu mitnehmen, bitte. Pflanzenträger sind zu wertvoll. Das stimmt eigentlich, aber ich komme gerade mit der Bevölkerung nicht hinterher. Ich brauche alles zum Buddeln, was Rattensparten halten kann. Aber Friedrich rekrutieren zum Buggraben ausheben. Das war also vor Zürich. Untertitelung nach Gý. Okay, das ist ein Stadtaufbau, mit dem ich leben kann. Stadtaufbau neu. Nicht nur neu. Das mache ich schon fast wie meine ganzen Schnittprogrammbearbeitungen. Da habe ich auch immer Fassung. Einmal Normalfassung. Wenn ich sie bearbeite, heißt das neu. Wenn ich es nochmal überarbeite, heißt es neuer. Und wenn ich es nochmal überarbeite, nenne ich es manuell. Ohne Scheiß, das mache ich so. Jetzt kann ich sogar schon die Harnische machen. Das ist viel früher als letztes Mal. Es könnte alles um einiges schneller gehen, auf jeden Fall. Ich kann mal ganz kurz ein bisschen Mineration hochgehen. Der Puffer muss mal ein bisschen höher werden, dass die Leute schneller kommen. Das ist gerade das große Problem. Süßig ist, er hatte die ganze Zeit den Brüttelbefehl, aber er macht ihn einfach nicht. Einfach aus Prinzip. Manchmal ist er wichtig. Aber jetzt, alle Armbrustlieferungen, die wir bekommen, sind jetzt doppelt. Auch die Bögen bitte. Einmal umstellen. Ich meine, wenn ihr es einmal macht, dann ist es okay. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Das wird ne Menge ausmachen. Sag ich euch. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Das ist der heiße Shit gerade. Müsst ihr das Holz unbedingt der Tünten abliefern? Und ich hätte es eigentlich viel lieber da oben, weil die so oft da hinlaufen müssen jedes Mal. Habe ich denn eine Wahl, als das zu akzeptieren? Jetzt habe ich einmal Holz verkauft, oder? Egal, ich habe einfach nichts gesehen. Oh, die ersten Steinlieferungen sind noch nicht da. Aber jetzt ist mehr Eisen, müsste auch reinkommen, von den zwei Minen, die ich habe. Das Pech könnte auch ein bisschen was ausmachen. Vor allem die Armbrüste werden halt mehr. Leute, ein bisschen schneller kommen. Schneller kommen. Jawohl. Arbeite geht zur Arbeit. Du bist gefeuert. Bring trotzdem lange und du darfst noch arbeiten. Äh. Hm. Sag mal, geht's euch noch gut? Das ist ja mal dreist. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ha, ha. Oh Mann, ey, das war wirklich, das war ein Fail. Egal. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ich muss mir noch ein bisschen Stadtzeug holen. Wir werden überfallen. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Ja, super. Ja, super. Jetzt hat es mir meine unterer wertvollen Lanzenträger zerschossen. Was soll ich jetzt machen? Genau, so geht es mir auch gerade gedanklich. Ja, richtig. Oh Mann, ich habe schon wieder, ich habe, warum habe ich schon wieder so viel Angstfaktor verloren? Leute, fürchtet euch mal mehr. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Strandangst. Das Volk erzittert bei der leisesten Erwähnung eures Namens, Seier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ich bin am Arsch. Ich habe halt noch gar nicht, ich habe noch nicht eine Armbrust bekommen. Ich fühle mich so betrogen. Ich fühle mich so unglaublich betrogen. Okay, machen wir mal. Äh. Ich habe doch gar nichts mehr. Ihr habt nicht genügend Güter. Mit welchen Kräften, mein Führer. Ohne Scheiß. Kommt mal ran. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Was kommen denn jetzt schon die Bremenbogen? Die sind auch schon so früh, bevor auch nur die erste Armbrust abgeliefert wurde. Ich bin nicht so wirklich vom Angstfaktor überzeugt. Die Sache ist die, meine Armbrustschützen brauchen eh zwei Schüsse für die Bremenbogen-Schützen. Die wird das größte Problem darstellen. Jetzt sind wir bei vielen Angriffen. Deswegen wird sich das nicht großartig ändern. Und die Anzahl der Mangen und Türme werde ich trotzdem erhöhen können durch die höheren Ressourcen. Also ich werde schon profitieren davon. Aber die Frage ist, ob wann sich das auszahlt. Auch wieder andererseits. Ja, ich habe auch viel zu viel Startgold reingesetzt in den Angstfaktor. Das kommt mit dazu. Ich... Hm. Stimmt eigentlich. Ich habe eigentlich zu viel Startgold reingesetzt. Angstfaktor für später wäre eine Idee. Aber jetzt für den Beginn... Es wird sich schon auszahlen, aber ab wann ist die Frage? Waffen geschultert! Weil wir jetzt hier berät eine Bogen-Schütze sind, die mich komplett nicht in Ruhe lassen. Ich meine, das ist jetzt so weit abgewehrt. Das ist ja schon mal was. Rot kommt wieder rein. Das Volk liebt euch, mein Lord. Man rückt dem Lord zu Leide. Und los! Strandangst. Die Anfangsinvestition vom Angstfaktor ist halt wirklich zu hoch bei den wenigen Ressourcen, die ich habe. War das im Original eigentlich auch 3000 Gold? Würde mich mal gerade so interessieren. Aber ich glaube schon, oder? Der greift schon an, ey. Der greift schon an. Ich habe doch noch nicht mal... Ne, der Angst... Ne, das Problem ist mit dem Angstfaktor. Ich gebe zu viele Ressourcen am Anfang aus für den Angstfaktor. Das ist schade, aber... Ne, ich komme gar nicht dazu. Ne, dann machen wir das noch mal von vorne. Grundsätzlich wird sich der Angstfaktor auf jeden Fall auszahlen, aber ich habe gar nicht die Zeit, so lange zu übernehmen, dass der überhaupt anlaufen kann. Oh, Kirito-kun. Dankeschön für die Mitgliedschaft seit drei Monaten mittlerweile bei dir. Äh, Holz, Holz, Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Diesmal an die Häuser denken. Ich versuche diesmal mal vielleicht einen sehr guten Start hinzulegen. Das soll helfen, habe ich gehört. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr seid der siebtgrößte Arosher. Allzeit bereit. Da schauen wir mal, dass die Leute schnell kommen. Das ist auf jeden Fall dadurch beschleunigt. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Das würde ich eigentlich auch mal anders machen, egal. So, zwei Stück. Dann bleiben wir mal neutral. Das war den Versuch wert, würde ich sagen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Oh, Stein da drüben ist ja nur Bait. Selbst wenn ich die Ballisten beschießen kann, beschießt mich die Mange. Herzlichen Dank. Gegen einen Basir mit 40.000 Goldreserven habe ich keinen Bock, ein Duell zu führen auf Distanz. Nicht, wenn es nur der Basir wäre, dann hätte ich kein Problem damit. Aber da ist ja noch ein bisschen mehr dabei. Und wieder kein Burggraben. Ja gut, okay. Bis jetzt hätte ich den nicht ziehen können. Ich meine, ganz ehrlich, aktuell sind noch die Arbeiter am draus laufen. Bis jetzt habe ich noch keine Zeit verschwendet. Kann man das Gold am Start überhaupt verändern? Ja, klar kann man. Das kann man. Das ist ja einige Missionen, die das verändert haben. So, jetzt holen wir mal die Leute raus und können Burdeln machen. Jetzt können wir wirklich mal sagen, das ist jetzt mal der Startaufbau neu. Ohne den Angstfaktor. So. Und jetzt wird gebuddelt. Es werden Rekruten benötigt, sei. Jetzt besetzen wir auch mal wieder den Bereich. Ich glaube wirklich, das Gold, was wir sparen, dadurch, dass wir keinen Angstfaktor bauen. Das können wir halt auch wirklich in die ersten Truppen stecken und sowas. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Und jetzt ist es so. Und jetzt ist es so. 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 Oh, Morna, bitte. See you later. Danke schön für die 10 Euro. Vielen Dank für das tolle Geburtstagsgeschenk. Einen wundervollen Abschluss eines tollen Tages. Daher teile ich auch gern mit dir von dem, was ich heute erhalten habe. Alles klar, see you later. Und dir alles Gute zum Geburtstag, wie es aussieht. Stimmt, das hast du letztens doch geschrieben, dass das direkt an deinem Geburtstag ist. Da war was. Da macht es Bling Bling im Kopf. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. unsere Schatzkammer leert sich. Palim, Palim. Feuergasse links beim Durchgang, wo kein Burggraben ist. Ich meine, eine Feuergasse habe ich ja schon mehr oder minder, aber eine komplette Feuergasse zu machen wäre ein Exploit. Das würde ich gerne vermeiden wollen. Außerdem, es wird schwierig, eine Feuergasse überhaupt mit Mauern zu ziehen, weil die meisten Zeit, den Großteil hier kann man überhaupt gar nicht ziehen. Also, hier werde ich schon Feuerwerfer drauf machen. Das ist der ganze Plan. Das hat letztens auch gut funktioniert. Ich würde auch mal eins, zwei, drei, würde die die und die hinmachen, aber diesmal würde ich vielleicht ein paar Ambushützen mit hinsetzen nach Möglichkeit. So, weitere Produktion, bitte. für den nötigen Meerholz. Verdammt. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, für den Start. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Bin zur Stelle, es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Tschüss, liebe Getreidefarm. Du hättest Ihnen nie gescheit arbeiten können. Ich hab's eh aufgegeben, dass du das kannst. Ah, eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor, Alter. Seht euch vor. Alles klar. Eure Befehle? Bei wie viel Treu wir mittlerweile sind? Ähm... Ja. Exakt. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich hab auch... Wenn du das Laden mitzählst... Komplett Neustart, das glaube ich, das dritte oder vierte Mal. Aber wenn du die ganzen Einzelversuche mitzählst, dann haben wir ein bisschen mehr. Minimal. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Vorwärts. So. Ihr kommt jetzt mal rüber. Ihr kommt auch mit rüber. Dann verteidigen wir hier vorne schon mal ein bisschen. Maulai. Hm. Mario Hanuk. Einen Moment, was? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Den wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt hab ich ihn eben. Ah. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ah, jetzt kann ich das Tor aus hier wieder machen. Das mach ich auch mal. So, das sieht doch schon mal okay aus. Das würde ich mal als neuen Stadtaufbau jetzt gelten lassen. Bestimmt 20 mal. Ja, 20 mal würde ich mal wirklich sagen, das haut hin. Das ist nicht unwahrscheinlich. Sein tun. Tuten. So, ich hätte jetzt trotzdem gerne meine Schenken. Zur Arbeit. Du Mieser. Drei Armbosschätzen, das sieht gut aus. Die würde ich dann gerne mal hier in das Hinterland setzen. Sire. Please crossbowman sit on my face. Bitte was? Crossbow ist crossbow senpai. Äh, okay. Ich hätte jetzt gerne diese hier. Wir benötigen Holz. Womit kann ich dienen? Zwei Holzfäller, die noch arbeiten. Den Bereich da unten könnten wir uns eigentlich auch mal ein bisschen wegfällen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Ort. Das reicht mal, wenn die zwei da hinten Holz liefern. Steuern. Steuern. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbarmlichen Burg. Da greift er an, der Kalifenboy. Nennt euren Wunsch. Und ratet mal, wer noch nichts zur Verteidigung hat. Jawoll, genau der hier. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Euer Gnaden? Wir werden überfallen. Lagerungsgeräte bemannt. So, run, run, run. Wann, wann, wann. Alle Armbrustschützen, bitte auf den hier schießen. Ah, verdammt, jetzt hat sie ihn gedacht. Ich hab schon fast vermutet, dass das passiert. Egal. Getötet wurde er noch nicht. Alles gut. Hm. Aber Nahrung kommt bald nach, keine Sorge. Wir benötigen Holz. Holz könnten wir aber gebrauchen. Holzer. Es werden Waffen benötigt. Waffen geschultert. Bereits eure Lautschaft. Eure Befehle? Eine Nachricht von Vazir. Hört, wie die Wüste ruft. Sie singt von eurer Zerstörung. Vazir geht ab. Okay. Was zum... Nicht euer verdammter... Ist das wegen den Sklaven, oder... Warum schießt die Mange jetzt hier rüber? Erzählt mir nicht, dass die jetzt... Was ist denn in dieser Zeitlinie jetzt wieder anders? Ah, wollte schon gesagt haben. Ey, sieh zu, dass du Land gewinnst. Das Volk hat eine hohe Meinung. Die Unterstandskammer lehrt sich. Wir benötigen Holz. Ich brauche Geld. Warum kommt nichts rein? Von überhaupt nichts kommt grad was rein. Keine Armbrüste! Ich hab so viele Armbrustmacher. Wo bleibt denn das Zeug? Bin zur Stelle! Wo, Morna? Ja! Eine Nachricht vom Kalifen. Na! Ihr Störer passiert meine Geduld! Ich werde euch zermalmen! Ein Morna! Ein Morna! Ein Morna! Belagerungsgeräte bemannt! Okay! Speichern! Gute Nacht an alle, die gehen! Und hallo an alle, die dazukommen! Das ist ein Kommen und Gehen! Ihr habt nicht genügend Güter! Eine Nachricht von Nasir! Wenn die Sonne am höchsten steht, werdet ihr die Hitze meines Erachtens spüren! Hä? Warum war kurzzeitig... Oh nein! Okay, ich lad nochmal. Die ist gerade mit Hanisch machen fertig geworden und ich hab das Ding platziert. Deswegen ist die despawn und der Hanisch gleich mit. Tut mir leid. Ich hab zu lange drauf gewartet, um den jetzt einfach verkommen zu lassen. Ich hab's aber auch wirklich mit dem Timing, was sowas angeht. Das ist Wahnsinn. Mein Bogen ist euer. Eine Nachricht von Nasir. Ihr könnt euch nirgendwo verbergen. Ihr habt keine Zuflucht. Wir geben unser Bestes! Wir werden überfallen! Wann ist denn das jetzt kaputt gemacht worden? Und wann hat der Vazir jetzt genau hier was aufgebaut? Diese Tamba-Liste da. Das ist ja eine Beleidigung fürs Auge. Gehen wir mal auf 10 zurück, bitte. Es passieren gerade zu viele Dinge. Wir benötigen Gold! Ihr seid der siebtgrößte Herrscher! Wohin gehen wir? Krieg ich jetzt bald mal meinen ersten Hanisch? Wie lange kann man denn brauchen, um zur Waffenkammer zu laufen? Seid bereit! Seid bereit! Balliste! Bereit, my love! Reisen? Machu are Hano! Ha, verfehlt. Ich habe den Stein jetzt ganz genau beobachtet, auf mich zugeflogen ist. So, ab jetzt müsste ich ja hoffentlich keine Hanische mehr kaufen müssen, aber das ist auch eine Hoffnung, bei der ich mir unsicher bin, wie sehr ich die wie sehr ich auf die setzen kann Der will sich auf den setzen haben wir es bald mal mit dem ganzen kuhwurf noch Oh, hi Jetzt ein Grund, dass ihr hier durch wollt Also, wir wollen nicht mal hier ans Tor, das kann das sein Meine zwei Armbotschützen werden das aber nicht verteidigen können Ach man Es ist schon wieder irgendwas verändert worden, obwohl ich nicht weiß was Ich kaufe Hanische Ich habe keine Ahnung, warum jetzt alle dieses Ding plötzlich hoch wollen Vorher haben die das nicht gemacht Vorher war es auch nur der Störtrupp, ich habe keine Ahnung Ah, weil ich nicht zugemacht habe Ich verstehe Alles klar Jetzt verstehe ich es Jetzt weiß ich das Problem, danke Da muss man ja zumachen Der Bergfried ist komplett Dankeschön Das sollte einiges ändern Ähm Bin zur Stelle Okay So, Mange schießt jetzt hoffentlich gleich Ja Balliste schießt den weg Wir werden überfallen So Dann mal den Schutzwall Nochmal Nochmal Harnische Nochmal so Ein Speicherstand Speichern Nicht die Getre... Ach, stimmt Ich seh die halt die ganze Zeit am Augenwinkel Aber ich vergesse die ganze Zeit, dass es jetzt seine ist Balliste, bereit, Meilor Balliste, bereit, Meilor Ich hab ja noch keinen Schutzschild gebaut bis jetzt Ihr seid der siebtgrößte Herroscha Aber bis jetzt hält das soweit noch Mein Bogen ist euer Okay Dankeschön Dankeschön Ich konnte aber noch Steine rüberkommen aktuell Das Ding wird hoffentlich gleich beseitigt Jetzt kommen sie hier hoch Entschuldigung Sehr gut Das war nämlich einer der kritischen Punkte immer Beim... Beim den Ranz bisher Den haben wir überstanden Aber hier bin ich jetzt nicht wirklich gut aufgestellt Das ist das Problem Der Feind füllt den... Los! Sire! Euer Gnaden? Eine Nachricht vom Enya Meine Dattelfelder vertrocknen Meine Kamele werden immer dürrer Und ihr? Nun zumindest kann ich etwas gegen euch unternehmen Unser Werkzeug ist bereit Konstruieren Belagerungsgeräte Hier werden Leute zur Quetschstoffen Ich weiß nicht Ich werde doch zwei Belisten Aber Auf normalem Weg schaffe ich das doch nie kaputt zu kriegen hier Doch ehe dieser Tag zu Ende ist Wird ein Banner über eurem Bergfried flattern Jetzt kommt auch schon der erste Angriff von Richard Mehr Holzfäller Ich möchte mir nicht das gesamte Holz wegmachen Also wenn ich jetzt... Ja, kriege ich jetzt vielleicht mal kurz Holzlieferung Aber dafür habe ich dann nichts mehr Und woanders kann ich nichts mehr herholen Ich belasse es lieber dabei, dass ich nachhaltig fällen kann Vielleicht würde ich da drüben noch einen Holzfäller hinbauen Ja, ich glaube da drüben noch einen Aber mehr würde ich echt nicht machen wollen Das ist nicht dort platzieren, mein Lord Oh, das hat mir echt immer Schafe, verlassen, verlagerungs-geräte Schafe, verlassen, verlagerungsgefehler Zur Stelle Bin zur Stelle Ich glaube, ich mache doch erstmal eine zweite Ballistin. Ich glaube schon, dass die Mange mir hilft, aber ich muss halt auch mal Glück haben, was die Treffer angeht, was ich leider irgendwie nie habe. Alter, der hat jetzt einfach instant ein Schild schon zerstört. Ja, der hat einfach instant ein Schild zerstört. Ja. Der Beschuss ist viel zu heftig, nicht? Auch selbst mit zwei oder drei... Gut, eine dritte Balliste kriege ich nie die Ressourcen zusammen. Ist das halt wirklich so ein Ding von wegen, du musst eine 1 zu 1 Komplettlösungsanleitung nachmachen und anders geht es überhaupt nicht zu lösen, die Mission. Das ist nur der Weg, wie Karilotus es geschafft hat und ansonsten funktioniert es überhaupt nicht. Ich meine, wo war mein letzter Spielstand? Hier und da waren noch die Sachen. Kriege ich hier jetzt wenigstens schnell... Komm, verkaufe ich mal die Armbrüste und hole mir mal schnell die Schutzschilde. Hier, dieser Kacktriebock, der Sniper hat mir die ganze Zeit... Ich treffe den von hier aus noch nicht mal, oder? Die Steine werde ich... Boah, ich hab halt nirgendwo irgendwas. Ah ja, stimmt, das hier. Ja gut, mir fallen auch einige Möglichkeiten ein, aber keine davon, ich sei exploit-frei leider. So, da hoch, da hoch, da hoch. Ah, das hier, ich hoffe, das machen die von selbst, ohne dass ich mich ständig drum kümmern muss, aber es sieht ganz okay aus. Ich frage mich gerade, ob es die Schilde wert sind. Und ob ich das Geld lieber in mehr Armbotschützen gesteckt hätte. Ein Nachricht von Richard Löwenherz. Ich gucke auch viel zu langsam Steine rein. Wahrscheinlich sind die drei Abgabestellen zu viel. Ja, super, jetzt habe ich ein bisschen Steine reinbekommen, aber es reicht nicht, um den Katapult-Spam zu bewältigen. Ja, was soll ich gegen den Katapult-Spam machen? Mangen oder Ballisten? Mangen würden ab einer gewissen kritischen Zahl bestimmt diesen Ultra-Spam auf irgendeine Weise Herr werden. Aber Ballisten, die haben mir halt auch nicht wirklich weitergeholfen. Und die muss man ständig micromanagen, dass die immer aufs richtige Ziel schießen. Erstmal ein Turm, den zweiten nicht bauen, das bringt mir auch nicht so viel. Ich weiß halt nicht mehr groß, was ich ändern soll. Ich wüsste jetzt echt nicht mehr, was ich großartig anders machen soll. Wie gesagt, als es hieß, dass ich da rechts machen kann, hatte ich mal zwischenzeitlich Hoffnung geschafft. Aber die Manga hat einfach alles zerstört. Das war für mich, da brauche ich es gar nicht erst mal versuchen. Ich könnte mal hier und da einen Quoten-Lanzenträger gebrauchen, wenn man irgendwas kaputt machen kann wie da drüben. Aber ansonsten kann Loli das eben mal machen. Ja, dann muss ich gerne den ganzen Turm jetzt mal reparieren. Ich meine... Ich kann mich auch nicht weiter zurückziehen. Von den Eisenminen aus? Von dort aus meinst du, was zu machen? Kann man so weit drüben überhaupt was aufbauen? Kann man. Könnte ich von dort aus über... Ne, da konnte ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich von den Eisenminen aus... Turmfront mit Manga. Ich bin halt auch im Überlegen, ob sich diese gesamte linke Seite eigentlich lohnt. Weil... Klar kriege ich hier immer die ganze Zeit Steine rein. Aber das zu verteidigen, dann wird es mir so oft kaputt gemacht. Dann kommen immer wieder die Gegner hier. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Klar, eine Eisenmine. Klar, zweimal Pech. Das ist eine Menge Ressourcen, aber... Ich spare mir so viele Nerven, wenn ich das hier nicht besetze, da links. Und von mir ist hier einfach zu mache, wie hier. Mit ein paar Schützen. Und gut ist. Es werden Waffen benötigt, Sire. Schaut euch das mal an. Wenn ich hier nicht eine kritische Anzahl an Armbotschützen habe, zu diesem Zeitpunkt, bin ich verloren. Ein erträglicher Auferlust. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Nee, ich... Ich hab diesen kritischen... Ich bin schon längst drüber. Ich bin noch im Überlegen... Ich spiele schon gar nicht mehr, weil ich schon im Überlegen bin, was ich beim nächsten Mal anders mache. Aber es gibt nicht mehr viele Sachen, die ich groß ändern kann. Die linke Seite aufzugeben, würde ich... Pfff, das Stein ist halt einfach zu wichtig. Ansonsten kriege ich es halt nicht verteilt, weil man ja nicht zumachen kann. Jetzt laufen die alle links lang. Ach so, weil da aufgemacht wurde. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. Die Menge an Feuerballisten ist aber auch wirklich krass. Ich weiß es halt immer noch nicht. Mangenballisten, Mangenballisten, Mangenballisten. Beides hat mich nicht wirklich weitergebracht. Jetzt sagt er, gut, Mange brauche ich ab einer kritischen Masse, werden Mangen halt gut. Komm, ist halt alle hier durch. So, aus dem da rechts kann ich mir ja nicht holen. Außer... Ich weiß halt nicht, ob es das wert ist. Hier ein Turm aufzubauen, mit dem man den Basir beschießt. Da kann ich zwar nicht da hinten reinschießen, aber ich kann ihn stark wirtschaftlich schwächen. Oder ich schieße zumindest mit einer Feuer... Ja, mit Feuerballisten. Wie weit könnte ich damit vor? Vielleicht bis hierhin könnte ich damit... Hm. Ja gut, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Dann würde ich nochmal was Neues probieren. Wie oft haben wir Feuerballisten eigentlich schon aus der Patsche geholfen bis jetzt? Schon ein paar Mal, ne? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort... Eine Nachricht von Vasir. Der rote Himmel in der Nacht hat Vasir Freude gebracht. Das ist schön für dich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Holen wir uns nochmal das hier drüben. Vielleicht ist es ja möglich, das irgendwie zu safen. Beim Torsee unten würde ich dann bleiben, sobald es möglich ist. Um... Eure Beliebtheit sinkt. Den ganzen Spaß bezüglich. Nennt euren Wunsch. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Habe ich das schon wieder falsch? Ne, egal. Armbus zu teuer. Mehr auf Bogen... Bogenschützen werden mich nicht weiterbringen. Nicht bei der Masse anberittenden Bogenschützen und dann den Gepanzerten, die später kommen. Bogenschützen... Auch gegen die Möcheln würde da helfen, die mir zu wenig. Da brauche ich mehr. Die Armbusschützen sind schon absolut essentiell hier in der Mission. Und ich glaube nicht, dass es ohne geht. Ich wollte eigentlich Feuerwerfer hierhin machen, ne? Egal. Feuerwerfer, Feuerballisten. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Das sollte ich auch nicht vergessen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Wir werden überfallen! Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Entstatt ein paar Bogenschützen auf jeden Fall. Aber die Armbusschützen komplett wegzulassen, ist quasi Todesurteil. Ich bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Hallöchen, Gottspinner. Bin zur Stelle. So. Ihr habt nicht genügend Güter. Jetzt schon mal anfangen, die ersten Steuern zu erheben. Rüber. Rüber. Euer Gnaden. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir werden überfallen. Was wünscht ihr? Hm. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ich müsste manuell vorschieben. Ja. Rücken aus. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mit Fallen links arbeiten. Fallen links würde mein Holzfob auch dermaßen hochschrauben. Ich glaube nicht, dass sich das auszahlt. Ich wollte eigentlich auf dem Marktplatz. Egal. Jetzt habe ich einen Britten der Bogenschützen. Auch gut. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bereits unerreichbar, Sire. Zur Stelle. Im Laufschritt. So, bitte hier sammeln und nicht wieder irgendwo hingehen, bitte. Wirklich. Tut mir den Gefallen. Einmal ausnahmsweise. Bogenschützen bereit. Und los. Und Marsch, Sire. Mein Bogen ist euer. Es werden Waffen benötigt, Sire. Balliste. Bereit, Milo. Okay. Euer Gnaden. Bisschen Stadtbrot weg. Ach, die ganze Bäckerei-Aufstellung muss ich auch nochmal machen. Häää. Stadtaufbau machen ist harte Arbeit, muss ich euch sagen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. So, jetzt brauche ich auch mal wirklich ordentliche Armbrustproduktion. Bitte, danke. Wir benötigen Holz. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Waffen geschultert. Pechgraben. Ja, da hat mir links hier und da weiter geholfen, aber das kann ich auch die ganze Zeit nicht stemmen, das die ganze Zeit, ähm, zu machen. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Belagerungsgeräte bemannt. Wir werden überfallen. Ich muss trotzdem eine kleine Schutzmauer hier errichten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Komm, ich mach die Startaufbahn 9 nochmal neu. Ich schicke aber mal den Brittenbobenschützen noch mit. Oh Gott, bis da mal was angekommen ist. Das dauert so ewig. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Achtung! Ich muss mal die Steine jetzt hier mal nutzen, um wieder links die Verteidigung aufzubauen. Drei und sieben. Drei und sieben. Balliste, bereit, mein Lord! Balliste, bereit, mein Lord! Balliste, bereit, mein Lord! Kommst mal näher ran. Der hat leider eine Erhöhung von dir. Der hat leider eine Erhöhung von dir. Kann ich da überhaupt zurückschießen? Ich hätte eigentlich gar nicht mal vor, da überhaupt irgendwas aufzubauen. Balliste, bereit, mein Lord! Das hat auch nicht Wert. Nee, ganz ehrlich, die zwei Eisenbienen da drüben ist es nicht. Aber was soll ich denn sonst anders machen? Ich kann doch nichts mehr dran ändern mittlerweile. Außer minimale Veränderungen am Early-Aufbau. Besser kann ich das nicht machen und die rechte Seite kann ich mir nicht holen. Mange sei Dank. Weil jeder und seine Mutter, ich schau dich an eben hier, plötzlich Mangen haben muss. Na ja, schauen wir erstmal, ob es so vielleicht erstmal reicht. Vielleicht können die zwei Eisenbienen mir trotzdem lange genug Sachen anschaffen. Oh Gott. Ja, ich habe das so drauf geschaut, dass ich jetzt einen Tunnelblick hatte und das wieder verpasst habe. Ja, ich habe auch noch kein Bier gemacht. Oh Gott. Na, das war alles andere als ein guter Stadtaufbau. Das hätte ich gar nicht überschreiben müssen. Ich meine... Da hat die Mange hingeschossen. Was ist, wenn ich hier meinen Turm mache? Was ist, wenn der Turm nicht hier hingestellt wird, sondern hierher? Würde das was verändern? Ich glaube, das war doch hier, oder? Habe ich denn... Das eine Mal, wo ich beschossen wurde von der Mange, habe ich den, glaube ich, hier hingestellt, ne? Wenn ich ihn stattdessen hier hinstelle, von mir aus so. Äh, okay. Ich sollte mal Zeit nutzen und hier was machen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir benötigen Steine. Leicht versetzt. Ähm, ja bitte. Jetzt mache ich es mal so. Es gibt einfach so viele Strichlisten, äh, die man hier abscharken muss, wenn soweit die Mission losgeht. Die Sklaven zum Burdeln schicken, die gesamte Wirtschaft aufbauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Und irgendwas hat man garantiert wieder falsch gemacht, weshalb man dann gleich wieder neu starten darf. Wenn ich mich so aufbaue, könnte das vielleicht helfen. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Na, war klar, dass das jetzt so nicht geht. Ah, es ist mir aber... Es ist mir trotzdem lieber, als die, äh, als das Getreide zu haben. Das kann ich mir im Notfall noch kaufen. Brauche ich dann überhaupt eine Brotproduktion? Oder verzichte ich einfach komplett drauf? Das ist etwas, wo ich mir auch sagen kann, da kann ich Zeit und Mühe auch einfach erstmal sparen. Und lass das komplett weg. Gibt Wichtigeres. Es werden Rekruten benötigt, seier. 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 Ich checke jetzt erst, dass niemand auf den Turm kommt. Och, ne. Äh... Anders kann ich das Ding nicht platzieren, oder? Doch, so. Ja, toll, das bringt... Ach, fuck. Kommt man da... Oder kommt man da drüber, über das Abgabefeld? Käme man da hoch? Das ist meine wichtigste Frage. Ne, natürlich kommt man da nicht hoch. Oder doch... Doch. Man kommt da lang? Hm. Ja, gut. Aber ich weiß nicht, hat jemand letztens auf den Turm geschossen? Oder auf einen Steinbruch? Ich bin mir da gerade unsicher. Ich werde es sehen. So, dann mache ich das nochmal. Okay. Okay. Ihr habt nicht genügend Güter. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, seier. Schnapp nochmal eins. Schnapp nochmal zwei. Pech. 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 Und nochmal Pech. Die zwei Ochsenjoche, die wir hier dann noch brauchen. Der Burggraben. Habe ich schon mal erwähnt, dass es viel... Eine riesig große Strickliste jedes Mal zum Abarbeiten gibt. Äh... Deswegen macht es die Neustart nochmal um einiges frustrierender als ohnehin schon. Weil du weißt, dass du... Was du alles nachholen musst. Äh, ne. Nicht... Nicht... Da. Speichern. Nehmen wir auch jedes Mal viel Potenzial weg, weil ich zu lange damit warte. Vor allem jetzt, wo ich mal sage, ich kacke drauf auf. Ich mache jetzt auch mal hier ein bisschen, äh, Armbrustproduktion hin. Wo ich jetzt vorher die, äh... Ding war, aber das ist eigentlich hier ganz gut zwischen dem Holz und zwischen dem hier. Äh... Dennoch hätte ich gerne ein kleines bisschen Bierbrau gedöhnt. Dann kann ich auch erst mal hier das verkaufen. Ihr habt nicht genügend Güter. Verkaufen Großteil vom Holz. Wir benötigen mehr Holz. Das Volk huldig. Was wäre besser? Das die Nahrung gleich zu verkaufen? Oder... Sobald ich die plus acht habe, brauche ich keine Nahrung mehr. Dann lasse ich die Steuern weg. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. So, entsprechend mein Geld war anders herbekommen. Speichern. Ich weiß, es werden ewig viele Spielstände, aber ich weiß nicht, wie ich es ansonsten machen soll. Wir werden überfallen. Euer Gnaden? Bereits, eure Lachstattung! So, Burggraben, bitte starten. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Feuergasse. Ja, was meinst du mit Feuergasse? Meinst du jetzt, alle Zugänge versperren bis auf einen Weg und dort eine große Feuerwehrgasse zu bauen? Es werden Rekruten benötigt, Seier. Selbst die lässt sich hier nicht so gut umsetzen bei der Mission, weil man nicht wirklich frei Mauern bauen darf. Man ist hier sehr vorgeschrieben mit dem, was man machen darf. Und an welchen Stellen. Keine Denkfrage ist, bis jetzt den Startkurs grüßen, das für Holz auszugeben oder jetzt das meiste durch Holzfeder anzuholen. So, ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, was ich an Holz ausgebe für gewöhnlich. Das sind vielleicht 500 vom Startkurs oder so. Bis die erste Holzlieferung kommt, vergeht ja meistens auch Zeit. Ich hole meistens das erste Startkurs schon bevor das der Fall ist, um noch mehr Wirtschaft aufzubauen. Das geht doch nicht. Okay. Sicher doch. Und so, auch wenn ich einen Ball näher dran natürlich wieder das Risiko habe. Dass die Mange wieder schießt. Die Mange ist hier so ein bisschen der Buhmann. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Ich wette, am Ende kommt wieder so ein Spruch von wegen, ja locker. 80% der Community schaffen die Mission bestimmt bei First Try. Ähm, so. Ich möchte jetzt mal noch umstellen. Ich habe immer noch Bogenschützen hier. Bögen kann ich mir nur verkaufen. Die sind leistbar. Drei, drei und dann ist hier die sieben. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, sechs. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich weiß nicht, ob ich was großartig damit anfangen kann, Pechgräben vor das Wasser zu machen. Grari, weil das Problem ist nicht die Truppen, die sie... Man sammelt sich zwar immer wieder Truppen vor dem Pechgraben, aber es ist nie so eine große Masse, dass sich da ein Pechgraben zu zünden lohnt. Gleiches gilt. Der einzige, wo ich finde, dass es sich lohnt ist, ist auf der linken Seite. Auf der Seite Pechgräben oder Feuerwerfer. Vielleicht... Selbst Feuer... Die überleben halt nicht mal lang genug. Das größte Problem ist der Katapultbeschuss. Nicht mal die Gegner, die da durch den Graben durchkommen. Meistens fallen die Türme vor allem anderen. Das ist das große Problem. Eisen habe ich eigentlich gestartet, ne? Warum hilft das Schild nicht? Oder ich glaube, es hilft. Dann geht man wieder raus, bitte. Okay, da haben wir ein kleines bisschen Sklaven-Battle. Hallo Geld. Du bist willkommen. Es wird zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Eins und fünf. Erstmal auf den Blackfried sammeln, bitte. Ne, du bist die Falsche. Dann. Bereits eure Lordschaft. Leicht über Kalender 6 vom Schwierigkeitsgrad-Level. Ich habe ja noch nicht genug Gründe, den Kalender nicht zu spielen, nicht wahr? Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle. So. Gut. Gib uns eine Aufgabe. Ich brauche noch ein paar Schutzschilde. Konstruieren Belagerungsgeräte. Achtung. Hm. Mal gucken. Sobald die Manga da schießt, kann ich das eh vergessen. Und los. Euer Gnaden. Wenn die Marines into Ghost Rush probiert und taktischen Nuke auf den Wolf in der Lieblings gezogen. Leider alle schon probiert. Alle schon gescheitert. Tut mir leid. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das Volk huldigt euch, Sire. Da sind jetzt die ganzen Berittenen, aber das kriege ich soweit noch hin. Sire. Ist immer wieder einer der Amperschützen, der leiden muss, obwohl die Schilder da sind. Die Schilder bringen ja echt nicht so viel. Oh, Niklas Krippers. Dankeschön für deine 27-monatige Mitgliedschaft mittlerweile. Moin, Otwin. Was sind deine nächsten Projekte? Ähm. Also ich werde auf jeden Fall demnächst das neue Spiel von Westwood starten. Hier einfach nicht von Westwood. Von Petroglyph, von den Command & Conquer-Machern, dieses zum Ersten Weltkrieg. Ähm. The Great War heißt das Spiel. Das möchte ich demnächst auf jeden Fall starten. Ich möchte nochmal einen neuen Total War Warhammer durchranden mit den Chaos-Zwergen machen, sobald die rauskommen. Ja, gut. Benderlord, das Projekt wird jetzt auch eine Weile gehen. Sobald ich jetzt hier mit dem Kreuzzugmarsch fertig bin, werde ich Community-Content wiederbringen. Ausnahmsweise Community-Content, der, ähm, die Genfer Konvention erfüllt und halbwegs, halbwegs Menschen, äh, Menschenleben achtend ist. Äh, dann... Ja, ich glaube, das wären so die meisten, die jetzt für die absehbaren Mona... Ach, stimmt. Ja, das Problem ist, solange ich hier noch nicht zugebuttelt habe, brauche ich, kann ich auch gar nicht mit dem... Ich würde zumindest gerne mal sehen, ob mich die Mangel beschießen kann, ob sich das überhaupt lohnt, was ich hier mache, bevor ihr mich jetzt tötet. Bitte, danke. Jetzt wollen die alle da rüben. Warum geht die alle da rüber? Ich müsste doch da langlaufen. Hä? Ist das irgendwie blockiert? Wegen dieser Ka... Ihr wollt mir nicht sagen, dass diese Pflanze das Toraus blockiert, oder? Ob ich noch einen weiteren Stream mache, wenn ich es heute nicht... Ich... Ohne Scheiß, ich bin wirklich am überlegen, ob es das wert ist. Wenn ich es jetzt heute nicht schaffe, den ganzen Tag über... Hat da irgendeinen Tri... Ach, der Trippok vom Wolf schießt da her! Ja gut, dann brauche ich erst den... Okay, das ist wirklich so ein typischer Fall von... Ich glaube, das ist es nicht wert. Ich glaube, das ist es nicht wert, hier... Also hier zu verteidigen. Ähm... Ja, von wegen, ob ich noch einen weiteren... Ich kann es euch abstimmen lassen, ob ihr unbedingt das Finale sehen wollt. Ähm... Ich persönlich habe keine großartige... Ich gehöre halt nicht zu den Leuten, die sich an diesen Über-Challenges motivieren können. Außer es gibt natürlich irgendwie, ähm... Spiele, die von Grund auf darauf designt sind. Stromleut gehört halt leider nicht dazu. Äh... Also nichts gegen Schwierigkeit, aber das... Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist halt so... So Rom-Hack-Schwierigkeitsgrad. Und sowas muss man halt einfach mögen, oder... Oder nicht. Äh... Ich bin nur gerade am gucken. Die Mange schießt hier. Ja, sie wird auf jeden Fall auf die Eisenmehen schießen. Das hier könnte ich wieder mit der... Vielleicht könnte ich Steinbruch... Steinbruch... Den Steinbruch trotzdem schützen mit Mauern davor. Müsste ich mal gucken. Mehr normale Bogenschützen. Mehr... Ich kann es fürs Early-Game mehr normale Bogenschützen machen, aber die bringen nicht so viel. Also... 30, 40 zu Start wäre eine Idee, ja. Aber... Sobald eine große Zahl von Meuchelmüttern kommt und berittene Bogenschützen und dann noch die Schwertkämpfer und die Pekiniere, werden die mir nicht mehr viel bringen. Der siebtgrößte Herrscher. Okay, ähm... Ja gut. Dann... Muss ich nochmal komplett neu starten. Denn ich muss jetzt quasi komplett das Vorangehen ändern, weil das mir rechts überhaupt nichts bringt. Weil der Triburg vom Wolf schießt da auch hin. Wenn es nur da hinschießt und nicht den Steinbruch erwischt, dann könnte ich drüber nachdenken. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. 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 So, das ist zum Beispiel diese Spure Holz, die ich geholt habe, weil bis die ersten Holzlieferungen kommen, ich muss ja die Wirtschaft trotzdem weiter aufbauen. Ich kann jetzt nicht einfach mal sagen, okay, ich warte jetzt bis Minute drei, bis die ersten Holzlieferungen da sind. Das bringt ja nicht sehr viel. So, jetzt nochmal. Ich hätte gerne... Den Burggraben schon mal gezogen, das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Das Problem ist, es wird auch nicht wirklich besser, was die Konzentration angeht. Und meine, äh, die Ziele, die ich mir im Kopf setze, überschneiden sich die ganze Zeit. Ähm. Inwiefern ließe sich das schützen, ist die Frage. Da war was, ich erinnere mich. Ließe sich das trotzdem schützen, dass es nicht beschossen wird. Wenn ich jetzt hier so eine Schutzmauer davor mache, beispielsweise. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Äh, was ist mir jetzt hier mit einem Turm ab? Ich wollte gucken, dass ich die hier... Seht ihr, das ist das, was ich meine. Ja, jetzt kriege ich ja trotzdem die Getreidefarm nicht hin. Äh, schade. Aber, wenn es reicht, dass ich den geschützt nutzen kann, den Steinbruch soll es mir wert sein. Das Thema hatten wir schon mal. So, in etwa. Da müssten die da nicht hinschießen können. Hoffe ich zumindest. Das sieht jetzt fast aus wie eine Burg der Ratte. Speichern. So. Okay. Jetzt mal eine andere Sache. Ich habe jetzt ewig lang... Alles dafür außer Acht gelassen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So. So. Wollen wir hier auch dann Holz mitnehmen können. Okay, jetzt ist es fast so weit, dass die erste Holzlieferung kommen würde. Ähm... In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Okay. Dann hier weiter. Den Punkt wieder setzen. Dann hoch das Holz zurück. Hier, da, dort. Da, dun. Der Typ wartet die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, es ist doch Platz im Vorratslager. Was will der? Ist er dazu lang gezögert? Das könnte wieder das Game Over sein. Das ist das, was ich meine. Dieses, ähm... Unvergebliche. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. So. Mit, äh... Community Content Peel aufs Legenden des Ostens KI-Paket. Ich kann mich erinnern, das gesehen zu haben. Ich glaube, das hat ich mir so ein kleines bisschen im Hinterkopf notiert. Da war was. Äh... so. So sollte er ihn haben. Oh Gott, die Frage ist halt wirklich, ob ich hier mit Mangel beschossen werde oder nicht. Könnte halt wirklich sein. In dem Fall brauche ich vielleicht die Mauer hier gar nicht. Ich meine, hier ist ja nichts, was geschützt werden muss vor Bogenschützen. Das hier muss vor Bogenschützen geschützt werden. Dort wird der Beschuss stattfinden, immer wieder. Der Ochse hier. Der muss geschützt werden. So. Erste Verteidigung. Dann mache ich mal wirklich eine große Menge Bogenschützen für den Start. Aber die Produktion von Armbrüsten belasse ich bei. Schneidern, weil die auch mehr Geld bringt. So oder so. Selbst wenn ich keinen Armbrüsten machen würde. Was ich natürlich trotzdem tun werde. Äh... Nochmal hier Eisen. Nochmal speichern. Das machen wir als das normale neu. Ja, die Karte ist anders als die Vanilla. Eure Befehle sind auf dem Weg. Das in der Tat. Hm. So, hier und dort. Dann muss ich da drüben noch aufbauen. Da drüben hat mich echt vorhin die Pflanze blockiert. Kann das sein? Das war richtig unglücklich. Jetzt ist da doch wieder eine Pflanze. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ich glaube, deswegen kam dann auch irgendwie nichts durch, oder? Auch von den Ressourcen. Aber so müsste es eigentlich gehen. Habe ich da jetzt eigentlich Feuerwerfer schon gebaut? Ich glaube nicht, oder? War vor zwei Stunden schon mal da und war es ein bisschen am Anfang. Ich glaube, das wird heute auch nicht mehr werden als das. Habe ich so das Gefühl. Ich sehe gerade, wir sind schon seit vier Stunden dabei. Ich bin nicht wirklich aufschlussreicher geworden darüber, was man hier machen kann. Großartig. Gut, ich meine, hier mache ich jetzt mal so, so, so. Machen wir es mal hier zu, dass es noch ein bisschen geschützt ist. Armbrüste, komm rein. Dann unterlasse ich es mal, Armbrüste zu kaufen. Damit spare ich auch schon mal eine Menge Geld. Fürs Early. Machen wir es mal so, 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 so. Jetzt ist der Platz hier frei, endlich. Das ist gut. Ab geht die Luzi. So, ich habe noch keine. Da muss ich auch noch nachhelfen. Bisschen pumpe ich schon mal. So, eins. Zwei, drei. Dann kommt das Bier rein und mit dem Bier wird alles gut. Ich schwöre. So, bis jetzt steht die Mangel noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob es sich lohnt oder nicht. Jetzt machen wir noch mal andere Speicherstände als Stadtaufbau. Ah, Armbrüste, komm rein. Jetzt müssen wir schauen, dass das... Jetzt hat ein Baum fällt, ein Baum. Ja, seid ihr noch nicht so weit ausgebaut, von daher sparen wir mal die Leute hier. Okay. Okay. Ja, bis die ersten Biere reingerollt kommen. Geht eh noch ein bisschen Zeit. Aber genau diese Zeit kann ich nutzen. Und schon mal das restliche Brot verkaufen. Und das Getreide kann auch weg. Ihr habt nicht genügend Güter. So, das ist jetzt der Stadtaufbau 2. Neu 2. Machen wir mal nur Neu 2. So. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seil. Mein Buch. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Und das ist halt auch etwas, wo ich sagen muss, das ist Geschmacksfrage, ob man wirklich ein Stronghold spielen muss, bei dem man gezwungenermaßen auf die niedrigste Spielgeschwindigkeit spielt. Weil einer der Gründe, warum die Mission hier so lange dauert, ist ja unter anderem der, dass man die ganze Zeit mit ein Viertel Spieltempo spielt, weil ansonsten die Mission nicht zu schaffen ist. Das ist so, auch so ein Sager, wo ich sage, okay, es gibt einige Leute, die stehen auf diese Hardcore-Herausforderung. Aber es gibt einige Leute, die wollen das Stronghold einfach normal spielen. Was ich auch auf jeden Fall nachvollziehen kann. Geht mal da rüber. Ist der jetzt? Der ist auch abgeschossen worden. Da wollen wir noch mal Sklaven. Im Grunde haben wir jetzt Content von 4 Stunden gemacht, das in Normalspielzeit eigentlich eine Stunde, wahrscheinlich sogar weniger als eine Stunde mehr, wenn wir mal Spieltempo 60 hätten. Manchmal wünsche ich, die Missionen werden nicht drauf gebalanced, dass man die die ganze Zeit in Bullet-Time spielen muss. Umso zäher kommt einem das ja sowieso noch vor, zusätzlich neben der Zähigkeit, die ohnehin schon existiert. Nicht hier hin, ich möchte bitte eine Baumeisterbilde bauen. Ich brauche mal Platz hier eigentlich. Ansonsten mache ich die Baumeisterbilde erstmal da hinten hin. Okay, jetzt brauche ich wirklich nochmal Holz. Ehrenzwinger. Ehrenzwinger könnte ich mir vielleicht leisten, wenn ich nicht dabei wäre, ständig zu verlieren. Dann wäre ein Ehrenzwinger vielleicht wirklich eine Idee. Darf ich jetzt mal... Jetzt sind die bis... Könnt ihr mal bitte alle abhauen. Ohne Scheiß. Was machen wir hier eigentlich? Ohne... Oder habt ihr es... Ah, die haben das noch fertig gemacht. Sehr gut. Ich habe leider noch keine Balliste. Ich kann leider immer noch die Baumeister... Jetzt darf ich noch bauen. Dankeschön. Sehr freundlich. Ich muss mal ein paar Steine loswerden. Euer Gnaden... So, ein bisschen bringen die Bogenschützen erstmal noch, aber die brauchen später wirklich die Feuerkraft. Oh, aber ich glaube, ich habe sogar die Baumeister ausgeschaltet, die jetzt hier dran sind. Das ist schon mal nicht schlecht. Und die Lieferung scheint zu funktionieren, ohne dass mir jetzt das Zeug kaputt gemacht wird. Das ist auch gut. Okay, jetzt kommen wir eine ganze Menge Meuchler. Gucken wir mal ein paar von euch. Oh Gott, kommt da viel. Hier ist... Ich habe nichts. Das ist echt schlimm. So, bitte mal hier aufstehen und schleudern. Herzlichen Dank. Könnt ihr bitte mal jetzt hier stehen bleiben und schleudern? Dieses Hin- und Herge-Eier, das geht einem so oft... Hm... Ja, nee, ohne Armbussschützen zu Beginn geht es einfach nicht, weil die Meuchl-Mörder nehmen einfach fast keinen Schaden durch Bögen. Ich bin tatsächlich auch überrascht, wie Tanki Meuchl-Mörder gegen Bogenschützen sind. Das hatte ich auch nie so in Erinnerung, aber das ist wirklich Wahnsinn, wie viel die Stellen bei seinen Bogenschützen aushalten. Das ist mir jetzt auch beim Aquasie-Betrotzug mal später aufgefallen. Die halten so viel aus. Jetzt hat es natürlich meine Wirtschaft wieder ein bisschen erwischt, aber... Oh, sie läuft im Grunde noch. Es ist halt nichts an... Ich habe einfach nichts. Ich kann auch mal ein paar Steine verkaufen und schaue, dass ich die ersten Armbussschützen ranhole. Es werden Rekruten benötigt sein. Eine Nachricht von Nasir. Wenn die Sonne am Kösten steht, werdet ihr die Hitze meines Atems spüren. Katapulte bitte fokussen. Wir geben uns am besten. Eine trägliche Auferlust. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh, hi. Los, Lordi, machst dir alle Platz. Die sind alle schwer verwundet. Ich muss wahrscheinlich gegen die Schwertkämpfer brauche ich jetzt Armbussschützen. Allerschwetestens da. Ich glaube, 30 Bogenschützen waren zu viel. Ich hätte die ersten Armbussschützen früher gebraucht. Das große Problem ist, dass das Spiel ja auch mit so niedrigen Schwierigkeiten... Mit so niedrigen Schwierigkeiten wie hier, kommt das Spiel einfach nicht klar. Mit so niedrigen Spielgeschwindigkeiten kommt das Spiel nicht klar, weil dieses Ganze... Das passiert eigentlich auch nur auf niedrigen Spielgeschwindigkeiten, dass die Truppen, die sich sammeln wollen, ständig nochmal woanders hingehen zum Sammeln. Also nochmal zum Sammelpunkt extra nochmal zurück. Drei- und viermal nochmal zurückgehen. Ah ja, das hat ein bisschen zu spät entstanden, der Burggraben, ne? Ob sich das jetzt noch lösen lässt? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche einfach mehr Armbussschützen, aber ich habe keine Industrie, die das stützen könnte. Aber es ist schön zu sehen, dass grundsätzlich der Steinbruch funktioniert. Zumindest theoretisch. Ein bisschen abwarten. Okay, jetzt mal die ganzen Träger zum... Das war doch noch nie auf, ne? Hm, ne. Ich werde ein bisschen verfolgt, habe ich das Gefühl. Kann mir auch noch so vorkommen. Äh, ja. Wo war der letzte Speicherstand? Startaufbau neu. In dieser Richtung. Okay. Wir brauchen unbedingt Armbussschützen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Es werden Waffen benötigt, Seier. Genau wie erste... Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Ihr habt nicht genügend Güter. Euer Gnaden? Was soll konstruiert werden? Genau wie vielleicht ein paar Sklaven, die mir jetzt wirklich noch den Burggraben fertig machen. Aber ich glaube, die habe ich letztes Mal schon hier geschickt. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Achtung! Was wünscht ihr? Belager uns Geräte bemannt. Ach, jetzt ist... Letzten ist diese Balliste nicht gebaut worden. Geil. Jetzt sind meine Chancen nochmal gesunken. Herzlichen Dank, Spiel. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Eure Befehle? In Bewegung. So, jetzt haben wir auch ein paar Armbussschützen oben dran. Ich bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Maulai. Ist ja nach oben, wie da liegt. Hm. Bitte, Kiel. Haaland. Ach, ich habe hier schon zwei. Ah, ich habe schon zwei Baumeister. Warum habe ich hier schon zwei Baumeister gehabt? Okay, ich wüsste, wie ich das hier wahrscheinlich abgewehrt bekomme. Wäre ein klassisches One-Trick-Pony, aber ich kann es auf den einen Versuch ankommen lassen. Gehen wir nochmal hierher. Okay, jetzt brauche ich die Armbussschützen nicht so dringend. Die haben jetzt auch nichts in der Situation geändert. Die bräuchte ich schneller und früher. Aber. Irgendwo Verschwendung gibt es natürlich Pech zu kaufen. Aber ich glaube, ich kriege nicht schnell genug das nötige Pech rein. Wir benötigen Pech. Bin zur Stelle. Es werden Waffen gemütlich sein. Und los. Ja. Überlistier ist wieder aktiv. Gegen die Katapulte muss ich noch was machen. Wir haben nicht genügend Teuf, mein Lord. Wir benötigen Gold. Belagerungstürme, was? Defensive Strukturablenkung? Ist das jetzt ernst gemeint oder ist das ein Niem oder sowas? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Okay, das gibt mir jetzt erstmal Zeit. Oh, genau die fünf Pech, die ich vorhin gekauft habe, sind jetzt wieder verkauft worden. Hat ja richtig viel gebracht. Ähm. Ja. Hat richtig viel gebracht. Tut mir leid, die Aussage ist abgeschlossen. Könnt ihr bitte mal wegtorkeln, so langsam. Das hat gut was gebracht. Auf jeden Fall. Also hier, okay, hier könnte ich mir vorstellen, eine Feuergasse zu machen. Ich bin auch langsam verzweifelt genug, dass ich die vielleicht einfach mache. Eine Feuergasse. Weil ganz ehrlich, ich meine, wollen wir hier noch weitere zehn Stunden sitzen? Weil mir sonst nichts ko- Ah, die Mange schießt, nicht wahr? Natürlich schießt die Mange hier rüber. Aber gut, bis jetzt konnte wenigstens der Steinbruch arbeiten. Das ist ja schon mal etwas. Ernsthaft jetzt. Bereits eure Lordschaft! Brauchen Geld. Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle! Und jetzt ist es die Mange, wenn die hier rüber schießt, noch einiges mehr Schaden anrichtet. Eine Nachricht von Nasir. Wenn die Sonne am höchsten steht, werdet ihr die Hitze meines Atems spüren. Achtung! Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Achtung! Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, wie wir das am besten machen. Dann lasse ich hier mal offen. Ich darf nicht mal den Gegner in der Nähe sind. Darf ich nicht mal den Buggraben löschen? Alles klar. Eine Nachricht von Enya. Dieser Krieg ist ermüdend. Ihr seid ermüdend. Ich werde euch ein für alle Mal ein Ende bereiten. Im Laufschritt! Okay, jetzt habe ich so langsam mal die Ressourcen da, um ein bisschen was zu machen. Oh Gott, kommt da viel. Oh Gott, kommt da viel wieder. Oh Gott, kommt da viel wieder. Ne, da hätte ich noch mal eine weitere Pechgasse machen müssen. Okay. Alles klar. Hätten wir doch mal wieder nicht geschafft. War doch Kinderleicht nie, wa? Wir benötigen Holz. Eine Nachricht von Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. Ein erträglicher Außerlust. Mein Herr, rücken aus. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, seier. Eure Befehle sind auf dem Weg. In Bewegung. Okay. Gut, daran ändert sich so schnell nichts. Achtung! Hier kommt auch mit ihr hoch direkt. Hier auf das Katapult, bitte. Hier drüben werden wir gleich mal jemand drüber schießen. Bogen schützenbereit, seuer. Womit kann ich dienen? Feuer frei. Feuer gefällig? Mein Bogen ist euer. Waffen, der Schulter. Eine Nachricht von Vasyl. Ich werde euch niederfassen. Leute, ich brauche dich mal. Der tötet gerade die Schankwürte. Gerade den Reflex unterdrücken, das zu verkaufen. Ich werde euch niederfassen. Ah, wir sind schon auf 20er Tempo. Interessant. Oh ne, die hat die gerade Scharnischer abgegeben oder was? Der liebt halt immer noch. So, dann wird direkt die nächste Schlange abgewehrt im Idealfall. Ja. So. Stream bis 6 Uhr. Ne, sehr viel länger als bis Mitternacht mache ich heute nicht. Ich merke auch nicht, dass es sehr viel bringt. Noch länger, weil es... Ich werde leider nicht besser, dadurch, dass ich länger in der Mission spiele, weil die Konzentration immer mehr nachlässt. Das nochmal so auf Aufnahme zu spielen ist noch was ganz anderes, als es privat vor sich hin zu spielen. Die Pechvorräte sind zu knapp, Sire. Es wird ein Waffen bemüht, Sire. Achtung! Vor! Und schützenbereit. Okay. Bis jetzt besteht aber nicht sehr viel Schaden durch die Mangel, muss ich sagen. Die schießt immer wieder mal ein bisschen so rein, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Man kann es wirklich noch ein kleines bisschen schützen hier, wie es aussieht. Das würde ich mal noch weiterhin tun. Weil die Steine, die hier reinkommen, sind es schon ein bisschen wert. Und los! So, da kommt die nächste Karawane, nicht wahr? Ist das jetzt eine vollständige oder... Ist gar nicht mehr so viel wie jetzt. Das ist mal interessant. Achtung! Sire! So, gerne ich auch was gegen die Britenbogen-Schützen machen würde, was den Feuergraben angeht, aber das wäre jetzt ein bisschen Verschwendung. Schneller als der Wind und leichter als die Schlecken. Du tut also recht, sie zu fürchten. Bin zur Stelle. Rücken aus. Da kommt gleich nochmal welche. Das werden Waffen benötigt sein. Wie lange bist du schon an der Mission? Äh, seit fast fünf Stunden mittlerweile. Jetzt würde ich anzünden. Sehr gut. Okay. Ich würde danach wirklich nochmal ein bisschen den Versuch mit Feuergas erstarrten. Und zwar wirklich an dieser Stelle so. Etwa wie hier. Darin sehe ich vielleicht noch eine Möglichkeit. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich... Wie mit der Turm wird sie schon... Das ist halt auch nicht auf, ne. Hm. Bogenschützen waren grundsätzlich nicht verkehrt. Ein erträglicher Auferlust. Gibt es wirklich nichts, was man hier hinbauen kann, um das hier zuzumachen? Beide stehen in Flammen, Sire. Zumindest ist es trotzdem leichter gehalten. Ich glaube, ich brauche hier drüben nicht mal... Absatz von dem Zeug. Gut, okay. Ich würde es nochmal neu starten. Und versuchen da wirklich ne... ...die Gegner durch diese Engstelle zu locken. Um da, äh... Um das... Punktuell zu verteidigen. Äh, see you later. Danke für die Möglichkeit, ich schaff seit sieben Monaten. Danke für den tollen Abend. Rest muss ich nachholen. Alles klar. Auf Wiedersehen. Okay. Dann nochmal. Jetzt einen Grundsprecher brauche ich für den Start nicht. Ich würde mal sagen, das Erste, was hier anfangen sollte zu arbeiten, sind die Armbusmacher. Noch nicht mal wirklich... Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Holzfälle oder sonst irgendwas, das sollten wirklich die Armbusmacher anfangen. Die bringen den wichtigen Shit ran. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. So, jetzt kaufen wir nochmal ne gute Stange nach. Für die Stadtwirtschaft. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Da ist es leicht deplatziert, aber was soll's. Ich habe nicht mehr die Nerven dafür, mich darüber aufzuregen. Tatsächlich aktuell. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Stein ist hier schon mal da, das hier zu machen. Das geht halt wirklich nicht darum, mir irgendwas zu begrenzen. Hmm. 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 Ich hab was mit Augenwinkel gesehen. Ich bin gleich für euch da, lieber Chad. Ich kann nicht eigentlich gleich nochmal neu starten. Ich hab zu viel Holz jetzt gewastet dadurch. Ja, das lass ich durchgehen. So, ähm, Akarin der Weise, danke schön für die 5 Euro. Danke für das Respekt und dann durch heute Vermögen. Hm. Hm. Mein Kraft-Villager-Näuse ist einfach nur, ich sag's euch. So weit sind wir gekommen. Okay, äh, zurück zum Thema. Das heißt, einen Burggraben werde ich gar nicht brauchen. Schon mal wenigstens diese Hausaufgabe abgehakt von der Liste. Das ist gut. Mach mal ne, Mann. Neu, drei. Das wird langsam lächerlich, was die Spielstände angeht. Streicht das langsam. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. So. Und nochmal hier. Und dann ist gut. Nennt euren Wunsch. Das berührt wiederum, dass ich mit den Sachen sogar ein bisschen weiter vor könnte, zumindest rein theoretisch. Andererseits, ich hab doch gehört, dass da was war bezüglich. Damit ich... Einfach nur damit... Ich muss nicht buddeln. Einfach nur, damit ich weiß, wo die, die Linie ist. Weil bis zum Burggraben kann der Tribok vom Wolf schießen. Hab ich gehört. Das heißt, ich würde mich gerne so platzieren in etwa. Beziehungsweise, ich kann den Burggraben machen. Aber ich mach nur diesen unteren Teil. Und lass hier frei. Ja genau, wenn ich nur hier buddeln, dann lass ich die ja hier durchkommen. Maulai. Genau. Recht hatte. Genau das hab ich auch gehört. Die Überschlagungen haben sich mal wieder ereignet. Zwei Wallisten. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. So, ein paar Stadtbogenschützen hole ich mir trotzdem wieder. So 10, 15 Stück sind okay. Mehr wäre fast ein bisschen Geldverschwendung. Da sollte ich gucken, dass die ersten Armbrüste reinfließen. Es werden Rekruten benötigt, sage. Tut mir einfach leid darauf an Cuba Libre. Na mal Prost, Marius. Ich trinke mal auch ein Lüb von meinem Bier. Ja, ich hab mir ein Bier eingeschenkt für heute Abend. Ich wusste schon, warum ich mich einlasse. Okay, ähm. Dann nochmal zwei. Ich will einfach nur noch sterben, wisst ihr das? Warum kommen denn jetzt Sklaven von da drüben? Eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor, Ritter. Seht euch vor. Okay. Hier waren wir. In Ordnung. In Ordnung. Ist okay. Dann mache ich gleich mal schnell meine Schleuderschützen darüber. Dann zurück zu dem Thema. Machen wir das nochmal. Gut. So, dann einmal hierzu. Und, äh, wie war das nochmal? Feuerwerfer kosten halt auch immer wieder eine ordentliche Stange. So, zack, zack. Zack, zack. Die Sklaven sollen mal bitte mit vor. Mit Tempo 90 wird das sicher besser werden, ne? Trust, äh, ja, Source, trust me, bro, ne? Genau. Holzer. Bauber. Diesmal war ich vorbereitet. Normalerweise kamen da nie Sklaven links lang, aber, gut, was weiß ich schon. Äh, Wahnsinn. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Ah, okay. Rüber mit euch. Hoch mit euch. Maulai. Siegt Stower rasch und vorwärts Kastl ins Gesicht. Jawohl. Das ist die Strategie hier. Das ist die Strategie, TRM. Euer Gnaden? Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Hm. Dammit. So, in etwa. Machen wir mal Neu 2 als Neu. Ja, Neu 2 ist neuer als Neu 3. Lasst mich. Es werden Waffen benötigt, Seil. Oh, Morna. Bin zur Stelle. Das Volk huldigt euch, Seil. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Ihr habt nicht genügend Güter. Äh, äh, so. Bin zur Steppe. Es wird ein Waffen benötigt, Seil. Mein Herr, in Bewegung. Geld kommt rein. Das, die kann auch weg. Wir bringen da nochmal Geld ein. Hier könnt mal nach Hause gehen. Ihr könnt nach Hause gehen. Feuerwerfer. Feuerwerfer. Feuerwerfer stellt sich her. Wird alles vorbereitet für den Durchgang. Feuerwerfer. Eine Nachricht von Kalifi. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Bin zur Stelle. Es wird ein Waffen benötigt, Seil. Okay. Och ne, jetzt wollen die eine da links lang. So ist das nicht geplant. Was geht die da lang? Die müssen jetzt unbedingt Stress da links machen, ist in Ordnung. Beinahe vergessen, da war ja was. Das ist wieder eine Pflanze davor, dass die nicht rauskönnen. Das wird man gleich wieder sehen. Oh Gott, warum... Können die... Treffen die Ballisten die Feuerballisten nicht, oder was ist hier los? Da kommt ja gerade gar nichts mehr rum. Nein, ihr seid schießen. Warum macht ihr keinen Schaden? Zur Stelle. Ballisten, bereit. Malor, erlassen. Ballisten, bereit. Achtung. Eine Pause tut gut. Eine Nachricht von Nazir. Wenn die Sonne am höchsten steht, werdet ihr die Hitze meines Atems spüren. Nein, nicht die Hitze seines Atems. Nein. Ja, wirklich viel zum Handeln habe ich gerade leider nicht. Achtung. Waffen geschultert. Im Laufschritt. Und Marsch. Vorwärts. Eine Nachricht von Ihnen. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Heute ist sie auf jeden Fall... Tut mir leid, Emi. Ich kann das nicht nachvollziehen. Deine Logik ist leider für meine sterbliche Hülle nicht geeignet. Schilde. Ich habe keine Lust mehr auf Schilde. Ich habe keinen Bock mehr, die zu platzieren. Eine Nachricht von... Ach, Mann. Dass man halt wirklich alles machen muss, was in der Buch steht. Ja, es ist... Ja, ich muss halt Schilde machen. Gut. Ist okay, ich mache Schilde. Dann mache ich Schilde. Ich kann die halt einfach nicht mehr sehen, weil ich die jetzt schon so oft neu aufgebaut habe. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Waffen benötigt sein. Oh, ich weiß, wo ich geladen habe, ne? Ah doch, das habe ich schon verteidigt. Interessant. Schild bereit, eure Lordschaft. Gebt uns eine Aufgabe. Schild bereit, eure Lordschaft. Okay, Schilde hoch. Wie können wir helfen? Nochmal hier weg. Nochmal da weg. Nochmal ein paar Bogenschützen nachholen. Nochmal furteln. Nochmal ran. Nochmal speichern. Jetzt ist 3 das Neueste wieder. Herzlichen Glückwunsch, 3. Du bist wieder dabei. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Und jetzt haben wir die 1 wieder. Speichern. Okay. Kleinen Wallempfinden für den gewünschten Effekt. Achso, hier drüben, oder wie? Was ist das auf der linken Seite? Schild bereit, eure Lordschaft. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Verlassen, wer Lagerungsgeräte, auf den Achtung, bin zur Stelle. So, nochmal raus. Nochmal neue Schilde, bitte. Die wachsen spielst du nicht auf Bäumen. Ich meine, sie werden aus Bäumen gemacht, ja, aber das ist auch schon das höchste der Gefühle, was da drin ist. Okay, einmal Bogen. Ihr habt nicht genügend Gold. Bogen. Ihr habt nicht genügend Güter. Komm, machen wir nochmal 10 Bogenschützen. Ich baue jetzt einfach nur Feuerkraft, irgendeine Art, egal welcher. Von mir ist auch der extraterrestrische, ich bin da jetzt nicht mehr wählerisch. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. Ach, ihr wollt hochklettern? Hier, da, nee, da, ach so, ich bin da lang. Okay. Wenn das ein kürzerer Weg ist, dann verstehe ich das natürlich. Bitte weitergehen. Mein Herr. Eure Befehle? Ich bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Für dieses Gerät, für dieses Gerät, brauchen wir mehr Baumeister. Schild bereit, eure Lotschaft. Verlassen wir Lagerungsgeräte. Mein Bogen ist euer. Eine Nachricht von Nasir. Hilfe. Ihr könnt euch nirgendwo verbergen. Ihr habt keine Zuflucht. Eure Befehle? Okay, so, lass mal reichen an Schilden. So. Startaufbau. Schilde wird das jetzt genannt. Speichern. Jetzt wird mehr Startressourcen reingesteckt, dass ich hier... Ah, stimmt. Die Käserei habe ich noch gar nicht gemacht. Mitsamt den... Ach, das hat gefehlt. Ich verstehe. So einen Spielstand habe ich jetzt im Plan. Mhm. Uiuiuiuiuiui. Macht mal die Dinger hier weg, bitte. Aua. Eure Befehle? Eure Befehle, mein Lord. Bin zur Stelle. Wir geben unser Bestes. Und los! Im Laufschild. 20, 25... Wir haben eigentlich eine echt gute Anzahl an Schützen. Eine Nachricht von Nasir. So kann ich jetzt auch eine Feuergasse machen, würde? Wenn eure Burg über euch zusammenbricht. Eine Nachricht von Vasir. Möge die Sonne euer Blut austrocknen und der Wind eure Augen erblinden lassen. Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Nein, ihr sollt... Ihr sollt doch einfach nur schleudern. Oh mein Gott. Der kommt jetzt mal oben. Ne. Okay, ähm... Ja... Einmal hier diesen Durchgang auf jeden Fall zumachen. Den... Den... Den Spaß hier weiter zuzupuddeln, wäre auch eine Idee. Mal gucken, ob wir dazu kommen. Mal wohl den rumstellen ein bisschen. Ein paar Schützen hätte ich jetzt gerne hier hinten aufgestellt. Und Marsch! So. Ihr schießt mir da unten hin. Dankeschön für den geschossenen Ochsen. Eure Befehle? Eure Befehle? Der Burggraben muss zu, ja. Würde ich ja gerne machen, wenn ich ständig die ganze Zeit, die ganze Welt da vor der Tür stehen würde. Eure Befehle? Eine Nachricht von Nasir. Gefällt es euch, wie eure Burg über euch zusammenbricht? Bin zur Stelle! Ist ja nicht, jetzt wäre das eine Frage des Willens oder so. Jetzt kommen sie alle da drüben lang. Jetzt könnte ich die fast ein bisschen... Na gut, da ist schon mal ein bisschen kontrollierbarer. Nein, ihr sollt doch einfach nur... Ich... Das ist halt das Schlimmste einfach nur. Das ist das, was mich am meisten bericht. Dass die Truppen einfach nicht machen wollen. Ihr sollt doch einfach da hoch. Ja, jetzt haben wir ihn... Ja, jetzt ist es offen! Ja, da... Ja. Okay, ich schicke da einfach ein paar Schleuterschützen und den Feuerwerfer hoch oder sowas. Äh... Ich mache hier nochmal zu. Da drüben ist in Ordnung. Dann mache ich hier eine kleine Feuergasse hin. Die hoffentlich hilft. Ihr kriegt jetzt mal die Sammelpunkte hier, dass ihr euch nicht ständig über ganz woanders sammelt. Vielleicht kommt nochmal reingeliefert. Das wäre jetzt schon echt nicht schlecht zu haben, muss ich sagen. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Eine Nachricht von Nasir. Gefällt es euch, wie eure Burg über euch zusammenbricht? Es wird ein Waffen benötigt, Saja. Mauer, hallo. Saja, von der Kerschweite! So, hier kommt man da hoch. Ja, so, jetzt dieses bisschen Feuer konnte ich jetzt erstmal nicht machen. Aber es könnte erstmal reichen. Schießt mal rein. Genau, jetzt das schön reinfeuern nochmal. Ach, jetzt kommt ihr doch da drüben lang. Okay. Mal ein bisschen Zeit hat es gebracht. Es wird ein Dorn benötigt sein. Bereits eure Lordschaft! Okay, wir haben es überlebt. Das ist schon mal nicht schlecht. Das gibt jetzt mal einen separaten Spielstand. Speichern. Eine Nachricht vom Wolf. Und wenn ich eigenhändig... Der Wolf hat mir irgendwas kaputt gemacht. Ah ja, jetzt ist der... Jetzt habe ich überhaupt keinen Stein bekommen mehr. Nice. Weil das jetzt auch irgendwie wegen den Ochsen doch nicht mehr gescheit will. Eine Nachricht vom Emia. Ich schlage vor, ihr solltet besser etwas gegen eure unangenehme Anwesenheit tun. Ah, ich habe doch... Ja, ich habe bei diesem Spielstand da noch nicht mal am Ansatz die Hanisch-Produktion aufgebaut. Wir benötigen Gold. Ja, geil. Ich meine... Ja, entweder ich überlebe jetzt oder ich sterbe später, weil ich natürlich die Brunnen mit der Produktion nicht mithalten kann. Ich bin doch gar nicht dazu überhaupt, die Produktion hier aufzubauen. Das geht doch wieder nicht an dem Neustart vorbei. Ich meine, was soll ich denn aus diesem Spielstand jetzt noch machen? Aber wenn ich jetzt sowieso noch mal in der Stadt muss, dann lasse ich es einfach sein. Dann ist gut. Dann reicht das. Ich habe genug probiert für meinen Geschmack. Ich meine, hier können wir erstmal noch abwehren. Mein Herr? Noch viel mehr Katapulte, alles Katapulte, alles übervoll mit Katapulten. Mhm. Ja, super. Jetzt kommen ja die Streitkampel einfach hoch. Die Menge an Katapulten ist halt einfach nur komplett krank. Ich glaube nicht, nee, das kann ich mit einfach nur Spielstand laden nicht schaffen. Das ist einfach eine Menge, die hier ankommt. Was für eine kritische Masse an Armbotschützen muss ich zu diesem Zeitpunkt schon haben, um das abwehren zu können? Und nicht nur das, auch an Ballisten oder Mangen oder was auch immer. Kalifenraschen wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ja, ich meine, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Zwischenzeitlich sah es mal ganz kurz gut aus. Ich muss mal mein Schild aufbauen, ne, wo ich endlich die Schilder oben drauf hatte. Aber was soll ich da jetzt, wie gesagt, was soll ich da verändern? Ich kann schauen, dass ich hier mein Zeug habe. Ich kann gucken, dass ich eventuell die Steine bekommen, da hinten besser schützen kann. Aber was soll ich ansonsten noch machen? Das ist ja nicht so, als... Und ich habe wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Nerven mehr dafür, dass jetzt das x-te Mal komplett neu zu starten und alles nochmal aufzubauen. Ich muss auch wirklich ganz ehrlich sein, ich habe nicht wirklich Spaß an dem, was ich hier mache. Also, es gibt Leuten, denen gefällt das, aber ich quäle mich eigentlich gerade nur noch. Weshalb ich dann wirklich sagen würde, sobald wir jetzt hier nochmal ein bisschen gespielt haben, ein bisschen mache ich den Stream noch. Aber ich würde es hier wirklich sein lassen. Ihr wisst, ich breche ungern Projekte ab, aber hier würde ich dann wirklich einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, gut, dann habe ich mir so ein 80 eben nicht geschafft. Dann lebe ich jetzt einmal damit, weil ich gar nicht... Ich habe mir so ein 80 schon zwei vorige Meile geschafft, beziehungsweise noch öfter. Und bin damit zufrieden. Und dann lasse ich es einfach gut sein. Weil, ja, ich bin halt ganz ehrlich, weil ich nicht wirklich Spaß habe mit dem, was ich hier tue. Also, das ist nicht mein Stil. Also, es mag Leute geben, denen es Spaß macht, sowas zu spielen. Aber das ist halt wirklich dieses Frustlevel, was bei mir eigentlich nur noch Schmerz auslöst, statt irgendeine Herausforderung. Also, es ist halt so Schwierigkeit zu kreieren. Es hat oftmals so ein kleiner Balanceakt aus... Man macht es zwar schwer, dass man ein Erfolgserlebnis hat, aber ich meine, selbst Dark Souls hat diese gewisse Karotte da gehabt, dass du Gefühl hast, Fortschritt zu machen. Und ich habe auch gerne sogar Dark Souls gespielt, aber hier habe ich das einfach nicht. Hier habe ich einfach nur das Gefühl, immer hoffnungslos überwältigt zu werden, ohne irgendeinen Hoffnungsschimmer, dass das besser wird. Außer du lässt dir von irgendjemandem eine absolute Komplettlösung geben. Jetzt kommen die sogar durch die Mauer durch. Ich mache nochmal den Schild. Ja, ich meine, die auf die Kühe erstmal verzichten, ist so eine Sache. Das hat mir erstmal weitergeholfen. Ich glaube, du machst den Wurst wie selbst. Achso, stimmt, ja. Ja, stimmt, das ist bestimmt nicht die Mission. Das ist bestimmt nur meine Einstellung. Nur deswegen ist die Mission so schlimm. Ich kann mal noch die Zinne machen. Die hätte ich ja eh machen können vorher. Ihr kommt mal alle noch mit hin, vielleicht kann ich dadurch mehr Wöchelwörter abwehren. Äh. Ja, genau, Definition von Wahnsinn. Das kommt ja halt wirklich so. Immer wieder das gleiche zu machen, in der Hoffnung, ein anderes Ergebnis zu warten. Ich wüsste jetzt auch mittlerweile nicht mehr, was ich anders tun sollte. Alle anderen Ideen werden mir auch sofort instant zerstört. Die Eisenmine da drüben kann ich mir nicht holen, weil der Basir mir die blockiert. Hier weiter nach links kann ich nicht, ähm, vorrücken, weil der... Wie weit könnte ich hier noch vorrücken? Nicht weit, oder? Wie weit könnte ich da links vorrücken? Damit habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt, aber ich glaube, ich komme nicht weiter vor. Das würde mich aber mal interessieren eben. Gibt es eine Möglichkeit, da links weiter vorzukommen? Wir benötigen Steine. Eure Beliebtheit sinkt. Könnte ich mir diese Steine vorkommen beispielsweise sichern? Gut, was habe ich eigentlich erwartet, aber trotzdem... Ich könnte hier... Ja gut, okay, ja, das ist hier, wo ich auch die anderen Sachen habe. Es ist ja nicht so, dass würde ich dadurch mehr Ressourcen bekommen. Das ändert im Grunde nichts an der Gesamtsituation. Ich wüsste nicht mehr, was ich... Weil es sind ja keine Nuancen. Es ist ja nicht so, dass ich merke, okay, ich werde immer knapp besiegt. Ich werde immer hoffnungslos überwältigt. Und ich wüsste nicht mehr, was ich anders machen sollte. Dass das anders aussieht, außer ich mache jetzt irgendwie einen Rache auf irgendjemanden. Oder ich würde... Ich glaube, dafür fehlen mir einfach gerade noch die Konzentrationszellen. Äh, ich gehe gerade noch mal ganz kurz ein bisschen dies alles durch. Äh, Unterschied von den verschiedenen Truppeneinstellungen. Ja, das ist relativ einfach. Also bei Standard bleiben sie noch mal stehen. Abwehrhaltung greifen sie in einem kleinen Umkreis Gegner an. Angriffshaltung in einem größeren Umkreis. Dass die automatisch hinrennen. Ich meine, ich kann jetzt noch mal wirklich ein bisschen durchgehen, was man noch grundsätzlich anders machen kann. Aber der Grundaufbau, das ist halt das nächste Schlimme. Der Grundaufbau, die ersten fünf bis zehn Minuten sind halt immer gleich, nur damit du die noch mal wiederholst. Ich meine, ein paar Ideen waren ja schon mal ganz nett. Zum Beispiel, dass ich da rechts rübergegangen bin. Aber das hat mir einfach gar nichts gebracht am Ende. Ja gut, die ist ja schon vorbei. Ich möchte mir einfach nur die Karte ein bisschen angucken. Ich wüsste jetzt nichts, was ich verändern sollte noch. Außer noch präziser, noch mit noch weniger Fehlern, alles mit 10er Tempo zu versuchen, minimal Micro zu platzieren. Dass alles idealer wird. Mauerdicker machen. Das ist halt auch nur eine Übergangslösung. Die Mauerdicker zu machen würde mich auch nur was bringen, wenn ich die Ressourcen hätte, die wieder zu stopfen. Was ja nicht der Fall ist, wenn ich die ganze Zeit zerschossen werde. Hm. Hm. Ich sehe halt wirklich keine Alternative. Die Ressourcen hier sind komplett ausgeschöpft. Es ist ja nicht, dass es heißt, ich habe irgendwas übersehen oder dass da irgendwas war, das ich nicht realisiert habe. Aber ich müsste, glaube ich, wirklich alles genutzt haben, was mir zur Verfügung steht, bis auf die Stellen, die vom Basir denied werden. Die es aber einfach nicht wert sind, zu bekämpfen dann dafür, dass ich da so viele Truppen verliere die ganze Zeit. Ein paar Mal drüber schlafen, dann kommen frische Ideen. Das Problem ist, dass es, glaube ich, keine Ideen mehr gibt. Es gibt bloß noch Perfektionieren des Spielstils, den ich jetzt hier betrieben habe. Und das ist die gute alte Erwähnung von Perfektion... Äh, hier, die Definition von Wahnsinn im Sinne von immer wieder das Gleiche machen, hoffen wir noch mal ein anderes Ergebnis. Ich meine, das habe ich schon bei einigen anderen Missionen gemacht, aber da hatte ich so das Gefühl, zum Beispiel das eine Mal, als ich immer das Schwein verteidigt habe, da habe ich immer wieder das Gleiche gemacht, aber da hatte ich wenigstens immer den Hoffnungsschimmer, dass es einen Unterschied bringt. Weil man immer gemerkt hat, dass es wirklich an diesen Nuancen liegt. Hier habe ich nicht mal das Gefühl, dass die Nuancen den Unterschied machen. Also hier ist es wirklich immer noch meilenweit entfernt, dass ich eine kritische Menge habe, um das zu verteidigen. Vor allem die Menge an Katapulten, die hier kommen. Ich meine, ich könnte eine große Anzahl an Mangen probieren, die alles zerschießt im Umfeld. Ein letztes Mal würde ich nochmal neu starten. Vielleicht irgendein nochmal ein frischer Ansatz. In der Hoffnung, dass das vielleicht als Basis was bringt, seit ich doch nochmal probieren wollen. Aber wenn das zu nichts führt, dann lasse ich es einfach gut sein. Ich hoffe, ihr versteht das soweit. Machen wir nochmal Holzfäller. Holen wir schon mal gleich das. Halt, halt, halt. Holen wir mal die Häuser. Eine der besten Möglichkeiten, die ich bis jetzt gerade hatte, war immer das mit dem Burggraben. Aber der Burggraben. Aber der Burggraben. Ich mach einfach mal den Burggraben. Wir benötigen Steine. So. Machen wir den Burggraben. Eure Beliebtheit sinkt. Ja genau, der Konzspeicher, der kommt aber noch. Ich meine, das Steinvorkommen hier war zwar ganz nett, aber ich glaube, das ist wirklich die Mühe nicht wert, das die ganze Zeit so zu beschützen. Von daher würde ich das hier wieder machen und dann doch wieder auf die Brotproduktion gehen. Weil auf diese Weise hatte ich wenigstens das Gefühl, dass das Wirtschaft reinkam. Mit den Steinen kamen wirklich zu wenig. Für meinen Geschmack. Ihr seid der siebtgrößte Herrscher. So, dann brüttelt bitte. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Dreimal Armbuster. Da hin, ja. Dann hier das Steinvorkommen. Von mir aus mit drei Ochsen noch. Und da dauert es zwar länger, bis die... Ah, super. Dauert es zwar länger, bis die erste Hünferung kommt. Aber hey. So, hier, da, dort. Mhm, 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 mhm. Mhm. Gleich schon mal das hier. Für den Steuerbonus. Äh, Holzfäller habe ich hier noch nicht gebaut, um das hier wegzufänen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr buddelt weiter. Ja, aber ich kann nicht mehr, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Dann mache ich dem auch mal ein Sticker. Vielleicht bringt das ja einen Unterschied. Oh, weiterhinter könnte ich fast gar nicht mehr gehen. Okay. Hier muss ich dann auch noch zumachen. Dann überhaupt die Waffenkammer. Alles klar. Die ersten Bogenschützen zur Verteidigung. Für den Fall, dass wir das mit ein paar Sklaven vorbeischauen. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mahuarihanuk. Sanahfir. So. Ja. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Baumeistergilde. Ihr habt nicht genügend Güter. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Ich muss mal mehr von euch. Hier kommt hier rüber. Dann hätte ich gerne nur wieder ein, zwei Feuerwerfer auf der linken Seite. Zweifelisten. Ihr macht mir jetzt erstmal Schilde. Sie konstruieren Belagerungsgeräte. Also ich hab das Gefühl, dass dieser Durchlauf, äh, dieser Versuch jetzt mal ein bisschen flüssiger läuft. Seht euch vor, Ritter. Seht euch vor. Ich hab nichts gesagt, ey. Jetzt kam der natürlich wieder in kurzen Zeit, bis ich da drüben angekommen bin. Und ich hab natürlich nicht gespeichert für diesen Anlauf. Das heißt, ich darf jetzt alles nochmal von vorne machen. Zumindest, wenn ich den Steinbruch retten will. Aber im Idealfall. Verzüchte ich den jetzt einfach nochmal neu und. Hm. Da ist jetzt... Da ist fertig. Okay, das ging mal schnell. So. Eigentlich ist das gerne wieder aufgebaut. Dankeschön. Zum Glück baue ich ja die Steine nicht dringend oder so. Das könnte ich mir nicht aber... Achso, ich hab die jetzt Branded darunter geschickt. Ich hab mich schon gewundert. Speichern. Schildbereit, eure Lordschaft. Wir werden überfallen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Tür kommen ran. Rücken aus. Bogenschützenbereit. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eure erbärmlichen Wurz. Und der erste Angriff. Und ich hab noch keine Armbrustschützen. Da müssen wir auf jeden Fall noch nachhelfen. Ich hab auch noch gar keine Bäckerproduktion hier. Also nichts mit Brot, etc. So. Ich mach am besten noch mal ein paar Bogenschützen als Zwischenpolster. Mein Bogen ist teuer. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Verlassen wir Lagerungsgeräte. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Schild bereit. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Schild bereit. Verlassen wir Lagerungsgeräte. Bogenschützenbereit. Mein Bogen ist teuer. Es gab mal wirklich einen Lauf, da hab ich die alle vorher hinein können. Das war gar nicht mal so schlecht. Den Luxus hab ich hier jetzt leider nicht. Maulai, nimm sie bitte an, nimm. So. Aber wenn immer noch fast 500 Leute dabei sind, ist eigentlich nicht ohne. Aber gut, okay. Es ist beim Zuschauen auch längst nicht so ein Krampf wie beim selber Spielen. Von daher kann man da, glaube ich, sich das noch ganz gut geben. Oh, hi. Ich hatte... Ich hab wirklich früh mit dem Burgraben angefangen, ey. Gut, ich hätte noch mehr Sklaven dazu ziehen können. Und das ist halt das... Das ist halt ständig dieses... Absolute, ähm... Dass alles perfekt angepasst werden muss. Es wird so schnell offen benötigt sein. Bereits eure Landschaft. Jetzt hier mal noch ein paar Bogenschützen dazu. Noch ein paar Schleuderschützen. Eventuell könnte mir auch ein Feuerwerfer hier noch helfen. Aber erstmal ziehe ich die zusammen. So, die kommt runter zum Tanken. Jetzt komm... Bleibt doch einfach oben und schleudert. Man rückt dem Lord zu Leib. Eine Nachricht von Nasir. Langsam und unsichtbar. Wird der Tod über euch kommen. Okay. Wir leben noch. Es werden Rekruten benötigt sein. Das Volk liebt euch mal. Da wird jetzt natürlich unsere gesamte Stadtnahrung verspielt. Macht ihr den Schwertkämpfer jetzt bitte endlich mal tot. Dankeschön. Platz den Eisentypen, die spawnen. Alles in Ordnung. Stimmt, da links habe ich noch nicht zugebaut. Ich schieße mich mal darüber. Es werden Rekruten benötigt sein. Zur Stelle. Okay. Nein, du bleibst offen. Warum auch immer ihr unbedingt von vorne durchgehen müsstet. Aber gut. Das ist aber echt... Ich kann es dir... Jedes Mal aufs Neue muss ich das sagen. Es ist echt übel, wie viel die Möcheln untertanken können. Wenn sie nicht gerade von Armutschützen beschossen werden. Da kommt wieder so viel. Selbst wenn ich es nicht schon zugemacht hätte. Ich weiß nicht, wie viel das geholfen hätte. Und die Feuerwehr von vorne auf der Mauer. Danke für den Tipp. Aber die Briten und Bogenschützen hätten die nicht überlebt. Da sind ja so viele. Äh... Jo. Bin zur Stelle. Mein Herr, eure Befehle? Und da kommt alles durch. Ja gut. Ja. Aber ich habe nochmal einen konzentrierten letzten Anlauf gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe jetzt nicht einfach das Handtuch geholfen. Ich habe es wirklich nochmal konzentriert versucht. Aber... Ich glaube, ich gebe mich damit zufrieden, dass ich nicht zum elitären Kreis gehöre, der jetzt die Mission schafft. Aber auf jeden Fall meinen Respekt an jeden, der das hinbekommt. Könnt ihr es gerne probieren. Wie gesagt, erst im Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch das nachstellen. Äh... Und ich bin auch mal gespannt, wie viele das hinbekommen. Aber für mich ist das, glaube ich, wirklich nichts. Und ich glaube nicht, mich noch einen Abend hinzusetzen, selbst noch mit nochmal drüber schlafen... Das würde halt wieder zum selben Ergebnis führen. Ich glaube, mein Spielstil passt dafür einfach nicht. Ich glaube, ich bin nicht dafür gemacht. Ich meine, ich lasse mich hier so ein bisschen jagen. Ist in Ordnung. Was? Passt da ein großer Turm auf die Insel rechts? Nee, nee, leider nicht. Da passen kleine Türme hin. Oder wo? Nee, dachte ich mir. Ich glaube, ich habe es sogar probiert. Glaube ich. Da passt auch keiner hin? Nee. Großer Turm ist da leider nicht. Okay. Ich glaube, das hat jetzt gereicht. Kurz vor Mitternacht. Ich glaube, ich bin nicht über die ersten zehn Spielminuten gekommen, wenn man das in Realzeit sehen würde. Läuft, würde ich sagen. Wunderbar. Okay. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich hier fürs Zusehen. Und ja, schauen wir mal, wo wir sehen. Also ich würde mal sagen, nächstes Wochenende geht es mit Community-Content weiter. Äh, die Mangenturmfront. Ich weiß nicht, ob die so einen großen Unterschied machen würde. Weil das große Problem ist, wie viele Mangen würde ich bis dahin hinbekommen? Zwei, vielleicht drei. Und die würden das nicht hinbekommen. Vor allem, das große Problem sind ja nicht mal jetzt die Geräte zu dem Zeitpunkt, sondern die ganzen Nahkämpfer, die kommen. Die würden da auf jeden Fall durchgehen. Äh, Wolf zu raschen. Ob das jetzt funktionieren würde? Eventuell rasch. Äh. Das Problem ist, bei der alten Map war der Kalif nicht im Weg. Jetzt schützt der Kalif ja halb den Wolf. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, den Wolf zu raschen. Okay. Dann bedanke ich mich mal wirklich fürs Zusehen. Das war ein bisschen 80, nahere Größe. Ich bin leider daran gescheitert. Gebe ich mich mit zufrieden? Kann ich mit leben? Zumindest habe ich es in Vanilla zweimal schon gespielt auf dem Kanal. Das ist auch schon mal in Ordnung genug, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja. Nächste Woche Community-Content. Mal gucken, was es wird. Und wie es allgemein weitergehen wird. Aber ja, wie gesagt, Wochenende Stronghold wird bleiben. Mittwoch gibt es jetzt heute anscheinend kein Stronghold mehr, weil jetzt Mittwoch, Sonntag, weil jetzt immer so lange es die Kreuzzug-Marsch-Mission gab. Äh, Mittwoch wird jetzt wegfallen. Dafür gibt es jetzt am Mittwoch eben unter anderem das Günther-Projekt, das da jetzt von Benalot, das da jetzt immer wieder was kommt. Zu sagen, ich glaube, Mittwoch, Samstag mache ich das immer. Und am Sonntag bleibt Stronghold jetzt mit Community-Content erstmal. Und dann geht es vielleicht irgendwann meine neue KI-Kampfstaffel weiter. Gucken wir einfach mal. Okay. Dann. würde ich sagen, bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei weiteren Sachen, die mit Stronghold zu tun haben. Ist ja nicht so, als würde ich damit jetzt komplett aufhören oder so. Alles klar. Dann. Noch einmal vielen Dank fürs Zusehen für alle, die dabei waren. Und für alle, die nachträglich zugeschaltet haben und reingeschaut haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye. 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 Vielen Dank.